Achtsam Morden von Carsten Dusse Gelesen von Thomas Söcker Teil 3 Kapitel 22 Verbitterung Verbitterung ist der Ausdruck einer lang anhaltenden Enttäuschung. Die Enttäuschung mag von außen gekommen sein. Wie lange sie in ihnen verbleibt, bestimmen aber ausschließlich sie selber. Joschka Breitner entschleunigt auf der Überholspur Achtsamkeit für Führungskräfte. Als genug Harmonie zwischen Katharina und mir geflossen war, machte ich mich mit Emily auf den Weg. Katharina bat mich, Emily alle zwei Stunden mit einer Kinder-Menthol-Salbe die Brust einzureiben, da sie leichte Anzeichen einer Erkältung zeigte. Ich nahm die Salbe und Emily und wir fuhren mit der Straßenbahn zu dem Spielplatz im Stadtpark. Der hatte mir am Vortag gut gefallen. Es gab jede Menge Klettergerüste, Rutschen, Schaukeln, drumherum Unmengen von Sand. Und eine mobile Espresso-Bar mit Unmengen an Sojamilchtüten für die wachsende Zahl der an welcher Intoleranz auch immer leidenden Latte Macchiato-Mamas. Emily wollte rutschen. Und zwar alleine, um mir zu zeigen, wie toll sie das schon konnte. Ich setzte mich also an den Rand der Spielplatzbegrenzung und beobachtete Emily. Und die anderen Kinder und die anderen Erwachsenen. Wenn ihnen irgendjemand pauschal erzählt, Kinder seien etwas Tolles, dann lügt er. Das eigene Kind ist das tollste Kind der Welt. Ende der Geschichte. Daneben gibt es zum Glück noch eine ganze Reihe von Kindern, die wirken ganz sympathisch. Und dann gibt es schlicht und ergreifend eine ganze Reihe von Arschlochkindern. Das sind Kinder, an denen man optisch sofort erkennt, wie penetrant unsympathisch die Eltern sind. Arschlochkinder definieren sich allerdings nicht ausschließlich durch ihre Optik. Sie sind fordernd, eintönig, unlustig, anstrengend. Auch auf dem Spielplatz im Stadtpark erkannte man die Arschlochkinder sehr schnell an ihrem monotonen Genöle. Bis auf mich, ein Pärchen und einen einzelnen Mann waren ausnahmslos Frauen auf dem Spielplatz. Das Pärchen war eines dieser aggressiv machenden »Hach, sind wir glücklich, Pärchen!« »Gut aussehen, sportlich, erfolgreich!« Offensichtlich seit der eigenen Geburt vom Geld ihrer Eltern lebend, die sich obendrein zu 70 Prozent der Zeit um die Enkel kümmerten. Der einzelne Mann wirkte ein wenig traurig und verloren. Wahrscheinlich auch kein so häufiger Kinderspielplatzgänger, der sich allein unter Frauen sichtlich unwohl fühlte. Vielleicht ein Scheidungsvater, der zwanghaft versuchte, seinem Kind ein wenig die unbeschwerte Alltäglichkeit vorzuspielen, die man ihm genommen hatte. Bis auf diese drei entdeckte ich zwei Arten von Frauen. Mütter und Tagesmütter. Die Mütter waren in der Regel apathisch wirkende, überforderte Frauen, die sich mit gezwungenem Lächeln jeweils um ein einzelnes, aufgedrehtes Kind kümmerten. Die Tagesmütter hingegen waren einzelne, aufgedrehte Frauen, die bis zu fünf apathische, überforderte Kleinkinder unter drei Jahren in einem Großraum Kinderwagen vor sich herschoben. Eine Tagesmutter darf bis zu fünf Kinder betreuen. Wenn unter diesen fünf Kindern nur ein einziges Arschlochkind dabei ist, dann sind vier andere Kinder im Grunde sich selbst überlassen, während die Tagesmutter das Arschlochkind davon abhalten muss, die anderen Kinder zu beißen, zu schlagen oder zu kratzen. Oder einfach nur damit, dass es aufhört rumzunölen. Während mein Blick über den Spielplatz streifte und ich mir so meine Gedanken machte, stellte ich auf einmal fest, dass ich, anstatt mich über die Zeit mit Emily zu freuen, voller Verbitterung in Gedanken über die anwesenden Mütter, Tagesmütter und Kinder herzog. Nach nur drei Minuten auf dem Spielplatz war meine Laune von Ach, wie ist das schön, in sind die alle doof umgeschlagen, ohne irgendeine Veränderung der äußeren Umstände. Über Verbitterung stand auch etwas in meinem Achtsamkeitsratgeber. Verbitterung ist der Ausdruck einer lang anhaltenden Enttäuschung. Die Enttäuschung mag von außen gekommen sein. Wie lange sie in ihnen verbleibt, bestimmen aber ausschließlich sie selber. Wenn sie der Ansicht sind, ihre Lebensqualität nicht von alten Enttäuschungen beeinflussen lassen zu wollen, dann stellen sie sich die folgenden Fragen. Erstens, wie ist die Enttäuschung entstanden? Zweitens, wollen sie den Gründen der Enttäuschung wirklich so viel Macht über ihr Leben geben, dass sie jetzt in Verbitterung leben? Und drittens, wie würden sie sich fühlen, wenn sie feststellen, dass Glück nicht von irgendetwas Konkretem abhängig ist? Worüber war ich so enttäuscht, dass ich jetzt so verbittert auf dem Kinderspielplatz saß? Die Antwort war sehr einfach. Ich saß im Gegensatz zu allen anwesenden Frauen das allererste Mal in meinem Leben an einem Wochentag mit meiner Tochter auf einem Spielplatz. Ich hatte mich zweieinhalb Jahre lang komplett aus der Betreuung meiner Tochter herausgehalten, weil ich gearbeitet hatte wie ein Idiot. Ich war in diesen Jahren nie übermüdet auf einem Kinderspielplatz gewesen, musste nie über Tage und Wochen alle meine Bedürfnisse zurückstellen, um für einen einzigen Menschen da zu sein. Und ich war nicht nur wahnsinnig enttäuscht über, sondern vor allen Dingen wahnsinnig sauer auf mich, dass ich das nie getan hatte. Das waren zweieinhalb verschwendete Jahre, die ich nie wiederbekommen würde. Und Schuld daran waren bestimmt nicht die Mütter und Kinder hier auf dem Spielplatz, über die ich gerade herzog. Schuld daran war nur ich allein. Dieser Verbitterung wollte ich keinerlei Macht geben, zumal ich mein Leben ja schon radikal geändert hatte. Mein Glück war hier und jetzt möglich. Ich stand auf und ging zu Emily, nahm sie in den Arm, warf sie in die Luft und fing mein Glück mit beiden Händen wieder auf. Anschließend wollte ich als Zeichen meines Glückes den anderen verbittert guckenden Vater und meinetwegen auch das lucky Pärchen auf einen Latte Macchiato einladen, doch in diesem Moment klingelte das Telefon. Es war Sascha. Er teilte mir mit, dass Walters Security-Beschatter soeben einen Verfolger von mir unschädlich gemacht hätten. Er habe mich von meiner Wohnung über das Haus meiner Ex-Frau bis zum Kinderspielplatz im Schlosspark verfolgt. Die Security-Mitarbeiter, getarnt als Pärchen, hätten ihn unauffällig aus dem Verkehr gezogen, als er sich mit einem Latte Macchiato in der Hand zum Telefonieren hinter einen Baum zurückgezogen hatte. Er sei neben dem Latte Macchiato auch mit einer Pistole bewaffnet gewesen und habe zwei französische Handgranaten in der Tasche gehabt, befinde sich jetzt aber gefesselt in ihrem Kofferraum. Ich sah mich um. Sowohl das lucky Pärchen als auch der traurige Mann waren verschwunden. Ich gratulierte mir im Stillen dazu, dass ich bei meiner offensichtlich fehlenden Menschenkenntnis lediglich Rechtsanwalt und nicht Personalreferent geworden war. Ich hätte eher drei der Tagesmütter für Profikiller gehalten als diesen verschüchternden Typen. Und dass das glückliche Pärchen nicht elterliche Antimaterie, sondern meine Beschützer waren, wäre mir im Traum nicht eingefallen. Ich bat Sascha darum, das Pärchen zu bitten, mir noch ein bisschen Zeit zu geben. Dem Typen würden ein paar Stunden im Kofferraum sicherlich nicht schaden. Später konnten Sascha und ich uns gemeinsam mit ihm befassen. Sascha versicherte mir, dass das problemlos möglich sei. Zudem habe die Elterninitiative den Terminvorschlag für heute Abend per Terminverwaltungsprogramm als freigehalten bestätigt. Sascha müsse nun per E-Mail zusagen. Damit beendeten wir das Gespräch und den Rest des Vormittags kümmerte ich mich glücklich und in Sicherheit um meinen kleinen Sonnenschein. Auf dem Weg nach Hause gab es dann statt Latte Macchiatos einen Kakao und eine Boulevardzeitung bei McDonalds. Kapitel 23 Aktionismus Natürlich können sie am Gras ziehen, damit es schneller wächst. Sie können aber auch ihren Kopf auf das Gras legen, während es wächst. Nichts davon wird das Wachstum des Grases beeinflussen. Aber nur bei einer der Alternativen sind sie ausgeruht, wenn es darum geht, das Gras später zu mähen. Joschka Breitner entschleunigt auf der Überholspur Achtsamkeit für Führungskräfte. Die Elterninitiative Wie ein Fisch im Wasser hatte großes Interesse an einem Gespräch. Eine Räumungsklage, so unbegründet sie auch sein mochte, ist wirtschaftlich gesehen ein Standortnachteil. Niemand gibt sein Kind für drei Jahre in einen Kindergarten, wenn an gleicher Stelle schon in einem Jahr ein Bordell aufmachen soll. Auch die Hipster wollten einen solchen Prozess gerne vermeiden. Sascha hatte in meinem Namen den hippen Terminvorschlag über das Hippe Terminverwaltungsprogramm also ebenso hip per E-Mail zugesagt. Die Räumlichkeiten von Wie ein Fisch im Wasser waren mir von dem Bewerbungsgespräch für Emilys Kindergartenplatz her bekannt. Die Elterninitiative hatte das Gartengeschoss einer wunderschönen, aber reichlich heruntergekommenen Stadthausvilla gemietet. In den oberen drei Etagen waren bis vor kurzem noch ein Architekturbüro, eine Yogaschule und ein Start-up für Online-Nudelsuppenversand untergebracht. Alle drei hatten aber mittlerweile positiv auf mein Angebot reagiert, die Räume besser sofort zu verlassen, um sich jede Menge Ärger zu ersparen. Von allen Kindergartenbewerbungsgesprächen, die ich mit Katharina zusammengeführt hatte, war uns beiden das Gespräch bei Wie ein Fisch im Wasser besonders absurd vorgekommen. Wenn sich zwei Elternteile gemeinsam einen Kindergarten anschauen, weil sie eine Betreuung für ihr Kind suchen, dann stellt sich für normaldenkende Menschen die Frage, wer betreut in der Zeit des Bewerbungsgesprächs das Kind? Katharina und ich waren zu der sehr logischen Lösung gekommen, Emily einfach mitzunehmen. Wohin, wenn nicht in einen Kindergarten, kann man denn sein Kind sonst bedenkenlos mitnehmen? Als wir im Kindergarten ankamen, wurden wir fast entrüstet gefragt, ob wir Emily nicht lieber im Auto lassen wollten. Das würde den Verlauf des Assessments weniger stören. Die Parkplätze vor dem Haus seien von den Räumlichkeiten aus gut einzusehen. Gut einzusehende Parkplätze waren für mich nicht das letzte, sondern gar kein Entscheidungskriterium für die Wahl eines Kindergartens. Damit war das Bewerbungsgespräch in unseren Augen maximal erfolgreich gelaufen. Nach nur 30 Sekunden hatten wir die Klarheit, dass unsere Emily bei diesen Menschen in den völlig falschen Händen wäre. Nichtsdestoweniger blieben wir mit Emily. Schon allein, weil wir einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz hatten. Somit hatten wir auch einen Rechtsanspruch darauf, uns diesen Humbug hier mal genauer anzusehen. Und es lohnte sich. Die drei Gesellschafter Hipster hatten aus dem Vorstellungsgespräch in der Tat eine Art Assessment Center gemacht. Vier Elternpaare und eine Mutter waren gekommen. Drei davon konnten ihr Kind bei den Großeltern unterbringen. Die einzelne Mutter hatte ihr Kind bei meiner besseren Hälfte gelassen. Alle schauten Emily an, als wäre es ein Zeichen von sozialer Verwahrlosung, abends ein Kind in einen Kindergarten mitzubringen. Wir mussten zunächst einen schriftlichen Test ausfüllen, in dem abgefragt wurde, was wir über wie ein Fisch im Wasser wussten. Die Eltern links und rechts von uns schrieben wie die Bekloppten. Als ich bei der einen Mutter abgucken wollte, drehte sie mir ernsthaft den Rücken zu, mich am Abschreiben zu hindern. Da Katharina und ich lediglich wussten, dass der Kindergarten von unseren beiden Wohnungen innerhalb von zehn Minuten mit dem Auto erreichbar war, überließen wir Emily Test und Stift zum Malen. Anschließend gab es ein kreativ-motivatorisches Gruppengespräch. Hier sollte jedes Elternpaar erzählen, warum das Kind der Eltern rechts von ihnen, von denen außer Emily keines anwesend war, wohl eine Bereicherung für den Kindergarten wäre. Katharina und ich waren zu dem Zeitpunkt bereits nicht mehr besonders ernst bei der Sache. Deshalb wiesen wir die Eltern links von uns darauf hin, dass Emily über übersinnliche Fähigkeiten verfüge. Sie könne dumme Menschen sehen. Aber leider müssten wir genau deswegen jetzt schnell nach Hause, um Emilys Sinne hier nicht überzustrapazieren. Das nächste Mal hatte ich erst wieder mit dem Kindergarten zu tun, als ich herausstellte, dass das Gebäude des Kindergartens von Dragan aufgekauft werden sollte. Ich hatte deswegen keinerlei Bedenken gehabt, die Kindergartenfatzkes vor die Tür zu setzen. Damals ging ich auch noch davon aus, dass Emily nicht auf diesen Platz angewiesen wäre. So schnell konnten sich die Dinge ändern. Kapitel 24 Kommunikation Wenn Sie Ihre eigene Kommunikation optimieren wollen, dann führt Sie der Weg über die emotionale Intelligenz. Diese Intelligenz lässt sich trainieren, indem Sie Ihre Aufmerksamkeit gezielt trainieren. Gewinnen Sie Einblicke in die Bedürfnisse Ihres Gegenübers. Lernen Sie, Ihren Gesprächspartner besser zu verstehen und einzuschätzen. Joschka Breitner entschleunigt auf der Überholspur Achtsamkeit für Führungskräfte. Dass die Hipster nach dem ganzen verlogenen Bewerbungsgedöns nun meinten, ausgerechnet meiner Tochter einen Strick daraus zu drehen, dass ihnen mein Beruf nicht passte, passte mir gar nicht. Ich hatte meine Probleme mit Dragern durch Achtsamkeit in den Griff bekommen. Das tat mir gut. Diesen Weg wollte ich weitergehen. Ich hatte also nicht die geringsten Hemmungen, sondern große Lust, diesen Fatzkes nun mit Sascha zusammen äußerst achtsam den selbstgerechten Arsch aufzureißen. Für Emily, für mich und ja, auch für Katharina. Selbstverständlich hatte ich mich mental auf den Termin vorbereitet. Mein Achtsamkeitsratgeber war auch in puncto Kommunikation sehr auskunftsfreudig. Wenn Sie Ihre Kommunikation optimieren wollen, dann führt Sie der Weg über die emotionale Intelligenz. Diese Intelligenz lässt sich trainieren, indem Sie Ihre Aufmerksamkeit gezielt trainieren. Gewinnen Sie Einblicke in die Bedürfnisse Ihres Gegenübers. Lernen Sie, Ihren Gesprächspartner besser zu verstehen und einzuschätzen. Ich trainierte also meine emotionale Intelligenz, indem ich überlegte, welche Bedürfnisse mein Gegenüber wohl hatte. Ich wusste, dass meine Gesprächspartner selbstgerechte Gutmenschen waren. Sie verbrachten viel Zeit vor dem Spiegel, um ihr Äußeres zu stylen. Und sie verbrachten viel Zeit vor ihren Apple-Geräten, um via Social Media ihre Reifenschuhfirma schön zu lügen. Sie hatten in erster Linie ein Bedürfnis nach sich selbst, und zwar in einer Friede-Freude-Eierkuchen-Welt. Die Frage war nur, wie viel Friede und Freude wir ihnen bieten mussten, um den Eierkuchen-Kindergarten zu bekommen. Von den drei Hipstern hatte einer BWL studiert und hielt sich für einen Finanzgenie. Ein anderer hatte Jura studiert und hielt sich für einen Anwalt. Der dritte hatte erst ein BWL und dann ein Jurastudium abgebrochen und hielt sich deshalb für kreativ. Keiner von ihnen wäre in seiner Selbstverliebtheit auf die Idee gekommen, zu diesem Gespräch externe Unterstützung hinzuzuziehen. Ich schon. Wir trafen uns im Verwaltungsbüro des Kindergartens. Sascha und ich hatten noch einen Herrn um die 60 mitgebracht, der so unscheinbar war, dass er kommentarlos vor der Tür des Büros auf einem Kinderstuhl Platz nehmen konnte, ohne dass das zu Nachfragen führte. Die Atmosphäre im Büro war eisig. Unkonventionell, wie die drei Jungs waren, verzichteten sie auf den überall sonst auch unter Gegnern üblichen Handschlag zur Begrüßung. Dafür bekamen wir ein Espresso aus einem 5000-Euro-Siebträger angeboten. Als Zeichen der Großkotzigkeit, dass sich die drei Herren selbst für ihren Kindergarten eine 5000-Euro-Siebträger-Espresso-Maschine leisten konnten. Wir saßen zu fünft an einem kleinen Bewerbungstisch, der eigentlich nur für vier Personen ausgelegt war. Alles in dem Büro war auf Angeberei ausgelegt. Es sah nicht aus wie in einem Raum, in dem die Bedürfnisse von Kindern organisiert wurden. Während sich Hipster Nummer 3 allen Ernstes eine elektronische Pfeife anzündete, indem er auf den On-Button im Pfeifenkopf drückte, ergriff ich das Wort und eröffnete das Gespräch. Wir haben um dieses Treffen gebeten, um ein paar Missverständnisse zu klären. Mich kennen Sie ja schon. Diesen Mann hier sollten Sie vielleicht kennenlernen. Ich zeigte auf Sascha. Das ist Sascha, der neue Geschäftsführer von Wie ein Fisch im Wasser. Ungläubige Irritation in den Gesichtern der Hipster. Aha. Seit wann das denn? Ab gleich. Ich schätze mal so in 20 Minuten. Hipster Nummer 1 schaltete sich in das Gespräch ein. Ich habe keine Ahnung, was der Blödsinn soll. Ich versuchte, das Bedürfnis meines Gesprächspartners nach Verständnis zu verstehen. Und ich versuchte, ihm in einfachen Worten zu erklären, was jetzt geschehen würde. Folgendes wird passieren. Wir bieten Ihnen für Ihre Anteile an der Wie ein Fisch im Wasser G GmbH das anderthalbfache des Anteils Nennwertes. Die Anteile gehen über in die Sergovic Kindergarten und Fisch in GmbH. Der Kindergarten wird weiter betrieben. Alle Kinder haben einen Platz. Sie ihrerseits haben ein wenig mehr Geld und erheblich mehr Freizeit. Der kleine Mann vor der Tür ist ein Notar und erledigt die Formalien für uns. In 10 Minuten ist mein Freund Sascha hier der neue Geschäftsführer und wir können alle nach Hause gehen. Hipster Nummer 1 fragte nur nach dem Teil, den er begriffen hatte. Hätten Sie nicht gesagt, es wäre erst in 20 Minuten alles vorbei? Richtig. Ich habe eine gewisse Zeitspanne für Nachfragen mit eingerechnet. Sascha schaltete sich ein. Sonst noch Fragen? Oder können wir den Notar jetzt reinrufen? Der Notar war Sascha vor ein paar Jahren aufgefallen, als er kopfüber und bis auf einen roten Ball im Mund völlig nackt an einem Andreaskreuz in einem Keller von einem von Dragans Bordellen hing. Sascha sollte alle Kunden kurzfristig von einer gerade beginnenden Razzia warnen. Der Notar war ihm seitdem dankbar, nicht von der Polizei wieder mit den Füßen auf die Erde gebracht worden zu sein. Und er fühlte sich Sascha gegenüber ein wenig verpflichtet, was auch daran lag, dass Sascha den Vorher-Nachher-Zustand in dem Keller mit seinem Smartphone dokumentiert hatte. Die Hipster allerdings waren mit einem zügigen Abschluss alles andere als einverstanden. Hipster Nummer zwei ergriff das Wort. Was reden Sie da? Sie wollen für Ihren Dreckschef aus unserem Kindergarten ein Bordell machen und verlangen nun von uns, dass wir Ihnen dafür unsere Anteile verkaufen? Nein. Wie ich soeben erläutert habe, wird mein Mandant den Kindergarten weiter betreiben. Es geht hier also nicht mehr um die Kinder, sondern nur noch um Ihr Ego. Und dafür habe ich Ihnen gerade ein Angebot gemacht. Hipster Nummer drei war dran mit Reden. Wir sind davon ausgegangen, dass Sie hier sind, um sich für Ihr Verhalten zu entschuldigen. Uns mit Kündigung zu drohen, aus diesem Kinderparadies hier ein Bordell machen zu wollen, so geht das nicht. Sie haben offensichtlich keine Ahnung, wie gut wir in den sozialen Netzwerken verlinkt sind. Ach, da gibt's einen Shitstorm, den werden Sie nie wieder vergessen. Ich hatte wirklich vorgehabt, das Gespräch auf einer emotional freundlichen Ebene zu führen. Wie es schien, musste es da aber erstmal hingebracht werden. Ein Shitstorm war und ist für mich eine Belanglosigkeit, die sich noch nicht einmal zu ignorieren lohnte. Ein völlig inhaltsleerer Begriff, bar jeder Maßeinheit. Eine Behauptung, deren Aufstellung als Beweis ihrer Gültigkeit aber für Digitalisierungsanbeter völlig ausreichte. Die Aussage, macht es nicht, sonst gibt es einen Shitstorm, ist ungefähr so ernst zu nehmen, wie wenn man einem Kind sagt, ist dein Teller leer, sonst stirbt ein Kind in Afrika. Jede Sekunde sterben in Afrika Kinder. Und jede Sekunde schreiben Idioten Scheiße ins Internet. Diese Tatsachen werden nicht besser, wenn man damit droht, jemandem dafür außerhalb jeder Kausalität die Schuld in die Schuhe zu schieben. Der Shitstorm-Hipster hatte also augenscheinlich zunächst mal das Bedürfnis nach Krawall. Achtsam wie ich war, sollte er den gerne bekommen. Wenn dieses Bedürfnis befriedigt war, hätte er ja vielleicht danach ein Bedürfnis nach Harmonie. Kapitel 25 Vergebung Joschka Breitner Entschleunigt auf der Überholspur Achtsamkeit für Führungskräfte Manchmal muss man Menschen zu ihrem Glück zwingen. Ich jedenfalls wollte dem Bedürfnis der Herren nicht länger im Weg stehen. In der Tat möchte ich mich für das entschuldigen, was nun passieren wird, sagte ich freundlich, aber voller Überzeugung mit einem Seitenblick auf Sascha. Wieso? Was wird denn... Ohne Vorwarnung hatte Sascha den Kopf des neben ihm sitzenden Hipsters Nummer 2 genommen und auf die Tischoberfläche geknallt. Blutquoll aus dessen Nase, am Tisch herrschte sprachloses Entsetzen. Nachdem ich mich für diesen Vorfall entschuldigt habe, können wir ja nun zum Geschäftlichen kommen. Schließlich fand Hipster Nummer 2 die Sprache wieder. Der Typ hat mir die Nase gebrochen, rief er und sah seine Mitgesellschafter an. Ruf die Polizei! Die Polizei können Sie gerne rufen. Vielleicht sollten Sie aber lieber vorher Ihre Festplatten löschen. Unsere Festplatten? Wieso? Was ist damit? Wollte Hipster Nummer 3 wissen. Für einen Kindergarten enthält Ihre Festplatte reichlich viel Nazi-Kinderpropaganda, erwiderte ich. So ein Blödsinn! Woher wollen Sie überhaupt wissen, was auf unserem Rechner ist? Weil ich euch die lustigen Sachen da drauf gespielt habe, Conchitas, sagte Sascha in aller Seelenruhe. Mit dem coolen Bestätigungslink für euer hippes Terminverwaltungsprogramm. Hipster Nummer 1 wandte sich dem Rechner auf dem Schreibtisch zu. Er klickte die Maus an und die Desktop-Oberfläche erschien. Als Bildschirmhintergrund hatten sich die Jungs ein Dreier-Selfie von sich selbst an einem Strand in Asien ausgesucht. Drei Strohhüte, drei Ray-Ban-Sonnenbrillen, drei globalisierte Weltverbesserer. Siehst du den Ordner Siegheileheile-Gänzchen? fragte ihn Sascha. Da habt ihr euren Schund drin gelagert. Ganz schlecht versteckt, wenn ihr mich fragt. Über das Terminprogramm hatte Sascha einen Trojaner an die Hipster geschickt, der nun auf dem Desktop lag. Hipster Nummer 1 klickte ebenso ungläubig wie neugierig und mit ängstlich zitternden Händen den Ordner an. Es öffnete sich eine Exe-Datei und installierte etwas auf dem Rechner. Das kann ja wohl nicht wahr sein, sagte der verstörte Hipster. Im gleichen Moment speicherten und verbreiteten sich hunderte Bilder, Bücher, Filme und Plakate deutscher Dunkelpädagogik des vergangenen Jahrhunderts auf dem Netzwerk der Kindertagesstätte. Vom antisemitischen Büchlein Der Giftpilz über das lustige Franzosenhasser-Schützengraben-Kinderbuch Hans und Pierre bis zum Kommunisten-verteufelnden Hitlerjunge Quacks war die komplette Bandbreite der politisch korrekten Kinderunterhaltung des letzten Jahrhunderts vorhanden. Ich blickte zu Sascha. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Der Idiot hat wirklich auf die Datei geklickt. Habe ich dir ja gesagt. Zugriff auf den Rechner eines Fremden kriegst du nur, wenn der Fremde dir die Tür aufmacht. Das Reingehen ist dann ein Kinderspiel. Hipster Nummer 3 hatte als erstes die Fassung wiedergefunden. Nazi-Kinder-Propaganda? Was habt ihr davon, uns so einen Dreck auf den Rechner zu laden? Ich erklärte es ihm gern. Oh, das ist sehr einfach. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, dieses Treffen zu beenden. Erstens, der Typ mit der Auernase ruft die Polizei. Der erzählt dir dann eure Geschichte von den bösen Bordellbetreibern, die euch die Nase gebrochen haben. Wir erzählen dann die Geschichte von den Arschlöchern, die wir bei der Wiederbelebung brauner Erziehungsmethoden erwischt haben. Wir werden dann ja mal sehen, auf welche Geschichte sich die Presse stürzt. Und die zweite Möglichkeit? Ich war mit der ersten noch gar nicht fertig. Im Rahmen der Recherche über eure Vorstellung von politisch korrekter Kindeserziehung wird die Geschichte von Taruk rauskommen. Wer ist Taruk? Taruk, mein Freund, ist euer Mitarbeiter des Monats. Ein siebenjähriger Junge mit Atemwegserkrankungen in einer Fabrik in Sri Lanka. Er lötet und klebt dort seit fast zwei Jahren für euch ohne jeden Atemschutz hippe Gummischuhe zusammen für 15 Cent am Tag. Das ist doch ein Fake! Na nu, wer von uns beiden hat sich denn jetzt diese postfaktische Welt so gemacht, wie die, wie die, wie sie ihm gefällt, he? Ob wahr oder erfunden, würde für Taruk nichts an der Tatsache ändern, dass mit einem Anruf bei der Polizei sowohl euer Kindergarten als auch euer Schuhlabel den Bach runtergeht. So toll, wie ihr in den sozialen Netzwerken verlinkt seid, wird das bestimmt schnell die Runde machen, Mr. Shitstorm, sagte Sascha. Aus dem Kindergarten würde dann mangels Anmeldung wahrscheinlich doch ein Edelbordell. Und wenn ihr drei Jungs schlau seid, dann erfindet ihr schnell irgendeine hippe Möglichkeit, aus gebrauchten dritten Welt autoreifen klimaneutrale Kondome herzustellen. Das wäre dann ein nachhaltiges Geschäftsmodell, ergänzte ich. Das könnt ihr nicht machen! Können, ja. Müssen, nein. Es gibt ja noch Möglichkeit Nummer zwei. Und wie wäre die? Wollte der Hipster mit der blutigen Nase wissen. Jetzt waren wir endlich da angekommen, wo ich von Anfang an hin wollte. Ihr übertragt eure Geschäftsanteile an Wie ein Fisch im Wasser an die Sergovic Kindergarten und Fishing Company. Der Kindergarten wird weiter betrieben, ihr bekommt die Hälfte des Nennwertes der Anteile von uns ausgezahlt und könnt weiter durch Kinderhände eure Idiotenlatschen herstellen lassen. Das Angebot lag vorhin aber beim anderthalbfachen des Nennwertes. Ja, das war bevor wir die Nazi-Propaganda in eurem Netzwerk entdeckt hatten. Also, einverstanden? Hipster Nummer eins war noch nicht einverstanden. Was hättet ihr denn gemacht, wenn ich nicht aus Versehen den Ordner geöffnet hätte? Dann hätten sich die Bilder doch gar nicht auf dem Rechner installiert! Ich klärte ihn auf. Ja, erstens hast du die Datei nicht aus Versehen, sondern aus Verblödung angeklickt. Zweitens hätte Sascha dann nicht einem von euch die Nase gebrochen, sondern jedem von euch mindestens ein Bein. Irgendeiner von euch wäre dann sicherlich zum Rechner gehumpelt, um die Datei anzuklicken. Hipster Nummer drei schaltete sich wieder ein. Da müssen wir erstmal noch zu dritt drüber reden. Ich meine, das sind ja die reinsten Mafia-Methoden. Sascha nahm auch den Kopf von Hipster Nummer drei und knallte ihn auf die Tischplatte. Leider lag dort auch die E-Pfeife. Die Tischplatte brach dem Hipster die Nase, die Pfeife brach ihm einen Zahn raus. Genug diskutiert? Ja, ja, so machen wir das. Ich ging kurz vor die Tür und holte den Notar rein. Das ist Dr. Derkes. Herr Dr. Derkes, die Herren möchten gerne ihre Anteile der Wie-ein-Fisch-im-Wasser-G GmbH an die Sergovic-Kindergarten- und Fisch-in-GmbH übertragen. Zu einem Viertel des Nennwertes. Hipster Nummer eins wollte erst noch etwas sagen, schien dann aber doch ein größeres Interesse an einer intakten Nase, als an einem fairen Preis zu haben. Das Unterschreiben und die notarielle Beurkundung des Vertrages dauerte keine fünf Minuten. Seit unserem Eintreffen waren keine 20 Minuten vergangen. Vor uns standen drei zutiefst gedemütigte, ehemalige Gesellschafter einer Elterninitiative. Eltern, die die Luxuskindheit ihrer Kinder mit der Sklavenarbeit von Kindern in der dritten Welt finanzierten und sich darauf auch noch als verantwortungsbewusste und nachhaltige Gründer einen runterholten. Arschlöcher, die meiner Tochter willkürlich einen Kindergartenplatz verwerten, weil ihnen mein Beruf nicht passte. Zwei von diesen drei Idioten hatten bereits eine gebrochene Nase. Während der Notar seine Sachen zusammenpackte und Sascha am Computer noch ein Dokument ausdruckte, erkannte ich, dass da in der Tat drei zutiefst verletzte Seelen vor mir standen. Und ich begriff in diesem Moment, was mein Achtsamkeitsratgeber mit Vergebung meinte. Vergebung ist etwas sehr Befreiendes, vor allem für den, der vergibt. Wut- und Rachegefühle können sie komplett blockieren. Wenn sie demjenigen, auf den sie wütend sind, vergeben, schaffen sie sich selbst die größte Freiheit. Wenn sie erkennen können, dass derjenige, auf den sie so maßlos wütend sind, selber nur eine verletzte Seele ist, wird ihnen die Vergebung umso leichter gelingen. Mein Gräuel war verflogen. Ich spürte keinen Hass mehr auf diese Jungs, die ihren Hass auf mich auf dem Rücken meiner Tochter hatten ausleben wollen. Ich fühlte mich gelockert und befreit. Ich hatte diesen Jungs vergeben. Entsprechend unverkrampft konnte ich mich dann auch noch von ihnen verabschieden. Ach ja, fiel mir noch ein. Da sich unsere Wege an dieser Stelle trennen werden, ist es mir ein Bedürfnis, ihnen mitzuteilen, was der neue Geschäftsführer ihres ehemaligen Kindergartens als zweite Amtshandlung tun wird. Hipse Nummer 1 mit der noch intakten Nase fragte verdutzt, Was wird er denn als zweites tun? Er wird ihre Absage an meine Tochter zurücknehmen und ihr einen Kindergartenplatz anbieten. Sie wissen, wie meine Tochter heißt? Keiner der drei Hipster wusste das. Alle zuckten verlegen mit den Schultern. Für sie war Emily immer nur das namenlose Kind vom Bäranwalt gewesen. Gut, dann kommen wir jetzt zur ersten Amtshandlung. Herr Geschäftsführer, bitte sehr. Sascha stellte sich vor den Hipster mit der intakten Nase und änderte diesen Zustand mit einem gezielten Schlag. Die Kleine heißt Emily, du Arschloch! Und jetzt unterschreib das hier! Sascha war mit der Vergebung offenbar noch nicht ganz so weit. Kapitel 26 Innerer Widerstand Der innere Widerstand hat eine positive Absicht. Für einen konstruktiven Umgang mit dem inneren Widerstand ist es wichtig, diese positive Absicht des inneren Widerstandes zu erkennen und zu würdigen. Joschka Breitner entschleunigt auf der Überholspur. Abholspur. Achtsamkeit für Führungskräfte. Nach erfolgreich abgeschlossenen Vertragsverhandlungen fühlte ich mich als Anwalt immer ein wenig wie ein Marathonläufer nach dem Zieleinlauf, erschöpft aber glücklich und voller Endorphine. In dieser Hochstimmung fuhr ich zusammen mit Sascha in die Zentrale von Walters Security Firma, um mich mit meinem heute Vormittag dingfest gemachten Beschatter zu unterhalten. Er befand sich noch im Kofferraum des VW Passat vom Security-Pärchen, wobei der Passat in der Tiefgarage eines nichtssagenden Zweckbaus am Stadtrand stand. Meine Schutzengel nahmen uns in Empfang. Die beiden waren kein verliebtes Paar, sondern Vollprofis. Im Neonlicht der Tiefgarage wirkten sie immer noch sportlich und gut aussehend, aber nicht mehr wie die verwöhnten kinderreicher Eltern, sondern wie zwei Menschen, mit denen man nur spaßen sollte, wenn man sie vorher dafür bezahlt hatte. Ich bedankte mich bei den beiden für ihre hervorragende Arbeit. Sascha öffnete den Kofferraum. Es macht schon einen Unterschied, ob man jemanden 36 Stunden und davon 24 Stunden in der prallen Sonne im Kofferraum lässt oder nur 8 Stunden. Im Gegensatz zu Dragan hatte der Typ vor uns noch keine Leichenstarre entwickelt und fing auch noch nicht an zu verwesen. Er legte allerdings eine an Starrsinn grenzende Sturheit an den Tag und war nicht bereit, auch nur ein einziges Wörtchen mit uns zu reden. Die Nummer, die er vor seiner Verladung in den Kofferraum hatte wählen wollen, war noch in seinem Handy gespeichert. Jedenfalls der Teil, den er schon getippt hatte. Die letzten vier Ziffern fehlten, aber die anderen sieben Ziffern stimmten mit der letzten Prepaid-Nummer von Tony überein. In Walters Security-Firma gab es im Keller ein Besprechungszimmer. Die Bezeichnung war bewusst irreführend. Hier gab es keine Teller mit Konferenzkeksen, um eine gesprächsfördernde Atmosphäre zu schaffen. Hier gab es einen handelsüblichen Stromgenerator mit speziell angefertigten Fingerklemmen. Außerdem gab es im Besprechungsraum eine hochmoderne Videokonferenzanlage, mit der eine solch intime Befragung bei Bedarf live zu externen Personen übertragen werden konnte. Mit dieser Anlage ließen sich zudem wunderbar die Ergebnisse einer solchen Besprechung aufzeichnen. Es gab viele Fragen, die ich von diesem Kofferraumtypen gerne beantwortet haben wollte. Zum Beispiel, wer sein Auftraggeber war, was hinter diesem Spiel steckte, ob er auch für den Tod von Murat, den Hinterhalt auf dem Autobahnparkplatz oder die Sprengung meines ehemaligen Firmenwagens verantwortlich war. Auf der anderen Seite aber hatte ich einen inneren Widerstand dagegen, einen wildfremden Menschen an einen Stromgenerator anzuschließen. Mit den Hipstern hatte ich mich sehr achtsam auseinandergesetzt, bevor ich zu dem Schluss kam, dass es deren inneren Bedürfnis nach Krawall entsprach, ihnen von Sascha die Nasen brechen zu lassen. Und genau dieser Weg machte es möglich, den verletzten Seelen, die ich auf dem Weg kennenlernen durfte, zu vergeben. Diesen Typen von mir hingegen kannte ich noch gar nicht. Das, was ich von ihm wissen wollte, sollte ja erst die Grundlage dafür sein, ob ich ihn mochte oder nicht. Ich sah, wie Sascha und das Security-Pärchen diesen Typen mit geübten Griffen und mittels Handschellen sowie einer grobgliedrigen Eisenkette auf einem metallenen Gartenstuhl fixierten. Mir wurde leicht unbehaglich. Bei einem Blick auf einen Eimer mit Wasser, mit dem dem jungen Herren gleich wahrscheinlich die Kleidung zur besseren Leitfähigkeit befeuchtet werden sollte, zauberte mir mein innerer Widerstand sogar einen leichten Schweißfilm auf die Stirn. Alles in mir sträubte sich gegen das, was ich hier sah. Ich verabschiedete mich kurzerhand auf die Toilette, um meinen Achtsamkeitsführer zum Thema inneren Widerstand überwinden zu Rate zu ziehen. Dort stand, Der innere Widerstand hat eine positive Absicht. Für einen konstruktiven Umgang mit dem inneren Widerstand ist es wichtig, diese positive Absicht des inneren Widerstands zu erkennen und zu würdigen. Gelangen Sie in sechs Schritten zu einem konstruktiven Umgang mit Ihrem inneren Widerstand? Ich verinnerlichte die dort gegebenen Ratschläge und ging zügig zurück in den Besprechungsraum. Da Sascha und das Pärchen selber noch einige Schritte vor sich hatten, bis dem jungen Mann die Elektroden des Stromgenerators an die Finger geklemmt werden konnten, nutzte ich die Zeit für eine bewusste Achtsamkeitsübung und folgte mental den gerade gelernten Schritten aus dem Buch. Schritt 1 Achtsam wahrnehmen, was los ist. Beschreiben Sie offen die Situation, in der Sie sich befinden. Nun, ich wollte einem Typen, den ich nicht näher kannte, einen Stromgenerator an die Finger klemmen. Was mir dabei schwer fiel war, ihm den Stromgenerator an die Finger zu klemmen. Schritt 2 Benennen Sie Ihre inneren Anteile. Ihr innerer Widerstand ist nicht allein in Ihrem Körper, er widersetzt sich einem inneren Antrieb. Was ist Ihr Antrieb? Wogegen wehrt sich der Widerstand? Mein Antrieb war, ich wollte gerne in Ruhe und Frieden leben. Ich wollte mein Leben nicht von Machtspielchen irgendwelcher Mafiosi bestimmen lassen. Ich wollte nicht an meinen freien Wochenenden mit einem Infrarotthermometer checken, ob mein Mandant schon gar ist. Ich wollte nicht, dass jemand erschossen wird, wenn ich ein Date mit ihm verpasse. Ich wollte nicht, dass durch eine Scherz-SMS von mir einer mir verhassten Sekretärin die Wohnung zerbombt wird. Ich wollte morgens nicht durch Auto-Explosionen geweckt werden und ich wollte ums Verrecken nicht, dass irgendwelche Arschlöcher meine Tochter bedrohten, gefährdeten oder auch nur beobachteten. Und ich wollte von diesem Typen wissen, wer für diesen ganzen Mist verantwortlich war. Mein innerer Widerstand war, ich hatte gelernt und verinnerlicht, dass man anderen Menschen nicht wehtut. Zumindest nicht, wenn man sie gar nicht kennt. Sich steigernde Stromstöße durch den befeuchteten Körper eines fremden Menschen zu schicken, bevor man überhaupt weiß, wie er heißt, ließ sich damit nicht so weiteres vereinbaren. Ich wollte nicht foltern. Schritt 3. Lernen Sie die positive Absicht des inneren Widerstandes zu verstehen. Wenn Sie jetzt wissen, was der innere Widerstand nicht will, dann versuchen Sie nun herauszufinden, was der innere Widerstand will. Welche positive Absicht hat er? Führen Sie einen Dialog mit Ihrem inneren Widerstand. Fragen Sie ihn zuerst, was ihn stört. Danach fragen Sie ihn, was er anstelle dessen tun möchte. Also gut. Lieber innerer Widerstand, warum möchtest du nicht, dass ich diesem Typen Strom durch den Körper jage? Zu meiner Überraschung antwortete mein innerer Widerstand prompt und ohne lange zu überlegen. Hallo! sagte er. Also, ich kann mir denken, dass das an den Kontaktstellen ziemlich stinken wird. Diesen Geruch wirst du nie mehr aus der Nase bekommen und er wird dich immer daran erinnern, dass du ein Folterer bist, mit einem sehr schlechten Gewissen. Alles klar, hatte ich notiert. Jetzt die zweite Frage. Lieber innerer Widerstand, was möchtest du denn stattdessen? Kannst du dem Typen nicht einfach ein paar Konferenzkekse anbieten und er sagt dir dann alles ganz ohne Strom? Dann hast du ohne schlechtes Gewissen auch deine Antworten. Und ganz automatisch hatte ich die positive Absicht meines inneren Widerstandes herausgefunden. Er wollte mich schlicht und ergreifend vor einem schlechten Gewissen bewahren. Schritt 4 Umbenennung des inneren Widerstands Geben Sie Ihrem inneren Widerstand einen positiven Namen, der mit seiner positiven Absicht zu tun hat. Dadurch fällt es Ihnen leichter, ihn wertzuschätzen und seine positive Absicht in den nächsten Schritt einzubringen. Mein innerer Widerstand wollte mich vor einem schlechten Gewissen bewahren. Ich nannte ihn deshalb der Gewissenhafte. Schritt 5 Holen Sie den inneren Widerstand mit ins Boot. Ihr Antrieb hat eine positive Motivation. Wie Sie soeben festgestellt haben, hat auch Ihr innerer Widerstand einen positiven Grundgedanken. Wenn zwei Sachen positiv sind, sind Sie gar nicht grundverschieden. Sie müssen sich nicht widersprechen. Sie können sich auch gegenseitig unterstützen. Schauen Sie, ob es einen Weg gibt, der für Antrieb und Widerstand gangbar ist. Mir war jetzt klar, dass mir das schlechte Gewissen Probleme bereitete, einen mir unbekannten Menschen Auge-in-Auge-Strom durch den Körper zu jagen. Ich würde aber ein viel größeres schlechtes Gewissen haben, wenn dieser Typ meiner Tochter mir oder irgendjemand anderem in meinem Umfeld Schaden zufügen würde, nur weil ich nicht dazu bereit war, den Geruch von verbrannter Haut auszuhalten. Das gute Gewissen, einen mir nahestehenden Menschen vor Schaden bewahren zu können, würde das schlechte Gewissen, einen fremden Menschen zu schaden, überwiegen. Damit letzteres Ersteres nicht allzu sehr schmälen würde, hatte ich sogar zwei Möglichkeiten, Antrieb und Widerstand miteinander zu verbinden. Ich würde diesem Typen ein paar Kekse anbieten und ihn fragen, ob er danach dazu bereit wäre, mir alle weiteren Fragen zu beantworten. Wäre er das nicht, könnte ich ihm ohne schlechtes Gewissen elektrisch auf die Sprünge helfen. Gegen den Geruch würde mir sicherlich die Mentholsalbe meiner Tochter, die ich vergessen hatte, zurückzugeben, helfen. Schritt 6. Gehen Sie diesen Weg konsequent. Wenn Sie einen gangbaren Weg gefunden haben, gehen Sie ihn auch konsequent. Es kann durchaus passieren, dass sich Ihr Antrieb oder Ihr Widerstand zwischenzeitlich meldet, weil Sie von diesem Weg abweichen wollen. Unterhalten Sie sich kurz mit Ihnen, nehmen Sie deren Bedürfnisse ernst, aber bleiben Sie konsequent. Bevor Sascha und das Pärchen in Aktion treten konnten, wandte ich mich also konsequent an den Mann auf dem Stuhl. Ich lächelte ihn verbindlich an und bot ihm höflich ein paar Kekse an. Er wollte keine. Okay. Ich fragte ihn, ob er bereit wäre, mir ein paar Fragen zu beantworten. Er weiß nicht. Also schön. Ich rieb mir meine Oberlippe mit der Kinder-Mentholcreme ein. Das Security-Pärchen und Sascha nahm dankbar auch jeweils eine Fingerkuppe voll. Ich fragte meinen inneren Widerstand, ob es in Ordnung sei, dem Keksverweigerer jetzt die Elektroden an die Finger zu pappen. Der innere Widerstand war nicht nur damit einverstanden, er wies mich auch darauf hin, dass es sinnvoll wäre, dem Typen zum Zwecke der besseren Leitfähigkeit auch noch vorher den Eimer Wasser über den Oberkörper zu gießen. Nachdem der Typ obenrum durchnässt war, übernahm Sascha das mit den Fingerklemmen. Die fünf negativ markierten kamen an die Finger der rechten Hand, die positiv markierten verteilte Sascha auf die Finger der linken Hand. Ich wandte mich interessiert dem Stromregler des Generators zu. Das Security-Pärchen saß derweil dezent in einer Ecke des Raumes und spielte auf dem Handy gegeneinander Quiz-Duell. Nach zehn Minuten wussten wir alles. Wir brauchten nur zwei Stromstöße, um herauszufinden, dass der Typ Malte hieß und aus Chemnitz stammte. Nachdem der Anfang gemacht war, kamen die nächsten Antworten wesentlich energiesparender. Malte war ein Neffe von Toni, ehemaliger Fremdenlegionär und bislang nicht für Dragans Organisation tätig gewesen. Toni hatte ihn angeheuert, um für ihn aufzuräumen, so seine Wortwahl. Was das hieß, könne er nicht sagen. Ein Stromstoß später konnte er es dann doch. Toni hatte Murat vorgeschickt, um Dragan auf den Parkplatz zu locken. Der Typ mit den Handgranaten war irgendein Kleinkrimineller, auch aus Chemnitz, der Igor in Tonis Namen die Handgranaten angeboten hatte. Die Aufgabe des Handgranatentyps sei es gewesen, Dragan, Sascha und Igor in die Luft zu jagen. Der Anschlag sollte dann Boris in die Schuhe geschoben werden, Toni hätte dann Dragans Position eingenommen, Murat wäre Officer geworden und der nachfolgende Bandenkrieg wäre dazu genutzt worden, um die neuen Positionen zu festigen. Aber dann hatte der Bus mit den Kindern ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Darf ich mal? fragte Sascha. Klar. Sascha drehte den Stromregler einmal voll auf. Malte schrie wie am Spieß. Sascha drehte den Strom wieder ab. Ob Sascha denn gar keine Frage habe? Nein, hatte er nicht. Er hatte nur das Bedürfnis, diesen Idioten nochmal grundlos schreien zu hören. Ich durfte weitermachen. Es bedurfte noch eines weiteren Stromstoßes, um von Malte zu erfahren, dass er am Sonntag von Toni beauftragt worden sei, Murat und mich am Montag im Wald zu erschießen. Leider sei ich ja nicht da gewesen, am Wildgehege. Ah! Warum er wieder einen Stromschlag bekommen habe? Er hätte die Frage doch beantwortet. Für das Wort leider. Sascha fragte ihn, woher Toni wusste, dass ich Murat am Montagmorgen mit mir treffen wollte. Nun von der Nachricht auf der Mailbox. Mein Telefon würde ja abgehört werden. Von wem? Keine Ahnung. Ah! Ein weiterer Stromstoß. Jetzt wusste er es wieder. Von der Polizei. Toni habe da einen Vertrauensmann. Wie der hieße? Keine Ah! Möller! Der Typ heißt Möller! Arbeitet bei der Mordkommission! Aha! Und die Handgranaten in der Wohnung von Frau Bregenz? Von wem? Er sah mich ehrlich verwundert an. Dem Kanzleidrachen! Kanzleidrachen! Keine Ah! 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 Ich weiß nichts von einem Kanzleidrachen! Echt nicht! Ah! Gut, das glaubten wir ihm. War auch egal. Ich versuchte es noch einmal anders. Hast du am Dienstag eine Handgranate in die Wohnung einer Frau geworfen? Ja! Hast du heute Morgen mein Auto in die Luft gejagt? Ja! Warum? Um dir zu zeigen, dass du Toni nicht drohen darfst. Gut, keine weiteren Fragen. Habt ihr noch welche? Auf welchem biotechnischen Verfahren basiert das Erfrischungsgetränk Kampionate? Wollte die Security Lady wissen. Malte verstand nicht sofort, dass diese Frage gar nichts mit Dragan oder Toni zu tun hatte, sondern zum Quizduell gehörte, das sie sich gerade mit ihrem Partner lieferte. Sascha und ich verstanden das ein wenig früher und unterstützten das Gedächtnis des jungen Herren mit ein wenig Strom. Was? Keine Gärung! Es nennt sich Gärung! Naja, Fermentation wäre der gesuchte Begriff gewesen, aber das ist das Gleiche auf Lateinisch. Gärung lassen wir also mal gelten. Danke, wollte Malte sich einbringen, aber das wollte keiner hören. Möchtest du lieber draußen im Grün oder essen und trinken? Wollte der Security Typ wissen. Ich würde ganz gerne wieder runter von dem Stuhl! Draußen im Grün! Ich nehm draußen im Grün! Aus welcher Blüte wird das Gewürz Safran gewonnen? Hibiskus! Krokus! Es ist Krokus! Sascha und ich überließen dem Security Pärchen die Autobatterie und den Quizkandidaten. Es war vereinbart, den jungen Herren bis auf weiteres im Besprechungsraum zu lassen. Für ein paar Tage war so etwas immer möglich, ohne dass jemand Fragen stellen würde. Bis dahin würde auch kein Wort der Besprechung diesen Raum ohne mein Einverständnis verlassen. Sascha und ich hatten jetzt Klarheit. Toni war der Verräter, Malte war der Killer, Möller war der Maulwurf. Und wir hatten viele gute Gründe, gegen alle drei etwas zu unternehmen. Sascha, weil Toni versucht hatte, ihn und seinen Chef umzubringen. Ich, weil ich Saschas Chef umgebracht hatte und Toni das Gleiche mit mir versuchen würde. Sascha und ich waren uns also aus unterschiedlichen Gründen einig, dass Toni weg musste. Aber das entschieden nicht wir, das konnte nur Dragan entscheiden. Kapitel 27 Brainstorming Der erste Schritt zu einer guten Lösung ist, überhaupt erst einmal ein Problem zu haben. Viele tolle Lösungsansätze scheitern bereits daran, dass es gar kein Problem gibt, zu dem sie passen. Der zweite Schritt ist es, zu vermeiden, eine einzelne Lösung zu suchen. Es gibt unzählige Lösungen für jedes Problem. Die richtige Lösung wird Sie finden. Machen Sie dazu folgende Übung. Gehen Sie spazieren. Sowohl körperlich als auch in Gedanken. Laden Sie Ihr Problem ein, sie zu begleiten. Warten Sie ab, bis Ihnen das Problem erzählt, was es braucht, um zu verschwinden. Bewerten Sie diese Angebote nicht. Jedes dieser Angebote ist eine Lösung. Laden Sie jede Lösung ein, ein Stück mit Ihnen zu gehen. Mehrere Lösungen, so abwegig sie auch sein mögen, gleichberechtigt in Gedanken neben Ihnen herlaufen zu lassen, um zu schauen, welche von Ihnen passt, nennt sich Brainstorming. Am Ende jedes Spaziergangs werden Sie zu dritt zurückkommen. Sie, Ihr Problem und die passende Lösung. Joschka Breitner entschleunigt auf der Überholspur Achtsamkeit für Führungskräfte. Am Donnerstagmorgen wachte ich erholt auf. Ich war auf einem guten Weg, das Ultimatum von Katharina einhalten zu können. Seit gestern Abend wusste ich auch, dass ich das Ultimatum von Boris würde einhalten können, wenn ich ihm Toni bis zum Montagabend frei Haus lieferte, womit sich das Ultimatum von Toni dann auch erledigt hätte. Dafür war notwendig, dass Sascha und ich heute Abend alle anderen Officer ins Boot holten und überzeugten, dass Toni weg musste. Gerade weil Dragan diese höchstpersönliche Anweisung nicht höchstpersönlich würde geben können, mussten wir beide umso überzeugender auftreten. In der Toni-Seilschaft hing allerdings auch der korrupte Polizist Möller und der junge ostdeutsche Malte mit drin. Und ich musste ganz sicher gehen, dass Toni, bevor er durch Boris zu Dragan in die Verbrecherhölle geschickt werden würde, keinen weiteren Mist anstellen könnte, indem er mir vor Ablauf des Ultimatums einen Strich durch meine Achtsamkeitsrechnung machte. Ich musste also bis heute Abend Lösungen für die Probleme Toni, Möller und Malte finden. Außerdem musste ich auch auf die Forderung von Boris, Dragan zu treffen, sowie die Fragen von Peter Eckmann über die Herkunft des Ringfingers Antworten finden. Und ich musste die, wie auch immer geartete, Lösung für Toni, Möller und Malte so präsentieren, dass ich Dragan's Officer davon überzeugen konnte. Ohne Achtsamkeit wäre mir das ohne Bauch, Kopf und Nackenschmerzen nie geglückt. Ich machte mir zunächst eins klar. Der einzige Mensch, der hier gerade Ansprüche an mich stellt, war ich selber. Und wenn das so war, dann hatte ich es auch selbst in der Hand, wie ich diese Ansprüche an mich formulierte. Ich formulierte also zunächst einmal um. Ich hatte die schöne Gelegenheit, bereits heute Abend mit meinen Officern Lösungswege für alle meine Probleme zu erörtern, sofern sich mir diese Lösungen bis dahin gezeigt hätten. Das hörte sich schon besser an. So, nächster Schritt. Wie war das mit den Lösungen? Zu dem Thema hatte Joschka Breitner ein eigenes Kapitel verfasst. Dort hieß es, der erste Schritt zu einer guten Lösung ist, überhaupt erst einmal ein Problem zu haben. Viele tolle Lösungsansätze scheitern bereits daran, dass es gar kein Problem gibt, zu dem sie passen. Der zweite Schritt ist es zu vermeiden, eine einzelne Lösung zu suchen. Es gibt unzählige Lösungen für jedes Problem. Die richtige Lösung wird sie finden. Machen Sie dazu folgende Übung. Gehen Sie spazieren, sowohl körperlich als auch in Gedanken. Laden Sie Ihr Problem ein, sie zu begleiten. Warten Sie ab, bis Ihnen das Problem erzählt, was es braucht, um zu verschwinden. Bewerten Sie diese Angebote nicht. Jedes dieser Angebote ist eine Lösung. Laden Sie jede der Lösungen ein, ein Stück mit Ihnen zu gehen. Mehrere Lösungen, so abwegig sie auch sein mögen, gleich berechtigt in Gedanken neben Ihnen herlaufen zu lassen, um zu schauen, welche zu Ihnen passt, nennt sich Brainstorming. Am Ende des Spaziergangs werden Sie zu dritt zurückkommen. Sie, Ihr Problem und die passende Lösung. Na also, ich hatte die ersten Schritte zur Lösung bereits erfolgreich hinter mich gebracht. Ich wusste, wo meine Probleme lagen. Da das Officer-Meeting erst für heute Abend angesetzt war, hatte ich den ganzen Tag lang Zeit spazieren zu gehen. Ich zog mir eine bequeme Jeans und ein paar alte Tracking-Schuhe an, ging an der ausgebrannten Parkbucht, in der gestern mein ehemaliger Firmenwagen explodiert war, vorbei, zur Bushaltestelle und fuhr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bis in das Naherholungsgebiet am Stadtrand, in dem ich das letzte Mal vor über zehn Jahren war. Die beiden als Pärchen getarnten Security-Mitarbeiter waren neben mir die letzten und einzigen Fahrgäste, die den Bus an der Endstation mitten im Wald verließen. An einem Donnerstagmorgen um neun Uhr ging sonst niemand spazieren. Auf dem Parkplatz stand ein einzelner Wagen, aber der war schon da, bevor der Bus hielt. Ich bat die beiden, an der Bushaltestelle auf mich zu warten. Ich hatte kein Handy dabei. Niemand war mir gefolgt. Niemand konnte wissen, dass ich um diese Uhrzeit an diesem Ort sein würde. Ich entschied mich für einen gut ausgeschilderten Rundweg von zwei Stunden Dauer und ging los. Sehr schnell meldeten sich die Probleme Peter Eckmann, Toni, Boris, Möller und Malte bei mir und liefen in Gedanken neben mir her. Ich begrüßte alle fünf und beschäftigte mich zunächst mit dem Problem Peter Eckmann. Im Vergleich zu den anderen vier Problemen stellte es eine Besonderheit dar. Ich wusste nicht, wie groß es war. Bei den anderen war das klar. Toni wollte mich töten, Boris wollte mich töten, Malte hatte versucht, mich zu töten und Möller hatte ihm dazu die Informationen geliefert. In Sachen Peter Eckmann und dem gefundenen Finger wusste ich allerdings nicht, was noch auf mich zukommen würde. Der Finger konnte schlimmstenfalls mein Sargnagel bei der Überführung als Mörder sein. Im besten Fall gab es keine verwertbare Vergleichs-DNA von Dragan und die Sache wäre damit erledigt. Wenn Toni und Boris von dem Finger erfuhren und kapierten, dass Dragan entgegen meiner Beteuerung tot war, dann wäre ein Ermittlungsverfahren gegen mich noch mein geringstes Problem. Aber vielleicht könnte ich Einfluss darauf nehmen, ob und wann Toni und Boris davon erfahren würden. Vielleicht. Bestenfalls. Schlimmstenfalls. Auf den Punkt gebracht. Solange ich die Ausmaße des Problems nicht kannte, war es müßig, nach einer Lösung zu suchen. Von daher verabschiedete ich das Problem Peter Eckmann freundlich und wandte mich den anderen Problemen zu, die bereits konkret bestanden. Ich bat das Problem Toni, mir zu erzählen, was es bräuchte, um zu verschwinden. Wie auf Knopfdruck sprudelte es geradezu aus ihm heraus. Das ging von Bring mich zu Dragan über Mach mich zum Chef bis zu Bring mich doch einfach um. Das waren bereits drei mögliche Lösungen für das Problem Toni und ich war erst 500 Meter gegangen. Bring mich zu Dragan würde faktisch auf Bring mich doch einfach um hinauslaufen. Mach mich zum Chef hätte zur Folge, dass ich selber anschließend tot sein würde. Also lief Bring mich doch einfach um am lockersten neben uns mit. Das Problem Boris war etwas einfacher gelagert. Hier ging es nur um Bring mich zu Dragan oder Bring mich um sonst bring ich dich um. Allerdings schien mir die Lösung mit dem Umbringen hier ein wenig komplizierter als bei Toni. Toni stand, wenn ich es geschickt anstellte, ziemlich alleine da. Hinter Boris stand ein ganzes Syndikat, aber ich wollte diesen Lösungsvorschlag an dieser Stelle noch nicht bewerten. Ich war ja froh, dass er sich so schnell gezeigt hatte. Bei dem Problem Malte war es ähnlich. Die Angebote biete mir einen Job an, biete mir Geld an, vermöble mich so, dass ich mich nie wieder traue, etwas Böses zu tun, waren alles mögliche Lösungen. Die vielversprechendste Lösung war aber auch hier das Angebot Bring mich doch einfach um. Etwas anders gelagert war das bei dem Problem Möller. Ich hatte mir bei unserer Befragung von Malte den Kopf darüber zerbrochen, wie ich Klaus Möller, den Maulwurf bei der Polizei, aus dem Verkehr ziehen könnte. Das mochte auf den ersten Blick vielleicht sogar gänzlich überflüssig erscheinen. Möller war keine direkte Gefahr. Dieser Möller bekam nur das mit, was ich über mein abgehörtes Handy kommunizierte und was er auf dem Dienstweg von Peter Eckmann erfuhr. Und nur das konnte er an Toni weitergeben. Ich hätte es also einfach dabei belassen können, über mein normales Handy nicht zu kommunizieren und Peter hätte ich auf die undichte Stelle in den eigenen Reihen hinweisen können. Ich hatte aber nicht zwölf Sitzungen bei einem Achtsamkeitstrainer absolviert, um am Ende der Zeit um jeden Konflikt einen Bogen zu machen. Ich wollte Konflikte aktiv lösen und ich hatte in der Tat einen Konflikt mit einem Vollidioten wie diesem Möller, der meine eisverschmierte Tochter als Beweis dafür herangezogen hatte, ich könnte einem Mörder bei der Flucht behilflich gewesen sein. Vor allem deshalb, weil er damit Recht hatte und folglich ein so großer Vollidiot gar nicht sein konnte. Aber dieser Typ hatte die Informationen von der Beschattung meines Seewochenendes mit Emily an Toni weitergeleitet. Dieser Typ hatte Toni erzählt, dass ich Murat mit mir am Wildgehege treffen wollte und war damit für Murats Tod mitverantwortlich. Und er wäre damit auch für meinen Tod verantwortlich gewesen, wenn ich zu dem Treffen gegangen wäre. Von so einem Menschen wollte ich mir nicht vorschreiben lassen, wie ich mein Handy zu nutzen hatte. Mit anderen Worten, dieser Typ war wirklich ein Problem. Das Problem machte mir folgende Angebote. Zeig mich bei der Polizei an, erpress mich mit der Drohung, dass du mich bei der Polizei anzeigst und bring mich doch einfach um. Möller bei der Polizei anzuzeigen würde viel Arbeit bedeuten, vor allem, weil dann jedes Telefonat und jede SMS von mir durchgekaut werden würden. Dadurch stände ich plötzlich genauso im Fokus der Ermittlungen wie Möller. Die letzte Lösung bring mich doch einfach um, fand ich auch hier am ansprechendsten. Nach nicht einmal einer Viertelstunde im Wald hatte ich für alle vier Probleme gleich mehrere Lösungen gefunden. Und von dieser Vielzahl an Lösungen hatten die optimalsten Lösungen ganz automatisch Schritt mit mir gehalten. Nicht so optimale Lösungen waren von selber wieder gegangen. Für eine Weile ging ich so vor mich hin und obwohl ich mich bis auf die Lösung völlig allein im Wald wehnte, hatte ich plötzlich das Gefühl, als würde ich beobachtet. Außerdem bemerkte ich ein leises mechanisches Sirren über mir. Als ich hochschaute, sah ich sie. Eine kleine Flugdrohne. Die moderne Pest im untersten Luftraum. Sie flog etwa drei Meter über mir. Ich ging nach links. Die Drohne flog nach links. Ich ging zurück. Die Drohne folgte mir. Ich hatte keine Ahnung, wer ein Interesse daran haben sollte, mich mit einer Drohne zu beobachten. Da ich das Security-Pärchen am Waldrand zurückgelassen hatte, musste ich diese Störung alleine beseitigen. Ich nahm mir einen großen Stock vom Boden und warf auf gut Glück nach dem nervenden Fluggerät. Der Wurf war ein Volltreffer. Noch in der Luft zerbrach die Drohne und zerschellte am Boden in dutzend kleine Teile. Wie sich herausstellte, hatte die Drohne einen Durchmesser von fast einem halben Meter, vier Rotoren und eine kleine HD-Kamera. Während ich mich fragte, wer so viel Aufwand betrieb, um mich zu observieren, rannte ein aufgebrachter Typ hinter einem Baum hervor. Sie haben meine Drohne zerstört, rief er aufgebracht. Sie haben mich belästigt, erwiderte ich. Wie kommen Sie auf die bescheuerte Idee, in einem Naturschutzgebiet mit so einem nervigen Leute zu beobachten? Das war ein Spielzeug für meinen Sohn. Was soll ich denn sonst damit üben? In der Fußgängerzone? Außerdem haben Sie das Teil doch erst wahrgenommen, als ich damit runtergegangen bin. In zehn Metern Höhe haben Sie es gar nicht bemerkt. Der Mann sammelte den Dreh nah die Trümmer vom Boden auf. Moment, sagte ich. Das ist ein Kinderspielzeug. Mit Kamera und all dem Quatsch? Wie lange haben Sie mich damit denn beobachtet? Etwa fünf Minuten. Und warum habe ich Sie nicht gesehen? Die Kamera überträgt mir alles auf meinen Überwachungsmonitor. Ich sehe Sie, aber Sie sehen mich nicht. Und wie teuer ist so ein Kinderspielzeug? Das Teil hat über 400 Euro gekostet. Ach, die werden Sie mir ersetzen. Er war aufgestanden und sah mich wütend an. Sonst rufe ich die Polizei. Damit der Typ endlich Ruhe gab, gab ich ihm 500 Euro in bar und den Ratschlag, seine Flugübungen in Zukunft nicht direkt über den Köpfen fremder Leute zu veranstalten. Er verschwand und ich stand wieder allein im Wald. Allerdings verschwand die Drohne nicht ganz aus meinem Kopf, sondern hinterließ den Hauch einer Idee. Ich ging weiter. Sehr schnell gesellten sich wieder meine Lösungen zu mir, die bei allen vier Problemen auf Bring mich doch einfach um hinaus liefen. Im Nachhinein liegt es natürlich auf der Hand. Wenn das Leben eines Menschen das Problem darstellt, ist dessen Tod die Lösung. Aber auf die naheliegende Lösung kommt man in der Situation ja selbst meist nicht. Die Erfahrung, dass es absolut befreiend sein kann, ein Problem einfach umzubringen, hatte ich vor weniger als einer Woche bereits beim Problembereich Dragan gemacht. Diese Hemmschwelle hatte ich bereits überwunden. Und mit dem Mord an Murat, mit dem auch ich hätte getötet werden sollen, hatten Toni, Malte und Möller jedes Recht auf moralische Skrupel meinerseits verwirkt. Es fühlte sich völlig richtig an, diese drei Wichser zu beseitigen. Und nur weil Boris mit dem Mord am Wildgehege nichts zu tun hatte, war das noch lange kein Grund, ihn nicht umzubringen, bevor er das mit mir tat. Allerdings kam es nun darauf an, die Details der Art ihrer Beseitigung auszuarbeiten. Vier Männer, die zumindest über Toni miteinander verbunden waren, sollten sterben. Idealerweise ohne, dass das Gemeinsame, was die vier Verband erkannt werden würde. Auf der anderen Seite wäre es natürlich erstrebenswert, wenn sich aus dem Verhältnis der vier Zielpersonen zueinander irgendeine Form von Synergie ergeben würde, die mir die Arbeit abnahm. Toni wollte ich ohnehin von Boris umbringen lassen, das war klar. Aber vielleicht könnte Toni ja vorher Malte oder Möller übernehmen. Was könnte ich dafür tun? Ich ging brainstormed weiter durch den Wald. Ich dachte an jeden der vier Männer, an seine Hintergründe, seine Vorlieben, seine Stärken und Schwächen. Und wenn Probleme und Lösungen Füße hätten, dann hätte es auf meinem Rundweg Stellen gegeben, an denen der Waldweg von Hunderten von Fußspuren zertrampelt gewesen wäre. Aber am Ende des Weges waren diese Fußspuren immer weniger geworden. Und als ich bei der Bushaltestelle wieder aus dem Wald herauskam, war ich nur noch von vier schlanken Lösungen umgeben, die die Probleme Toni, Boris, Malte und Möller bereits auf ihren Schultern trugen. Ich fuhr mit dem Security-Pärchen wieder zurück in die Stadt. In der Innenstadt ließ ich es mir nicht nehmen, die beiden bei meinem neuen Lieblingsrestaurant zu einem Kaffee einzuladen. Bei der Gelegenheit besorgte ich mir dort gleich die aktuellste Boulevardzeitung. In meinem Apartment angekommen, begann ich die Lösung in die Tat umzusetzen, indem ich sie Dragans Daumen erzählte. Kapitel 28 Geben und Nehmen Wir können geben und wir können nehmen. Dies ist ein Kreislauf. Und wenn sich geben und nehmen das Gleichgewicht halten, geht es uns gut. Wer nur gibt, aber nicht nehmen kann, fühlt sich in diesem Kreislauf ausgelaugt. Und wer nur nimmt, aber nicht geben kann, fühlt sich schlecht. Joschka Breitner entschleunigt auf der Überholspur Achtsamkeit für Führungskräfte. Ich beschäftigte mich bis zum Nachmittag damit, meine im Wald getroffenen Lösungen so auszuarbeiten, dass ich sie in Dragans Namen beim abendlichen Meeting bei den anderen Officern implementieren konnte. Ach, was für ein businesssprachlicher Humbug. Ich schaute zu Hause einfach, was ich brauchte, um meine Lösung voller Wahrhaftigkeit vortragen zu können. Und das waren Dragans Daumen und ein paar Zeitungsseiten. Den Rest des Nachmittags bis zum Officer-Meeting nutzte ich, um meine eigene berufliche Zukunft zu planen. Als Volljurist kann man alles machen. Das bildet sich zumindest jeder Jura-Erstsemester-Student ein. Es stimmt auch insofern, als man dann als Volljurist alles machen kann, wenn man reiche Eltern hat. Wenn man reiche Eltern hat, kann man allerdings auch mit einer Ausbildung als technischer Zeichner, mit einem Praktikum als Gleisbegehr oder auch ohne jede Qualifikation alles machen. Die Dichte von kindernreicher Eltern ist in einer Jura-Erstsemester-Vorlesung allerdings ungleich höher als bei technischen Zeichnern oder Gleisbegehren. Ich war kein kindreicher Eltern und ich konnte nur Anwalt und als solcher am ehesten Strafrecht und Wirtschaft. Da ich die letzten zehn Jahre ausprobiert hatte, ob mir ein Angestelltenverhältnis Spaß machen würde, das tat es nicht, wollte ich nun einmal ausprobieren, wie es mit der Freiberuflichkeit war. Sofern ich den 30. April überleben würde, würde ich zum 1. Mai gerne ein paar schöne Kanzleiräume anmieten, am liebsten in der Nähe meiner Wohnung, in der Nähe des Hauses meiner Tochter und in der Nähe ihres zukünftigen Kindergartens. Das Haus, in dem sich die Räumlichkeiten von wie ein Fisch im Wasser befanden, entsprach nicht nur geografisch diesen Anforderungen. Es war auch, dank meines bisherigen Geschicks in Sachen Räumungsverhandlung, bis auf den Kindergarten leer. Ich beschloss daher, mir die leeren Räume in den oberen Etagen mal genauer anzuschauen und fuhr mit dem Bus dahin. Tatsächlich waren es wunderschöne Büroeinheiten mit hohen Decken, Stuckverzierung, Schiebetüren und einem tollen Parkettboden. Als Edelbordell wäre dieses Haus unschlagbar gewesen. Dragan hatte ein Händchen für solche Visionen. Jetzt hatte ich allerdings den rechten Daumen dieses Händchens als Gipsabdruck bei mir zu Hause und konnte selber entscheiden, was mit der Immobilie passieren sollte. Und was konnte es Schöneres geben als eine eigene Kanzlei direkt über dem Kindergarten von Emily? Ich schlenderte durch die drei leerstehenden Etagen und richtete in Gedanken ein Büro ein, ein Besprechungszimmer, ein Spielzimmer für Emily. Ich war gerade dabei, mir ein Fernsehzimmer mit bequemer Lümmelcouch auszumalen, als mein Telefon klingelte. Es war Peter, Leiter der Mordkommission. Ich hoffte inständig, dass der Anruf nichts mit Fingern, sondern bloß was mit Handgranaten zu tun haben würde. Hallo Peter, was gibt's? Ich wollte dich nur kurz auf dem Laufenden halten wegen deines Firmenwagens. Ach, ich habe keinen Firmenwagen. Gut, also wegen deines Ex-Firmenwagens. Die Explosion wurde durch eine Handgranate ausgelöst. Ich war erleichtert, tat aber verwundert, was mir schwer fiel, da ich diese Information am Vorabend bereits selber mittels mehrerer Stromstöße herausbekommen hatte. Durch eine Handgranate? Wie das? Primitiv, aber wirksame Zündvorrichtung. Die Handgranate wurde mit Panzerband in die hintere Radverkleidung geklebt. Der Sicherungsstift wurde mit einem Draht mit der Filge verbunden. Die kleinste Reifenbewegung hat den Sicherheitsstift aus der Handgranate gezogen und dann Boom. Klingt technisch einfach, aber emotional kompliziert. Drei Dinge kann ich dir sagen. Erstens, die Handgranate war derselbe Typ wie in Frau Bregenzes Wohnung am Dienstag und wie am Autobahnparkplatz am Freitag. Also konnte auch Peter sich ausrechnen, dass Tony hinter dem Anschlag auf mich steckte. Hatte dafür aber keine Beweise. Zweitens, die Granate war so angebracht, dass sie den Fahrer nicht hätte töten können. Hätte dich jemand umbringen wollen, hätte er die Granate unter die vordere Radverkleidung klemmen müssen. Und drittens? Drittens, würde ich dich gerne unter vier Augen sprechen. Klar, wo? Wo bist du? Ich komme zu dir. Ich bin gerade in einer von Draganz Immobilien, Herderstraße 42. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwo ein Café gibt. Welcher Stock? Wie welcher Stock? Ich bin in der dritten Etage. Wieso? Ach, ich bin in zehn Sekunden da. Ich steckte verwundert mein Handy weg und hörte bereits Schritte im Holztreppenhaus. Fünf Sekunden später klopfte Peter an die angelehnte Wohnungstür und kam herein. Was machst du denn hier? fragte ich erstaunt. Das gleiche könnte ich dich fragen. Ich schaue mir eine Immobilie eines Mandanten an. Sag dich doch. Und ich schaue mir Opfer deines Mandanten an. Ich bin vielleicht Opfer eines Handgranatenanschlags, aber doch nicht Opfer meines Mandanten. Es geschehen ja auch noch andere Verbrechen in dieser Stadt, die nichts mit Handgranaten zu tun haben. Ach so? Ich denke da an Körperverletzung, Nötigung, Verleumdung, Computerbetrug. Ich hielt es für ausgeschlossen, dass die Hipster aus dem Erdgeschoss Anzeige erstattet hatten. Sie wussten genau, dass sie noch bis zum Wochenende Zeit hatten, ihre Sachen zu packen und den Geschäftsübergang an die Eltern zu kommunizieren. Wäre dies nicht der Fall, stünden sie vor dem Beruflichen nichts. Ich nickte. Aha, und deswegen ermittelst du ausgerechnet in einem Kindergarten. Naja, war wohl falscher Alarm. Die Frau eines der Gesellschafter hatte sich heute Morgen bei uns gemeldet und wollte mit dem zuständigen Beamten für Dragan Sergovic reden. Der bin ja nun ich. Und was wollte die Frau? Sie sagte mir, ihr Mann sei gestern Abend von zwei Mitarbeitern von Herrn Sergovic massiv bedroht und verprügelt worden. Ihm sei die Nase gebrochen und ein Zahn ausgeschlagen worden. Außerdem sei ihm gedroht worden, ihm ein Bein zu brechen und seine Firmen mit einer Rufmordkampagne zu überziehen, wenn er nicht seine Anteile an dem Kindergarten an Herrn Sergovic übertragen würde. Nase gebrochen und Zahn raus. Das war der Hipster mit der E-Pfeife. Wunderte mich nicht, dass sich diese Lusche bei seiner Frau ausholte. Das sind aber eine Menge unangenehmer Behauptungen. Gibt es dafür Zeugen? Nun, das ist ein bisschen komisch. Ich bin einfach mal rausgefahren zu dem Mann, der hier gerade unten sein Büro im Kindergarten leer räumt. Und er kann sich an all das überhaupt nicht erinnern. Also er hat gar keine gebrochene Nase? Doch. Und der Zahn fehlt auch. Er behauptet aber felsenfest, er sei eine Kellertreppe hier im Haus runtergefallen. Und dafür gibt es Zeugen? Ja. Die beiden anderen Gesellschafter können das bezeugen, die zufälligerweise auch beide gebrochenen Nasen haben. Auch die Kellertreppe? Auch die Kellertreppe. Ach, dann werde ich wohl mal ein Wörtchen mit meinem Mandanten bezüglich des Zustandes der Kellertreppe reden müssen. Gut. Das ist gut. Da ist nur noch, mach dir keine Sorgen. Mein Mandant und seine Mitarbeiter werden von einer Strafanzeige gegen die Ehefrau wegen Verleumdung absehen. Das ist auch gut. Gut. Peter hatte noch etwas auf dem Herzen, das sah ich ihm an. Schließlich rückte er raus mit der Sprache. Ich hab da unten an der Wand ein paar Bilder von den Kindern und ihren Eltern gesehen. Lustiger Zufall. Da waren auch Paul und Mary drauf. Wer sind Paul und Mary? Die Kinder von Karl Breuer. Das ist der Leiter des Bauamts. Mit dem spiele ich regelmäßig Squash. Der äußert sich immer ganz begeistert über Wie ein Fisch im Wasser. Ah, sieh mal einer an. Der Bauamtschef. Immer wenn Dragan eine beschleunigte Bearbeitung für irgendetwas brauchte, äußerte Herr Breuer erst massive Bedenken bezüglich Klima oder Tierschutz, besprach diese dann mit Dragan in einem von Dragan's Bordellen und ließ sich dort die Bedenken wegblasen. Und der feine Herr hatte seine Kinder in meinem Kindergarten. Das war gut zu wissen. Kann sein. Kenn ich nicht. Ist ja nicht mein Kindergarten. Jetzt haben die drei ehemaligen Gesellschafter aber übereinstimmend ausgesagt, dass sie ihre Anteile an dem Kindergarten komplett auf eine Tochterfirma von Dragan übertragen. Weißt du davon? Klar. Ich hab den Deal ja entworfen. Aber du weißt ja, ich bin bloß Anwalt, nicht Erzieher. Sascha ist allerdings gelernter Erzieher. Und Sascha ist der neue Geschäftsführer des Kindergartens. Richtig. Wieso? Also, versteh mich nicht falsch, aber plötzlich wirkte er regelrecht kläglich. Er gab sich einen Stoß. Habt ihr da noch Plätze frei? Ich konnte es fast nicht glauben, dass mein Plan, den ich eigentlich nur gegenüber Sascha zusammen improvisiert hatte, tatsächlich funktionierte. Mit Kindergartenplätzen lockte man Eltern an und machte sie abhängig. Ich hatte mich schon gewundert, warum Peter mir ungefragt die Ermittlungsergebnisse in Bezug auf den Anschlag auf meinen ehemaligen Dienstwagen gegeben hatte. Ganz einfach, weil das Leben ein Geben und Nehmen war. Peter wollte etwas von mir, einen Kindergartenplatz. Der Hipster hatte das Haus noch nicht einmal verlassen und schon waren Sascha, der Leiter des Bauamts und nun auch der Leiter der Mordkommission, die ersten Junkies meiner neuen Droge. Wenn das mal kein guter Start war. Allein schon aus Achtsamkeitsgründen konnte ich Peter die Bitte, seinen Sohn im Kindergarten aufzunehmen, nicht verwehren. In meinem Achtsamkeitsführer stand unmissverständlich, wir können geben und wir können nehmen. Dies ist ein Kreislauf und wenn sich geben und nehmen das Gleichgewicht halten, geht es uns gut. Wer nur gibt, aber nicht nehmen kann, fühlt sich in diesem Kreislauf ausgelaugt und wer nur nimmt, aber nicht geben kann, fühlt sich schlecht. Ich wollte weder, dass Peter sich ausgelaugt, noch dass ich mich schlecht fühlen würde. Natürlich würde ich ihm den Kindergartenplatz geben, allerdings würde ich seinen Sohn nur dann unter meine schützenden Fittiche nehmen, wenn Peter mir dafür den Finger von Dragan geben würde. Du fragst eher allgemein oder ganz konkret für deinen Lukas? Ja, für Lukas. Ach, du glaubst mir gar nicht, wie schwierig das ist, einen Kindergartenplatz zu bekommen. Dieses bescheuerte Anmeldesystem. Kotz. Ja, kenn ich. Wir haben 28 Bewerbungen geschrieben. Wir 31. Und keine einzige Zusage. Bei uns genauso. Nun, da habe ich mir gedacht, frage ich dich einfach mal, ob du Chancen siehst, ob hier eventuell ein Platz frei wird. Ich sah ihn taxierend an. Also, verstehe ich das richtig? Damit dein dreijähriger Sohn nicht weiter Halbtags Haftbefehlsanträge für Dragan als Beschäftigungsmaßnahme in deinem Büro ausmalen muss, fragst du mich, ob Lukas nicht stattdessen in Dragan's Kindergarten aufgenommen werden kann? Nur so als Frage. Kinder sind Kinder und Arbeit ist Arbeit. Außerdem ist das ja gar nicht Dragan's Kindergarten, sondern der einer gemeinnützigen Gesellschaft, deren Gesellschafter eine Tochterfirma von Dragan ist. Ich darf ja auch als Polizist in einer Bar von Dragan ein Bier trinken, wenn ich es selbst bezahle. Und du würdest es in Kauf nehmen, dass Lukas dann eventuell in einer Gruppe mit Emily wäre, deren Vater im Verdacht steht, einen Finger entführt zu haben, der einen Ring trug, der so ähnlich aussah wie der vom Betreiber des Kindergartens. Wer sagt denn sowas, empörte sich Peter. Es gibt fast zehnmal so viele Finger wie Menschen auf der Welt. Da gibt's durchaus mal Verwechslungen. Definiere doch bitte Verwechslungen für mich. Peter Reus bitte sich. Ich hab mir die Akte nochmal genau angesehen. Der Finger ist ja wohl eindeutig auf dem Nachbargrundstück gefunden worden. Also hast du damit schon mal gar nichts zu tun. Leider hab ich auch keine zuverlässige Vergleichs-DNA von Dragan gefunden und das Labor ist wie immer völlig überlastet. Ich denk mir also, dass dieser Finger wohl eher keine Relevanz für den Fall hat. Das hörte sich doch gleich viel besser an. Entspannt steckte ich meine Hände in die Manteltaschen. Ach, das seh ich auch so. Nemo oder Flipper? Bitte? Möchte Lukas lieber in die Nemo oder die Flipper-Gruppe? Da unten tragen alle Gruppen Fischnamen. Delfine sind doch keine Fische. Ach, wenn du einen Platz im hipsten Hipster-Kindergarten der Stadt haben möchtest, dann solltest du das nicht so eng sehen. Willkommen bei Wie ein Fisch im Wasser. Ich reichte Peter die Hand und zog dabei aus Versehen den Nachplappervogel aus der Manteltasche. Er fiel auf den Boden zwischen uns und sagte mit einer absurden Kopfstimme, Ich habe meinen Mandanten zerhackt und bin frei. Schön, dass das Scheißding endlich wieder funktionierte. Doof nur, dass es gerade in dieser Situation geschehen musste. Eine peinliche Gesprächspause entstand zwischen Peter und mir. Was war das? wollte Peter wissen. Was war das? plapperte der Vogel nach. Äh, das ist der Nachplappervogel mit dem defekten Sprachchip, von dem ich erzählt habe. Also, Nemo oder Flipper? Ich steckte den Vogel wieder in meine Tasche. Peter zögerte eine Sekunde. Dann sagte er voller Überzeugung, Flipper! Lukas soll in die Flipper-Gruppe. Eine gute Entscheidung. Das wirst du nicht bereuen. Nicht bereuen, kam es aus meiner Tasche. Kapitel 29 Überzeugen Wenn Sie jemand anderen von Ihrer Meinung überzeugen wollen, gibt es eine ganz einfache Weisheit. Wer sich wohlfühlt, ist offen für Neuerungen. Wer sich unwohl fühlt, schottet sich automatisch ab. Schaffen Sie eine Atmosphäre, in der Sie selbst sich wohlfühlen. Übertragen Sie Ihr Wohlbefinden und Ihre Offenheit auf Ihr Gegenüber. Überraschen Sie es positiv. Machen Sie Ihr Gegenüber neugierig. Reden Sie von dem, was Ihr Vorschlag bringt. Das Überzeugen ist dann meist gar nicht mehr notwendig, sondern längst geschehen. Joschka Breitner entschleunigt auf der Überholspur Achtsamkeit für Führungskräfte. Das Meeting war für 19 Uhr angesetzt. Alle Officer hatten ihr Erscheinen bestätigt. Dragans illegales Unternehmen bestand bisher aus vier klar voneinander abgegrenzten Bereichen. Drogen, Prostitution, Waffenhandel und Schmuggel aller Art. Die Drogensparte führte Toni, getarnt als Geschäftsführer einer Betreibergesellschaft für Bars und Diskotheken. Für Prostitution war Carla zuständig, eine Ex-Prostituierte und Ex-Freundin von Dragan. Sie war offiziell die Geschäftsführerin einer Casting-Agentur. Carla hasste Toni bis aufs Blut, weil Toni in ihr lediglich eine Ex-Nutte sah. Den Waffenhandel betreute Walter, ein ehemaliger Berufssoldat aus der deutsch-französischen Brigade, der jetzt als Geschäftsführer einer Security-Firma arbeitete. Um Schmuggel jeder Art, das umfasste Waren und Menschen, kümmerte sich Stanislav, der in der Öffentlichkeit als Geschäftsführer einer Speditionsfirma auftrat. Unter den Firmen gab es eine Menge Synergieeffekte. Stanislav transportierte Tonis Drogen, Walters Security-Personal führte klärende Gespräche mit Menschen, die Carla nicht ernst nahmen. In Tonis Diskotheken gingen Carlas Casting-Scouts ein und aus. Auf Walters Waffenarsenal konnte jeder Officer zum Einkaufspreis zurückgreifen. Von jeder Firma konnten die Leistungen jeder anderen Firma abgerufen werden. Und neben Drogen, Waffen, Nutten und Sklaven gab es seit Dragans Untertauchen jetzt auch noch Sascha, Officer der geschäftssparte Kinderbetreuung. Beim Officer-Meeting waren vier Punkte zu klären. Ich musste die Officer davon überzeugen, dass Dragan auf unbestimmte Zeit untergetaucht war und die Geschäfte ohne Autoritätsverlust aus der Ferne führen würde. Vorausgesetzt hierfür war, dass alle davon überzeugt waren, dass Dragan noch lebte. Bis auf Toni schien daran aber auch niemand zu zweifeln. Der zweite Punkt hing mit dem ersten Punkt zusammen. Ich musste alle Officer davon überzeugen, dass es Dragan's Wille und am besten für alle war, wenn alles so weiterlaufen würde wie bisher. Sprich, ein Bandenkrieg mit Boris durfte nicht stattfinden. Bis auf Toni hätte daran auch niemand ein Interesse. Der dritte Punkt war, ich musste eine Nutte, einen ehemaligen Berufssoldaten und einen Schmuggler und Menschenhändler davon überzeugen, dass die Übernahme eines Kindergartens in der jetzigen Situation die dringlichste Aufgabe wäre. Eine Aufgabe, die es zudem rechtfertigte, Sascha vom Fahrrad zum Officer zu machen. Dass ich Toni davon nicht würde überzeugen können, war mir jetzt schon klar. Das konnte also gar nicht mein Ziel sein. Ach ja, und Punkt 4 war, alle, außer Toni, davon zu überzeugen, dass Toni von Boris umgebracht werden durfte. Zum Thema Zielsetzung hatte Joschka Breitner mir etwas sehr Weises auf den Weg gegeben. Achtsamkeit ist das Anerkennen von Teilerfolgen. Wer nach 100% strebt, wird selbst beim Erreichen von 90% dieses Ergebnisses zu 100% an seinen Ansprüchen scheitern. Wer nach nur 80% strebt, wird beim Erreichen von 90% zu 100% Erfolg haben. Ich musste mir also gar nicht den Kopf darüber zerbrechen, alle zu überzeugen. Ich musste mir nur Gedanken darüber machen, wie ich Carla, Walter und Stanislav überzeugen konnte. Sascha war ja bereits überzeugt. Auf das Ergebnis, auch Toni zu überzeugen, musste ich erst gar keine Energie verschwenden. Im Gegenteil, wenn alles so lief wie geplant, war es sogar sehr von Vorteil, wenn Toni sich als einziger querstellte. Ich wollte die anderen ja ohnehin gegen ihn aufbringen. Da war es gut, wenn er den Eindruck erweckte, als tierte er das von sich aus. Das Problem Toni war also schon Teil seiner eigenen Lösung. Somit ging es nur noch darum, wie ich möglichst überzeugend auftrat. In meinem Achtsamkeitsratgeber stand unter der Überschrift Überzeugung, wenn sie jemand anderen von ihrer Meinung überzeugen wollen, gibt es eine ganz einfache Weisheit. Wer sich wohlfühlt, ist offen für Neuerungen. Wer sich unwohl fühlt, schottet sich automatisch ab. Schaffen sie eine Atmosphäre, in der sie selbst sich wohlfühlen. Übertragen sie ihr Wohlbefinden und ihre Offenheit auf ihr Gegenüber, überraschen sie es positiv. Machen sie ihr Gegenüber neugierig. Reden sie von dem, was ihr Vorschlag bringt. Das Überzeugen ist dann meist gar nicht mehr notwendig, sondern längst geschehen. Normalerweise fanden Dragan's Officer-Meetings in irgendeinem abgetrennten Bereich irgendeines Malls teuren und ebenso sterilen Nobelrestaurants statt, in einer Atmosphäre der Angst bei Beginn und unendliche Erleichterung nach Beendigung. Jeder Officer war darauf eingestellt, von Dragan aus dem Nichts heraus mit einem Wechsel aus Lob, Jähzorn und Brüllerei überschüttet zu werden. Das Schönste an den Treffen war bislang, dass sie so selten stattfanden. Ich wollte das ändern. Im Vergleich zu der Atmosphäre, die alle kannten, eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, war kein Ding der Unmöglichkeit. Es würde allein schon einen Quantensprung an Entspannung bedeuten, wenn Jähzorn und Brüllerei nicht stattfinden. Für den Rest bauten Sascha und ich auf den Überraschungseffekt. Wir hatten daher in der Herderstraße 42 den Raum der Moby Dick Gruppe für das Treffen vorbereitet. Wir hatten die Maltische aus der Raummitte an den Rand geschoben und sechs Stühle in einem Kreis in die Mitte gestellt. Auf jedem Stuhl lag ein Namenskärtchen in Form eines Pappfisches. Sascha hatte sich tagsüber in die Unterlagen des Kindergartens eingearbeitet und den Caterer gebeten, für den Abend sechs zusätzliche Portionen zu liefern. Die Atmosphäre des Raumes hätte nicht weiter von einem Nobelrestaurant entfernt sein können. Um 19.12 Uhr saßen fünf legalisierte Schwerverbrecher und ein Anwalt im Kreis auf bunten Holzstühlen für maximal Sechsjährige und blickten sich verwundert um. Alle erwarteten unangenehme Ansagen zu den Tagesordnungspunkten, Bandenkrieg, Gewalt und Verrat. Nichts in der Moby Dick Gruppe deutete darauf hin. Über den Köpfen von Carla, Walter und Stanislav schwebte ein deutlich sichtbares Fragezeichen. Über dem Kopf von Toni eine pechschwarze Gewitterwolke. Wenn Sie verunsicherte Mitarbeiter vollends aus dem Lot bringen wollen, gibt es einen todsicheren Trick. Danken Sie ihnen einfach grundlos. Ich eröffnete das Treffen also wie folgt. Ich darf euch allen im Namen von Dragan herzlich dafür danken, dass ihr so spontan hier erscheinen konntet. Eine solche Begrüßung überraschte. Und zwar positiv. Der größte, bislang von Dragans ausgesprochene Dank gegenüber seinen Officern war das Unterlassen von Gebrüll. Dragan ist aus gegebenem Anlass, bis auf weiteres nicht zu erreichen. Er wäre sehr gerne hier gewesen. Allein schon, um euch auf diesen albernen Stühlen sitzen zu sehen. Ein erster Anflug von unsicherer Heiterkeit. Ich habe von Dragan eine ganze Reihe von Botschaften für euch bekommen, ja? Vielleicht fangen wir einfach mal mit der ersten an. Ich öffnete eine Thermobox, die neben mir stand und gab jedem Officer einen abgedeckten Plastikteller. Ein verwundertes Raun ging durch die Runde. Danach entfaltete ich die Boulevardzeitung vom Vortag, die ebenfalls in der Thermobox lag. Sie war gestempelt mit Dragans Daumen. Es waren lediglich zwei Worte umkringelt und miteinander verbunden. Die Heiterkeit war verflogen. Jeder, der Officer befürchtete, auf seinem Teller mindestens die Ohren von Boris zu finden. Ich las die Zeitungsbotschaft vor und hob gleichzeitig die Abdeckung von meinem Teller. Guten Appetit! Auf jedem Teller waren Erbsen und Möhren, Ringelnudeln und Fischstäbchen sowie ein Tetrapack naturtrüber Bio-Apfelsaft. Carla, Walter und Stanislav waren sichtlich erleichtert. Nur Toni war erwartungsgemäß enttäuscht, dass auf dem Teller keine Leichenteile lagen. Was soll das sein? Wollte Toni mit angewidertem Gesichtsausdruck wissen. Ich wollte gerade antworten, da fiel mir Stanislav ins Wort. Alter, das sind Fischstäbchen. Weißt du, wie lange ich keine Fischstäbchen mehr gegessen hab? Das ist bestimmt, ey. Da war ich maximal 15. Und die Ringelnudeln hab ich das letzte Mal auf dem Truppenübungsplatz gegessen. Da kommen Erinnerungen auf, fiel Walter mit ein. Nicht nur Liebe geht durch den Magen, sondern auch Wohlbefinden. Edelrestaurants sind super, wenn man nach außen auf dicke Hose machen will. Sie machen bloß eines nicht. Satt. Und zwar weder, was den körperlichen, noch was den geistigen Hunger angeht. Fischstäbchen mit Ringelnudeln schaffen da aus dem Stehgreif eine ganz andere, offene Atmosphäre. Gibt es auch Capri-Sonne? wollte Carla wissen, die den Strohhalm in den naturtrüben Apfelsaft stocherte. Die hab ich als Kind immer gelebt. Sascha und mir war es mit Hilfe von Kinderstühlen, Namenskärtchen und Fischstäbchen gelungen, aus vier skeptischen Schwerkriminellen drei begeisterungsfähige Kinder im Körper von Schwerkriminellen und einen angepissten Schwerkriminellen zu zaubern. Kann mit der Scheiße hier nichts anfangen? Können wir ja nicht zur Sache kommen? begann Tony die Erinnerung der anderen zu torpedieren. Es gibt ein sehr einfaches Mittel, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich alle bis auf einen wohlfühlen. Dieses Mittel nennt sich Mobbing. Mobbing kann unter Achtsamkeitspunkten etwas sehr Angenehmes sein, zumindest für die Mobber. Sie haben die Freiheit, über einen anderen zu lachen, wenn sie lachen wollen. Und sie haben die Freiheit, nichts für diesen anderen zu tun, wenn sie nichts für diesen anderen tun wollen. Mobber ruhen in dem Moment, in dem sie mobben, zufrieden in dem Glück, nicht selbst gemobbt zu werden. Als Leiter des Meetings sah ich mich in der Verantwortung, mit dem Mobben nun auch anzufangen. Gut, Tony, wenn du keinen Hunger hast, kannst du mir vielleicht mal eben meine Aktentasche mit den restlichen Anweisungen holen, sagte ich, während ich mit den anderen weiter aß und deutete auf meine Aktentasche neben der Eingangstür. Um nicht komplett die Rolle des Schmollkindes zu übernehmen, musste Tony wohl oder übel aufstehen und die Tasche holen. Haben sie es schon mal geschafft, als Erwachsener ohne Gesichtsverlust von einem Kinderstuhl aufzustehen? Nein, haben sie nicht. Das geht nämlich nicht. Und Tonys ganzer, durchtrainierter, harter Körper wirkte einfach nur komplett verloren und albern, als er versuchte, sich von dem viel zu kleinen Sitzmöbel zu erheben. Er scheiterte kläglich. Nirgendwo konnte er seine Beine zu einem anständigen Winkel ansetzen und musste sich nach drei vergeblichen Versuchen schließlich an den Schultern von Sascha und Carla hochziehen. Als er stand, gelang es ihm nicht auf Anhieb wieder ins Gleichgewicht zu finden. Die anderen konnten sich ein Lachen nicht verkneifen. Ihr Wohlbefinden steigerte sich im selben Maße, wie das von Toni sank. Wütend stapfte er zur Tür, holte meine Aktentasche, knallte sie mir vor die Füße und setzte sich wieder hin. Danke, Toni. Das ist aber leider die falsche Aktentasche. Die richtige steht an der Tür zum Garten. Toni guckte entgeistert, der Rest feigste. War nur ein Scherz. Bleib sitzen. Das ist die richtige Tasche. Ich wischte mir den Mund ab, stellte meinen Teller ab und holte aus der Tasche diverse Zeitungsseiten hervor. So, wie ihr alle wisst, sind seit Freitagabend einige Dinge passiert, die man als Unterbrechung des gewohnten Laufs unseres Geschäfts verstehen könnte. Obwohl tatsächlich jeder wusste, was passiert war, fasste ich diese Dinge kurz nochmal für alle zusammen. Angefangen mit dem Hinterhalt für Dragan und Sascha am Freitagabend über Dragan's Untertauchen, dem Tod von Murat, der Handgranate in der Wohnung von Frau Bregenz bis zur Handgranate an meinem Ex-Dienstwagen. Und hinter all dem steckt Boris, unterbrach Toni. Könnt ihr eigentlich noch den Schweigefuchs? fragte ich in die Runde. Kinderstühle, Fischstäbchen und der Wunsch nach Capri-Sonne hatten die Gruppe für weitere Kindheitserinnerungen geöffnet. Sascha und Carla machten sofort das Handzeichen des Schweigefuchses in Richtung Toni. Was bedeutet denn das? wollte Walter wissen. Wer den Schweigefuchs gezeigt bekommt, muss das Maul halten, erklärte Stanislav und zeigte Walter, wie der Schweigefuchs ging. Mittel- und Ringfinger auf den Daumen, Zeige- und Kleinerfinger als Ohren gespitzt. Vier Schweigefüchse zeigten daraufhin auf Toni. Toni schaute nur sprachlos. Er war Waffen und Fäuste als Argumente gewohnt. Mit Schweigefüchsen konnte er nicht umgehen. Ich machte weiter im Text. Dragan will, dass alles so weiterläuft wie bisher. Er lässt sich keinen Bandenkrieg aufzwingen, solange er nicht weiß, von wem und warum. Die Schweigefüchse verschwanden und wich in einem erleichterten Nicken. Und warum sagt uns Dragan das nicht selber? wollte Toni wissen. Die Schweigefüchse tauchten wieder auf und bekamen Gesellschaft von vier tadelnd geschüttelten Köpfen. Ich ging auf Tonis Frage nicht direkt ein. Sollte es Differenzen mit Boris geben, so klärt die Dragan. Und nur Dragan. Und zwar über mich. Und nur über mich. Alle anderen Geschäfte laufen weiter wie gehabt. Verstanden? Vier nickende Schweigefüchse, ein schweigender Toni. Gut, dann habe ich hier jetzt die persönlichen Anweisungen von Dragan einmal an euch alle zusammengefasst. Und dann an jeden einzelnen von euch persönlich. Ich lese zunächst mal die Nachricht für alle vor. Die Runde beugte sich gespannt nach vorn, so gut es auf den Stühlen ging. Mir geht es gut. Ich habe viel Zeit, mein Leben zu überdenken. Ich lasse mich von niemandem in einen Bandenkrieg reinziehen. Bis wir Fakten haben, geht alles seinen normalen Gang. Als Zeichen der Normalität wurde der Kindergarten, in dem ihr euch befindet, gestern auf meinen Befehl hin übernommen. Alle Fragen dazu an Björn. Ich zeigte allen die mit Dragan's Daumen gestempelte, über und über mit Kringeln und Linien überzogene Seite der Zeitung von gestern. Danach gab ich jedem der fünf, auch Sascha, eine Seite einer Tageszeitung vom Vortag. Auch für mich gab es eine Zeitung. Um dem Ganzen einen gruppendynamischen Anstrich zu geben, hatte ich mir eine kleine Auflockerung im Namen Dragan's überlegt. Dragan bittet darum, dass jeder jetzt die Botschaften für sich an den Nachbarn rechts von ihm weitergibt, damit dieser die laut vorlesen kann. So können wir alle gemeinsam erfahren, was Dragan für jeden von uns zu sagen hat. Sechs Zeitungsseiten wechselten raschelnd den Besitzer. Ich hatte die Sitzordnung bewusst, so gewählt, dass Toni die Anweisung für Sascha vorzulesen hatte, Carla die für Toni und Sascha die für mich. Toni, ich würde vorschlagen, du fängst an. Übellaunig und aufgrund einer ausgeprägten Leseschwäche sehr langsam begann Toni, die Anweisung von Dragan für Sascha zu entziffern. Sascha wird hiermit zum Officer ernannt. für jahrelange loyale Dienste wird er Geschäftsführer von wie ein Fisch im Wasser. Toni sah auf. Was soll der Scheiß? Toni, bevor wir gemeinsam verbleibende Fragen klären, lass uns doch bitte erstmal alle Botschaften zu Ende lesen. Martin Sascha, der frischgebackene Officer auf Augenhöhe. Carla nahm sich Tonis Botschaft vor. Für Toni gibt es drei Anweisungen. Erstens, Maul geschlossen und Füße stillhalten. Zweitens, deine nächste Drohung ist deine letzte. Drittens, wenn wir die Verantwortlichen für den Scheiß, der hier vorgeht, gefunden haben, übernimmst du die Verhöre. Carla sang die Botschaft fast mit einer amüsierten Engelsstimme. Der Chef-Psychopath hatte dem Psychopathen-Nachwuchs eins aufs Maul gegeben und gleichzeitig Honig um den Bad geschmiert. Toni lief zwischenzeitlich vor Wutrot an, traute sich aber nicht, in die nächsten Botschaften hineinzuplappern. Stanislav las die Botschaft für Carla vor. Carla, der Edelpuff kommt, aber nicht wie geplant in dem Kindergarten, bin auf der Suche nach Ersatz. Walter hatte die Botschaft für Stanislav. Könnte sein, dass du bald ein paar extra Pakete verschicken musst. Warte auf Anweisung von Björn. Ich hatte die Botschaft für Walter. Deine Security observiert ab sofort Boris und stellt Personenschutz für jeden Officer von uns. Verdächtige werden zu Toni gebracht. Sascha schließlich hatte die Botschaft für mich. Du bist bis auf Weiteres in allen Angelegenheiten mein Sprachrohr. Wenn jemand etwas von mir will, geht er zu dir. Wenn du etwas zu den anderen sagst, können die anderen davon ausgehen, es kommt von mir. Vier der fünf Officer waren erleichtert und davon überzeugt, dass Dragan lebte und dass er keinen Krieg wollte und dass ihm das Untertauchen gut zu tun schien und dass ich der tolle Hecht war, der ihm das Untertauchen erst ermöglicht hatte und dass ich sein volles Vertrauen hatte. Die Atmosphäre ohne ihn war viel angenehmer als mit ihm. Die ersten beiden Punkte meiner Agenda waren also bei der Mehrheit der Anwesenden mehr als zufriedenstellend gelöst. Nur Toni konnte nicht mehr an sich halten. Was ist mit Boris? Wann schlagen wir zurück? Was soll mit Boris sein? fragte ich und tat überrascht. Murat, für den ich mich verbirge, hat herausgefunden, dass Boris mein Revier übernehmen will. Jetzt ist Dragan verschwunden und Murat tot, erschossen von Boris. Stand davon irgendwas in irgendeiner Anweisung? stellte ich die Gegenfrage. Nein, deswegen frage ich ja. Carla, was stand noch mal in der Anweisung von Toni? sagte ich an Carla gewandt. Carla las noch einmal genüsslich vor. Maul geschlossen und Füße stillhalten. Ich sah in die Runde. Weitere Fragen? Carla hob die Hand. Ich nick dir zu. Was ist jetzt mit den Plänen für das Edelbordell? Das sollte doch in dieses Haus hier reinkommen, oder nicht? Ja, das kommt, aber nicht in dieses Gebäude. Darf ich fragen, warum nicht? Dank der Information von Peter am Vormittag war die Antwort ganz einfach. Ach, der Leiter des Bauamts hat zwei Kinder hier im Kindergarten. Würde der Kindergarten geschlossen, hätten wir die Genehmigung für die Umbaumaßnahmen nicht bekommen. Wenn wir den Kindergarten aber betreiben, dann wird er umso offener sein für jeden unserer Vorschläge an jedem anderen Ort. Davon wusste ich ja gar nichts, flüsterte Sascha mir zu. Solltest du aber in Zukunft, flüsterte ich zurück. Schließlich bist du der Officer von dem Laden hier. Ach, der feine Herr Breuer, warf Carla amüsiert ein. Bislang hat es ihm immer gereicht, von meinen Mädels überzeugt zu werden. Das ist der nächste springende Punkt bezüglich des Kindergartens, fuhr ich fort. Wenn die eigenen Kinder im Spiel sind, lassen sich die Menschen viel effektiver überzeugen. Heute Morgen hat zum Beispiel kein geringster, als der Leiter der Mordkommission seinen Sohn hier angemeldet. Und genau das bezweckt Dragan mit diesem Kindergarten. Es ist in Dragan's Augen sinnvoll, die Menschen in Zukunft auch über ihre Herzen zu erreichen und nicht bloß über Huren und Heroin. Das ist Dragan so wichtig, dass dieser Kindergarten als eigenständiger Geschäftszweig von jemandem als Officer geführt wird, der sich damit auskennt. In diesem Fall ist das Sascha. Drei Köpfe nickten, bewundernd, ob der Scharfsinnigkeit ihres abwesenden Chefs. Punkt drei meiner Überzeugungsliste war erledigt. Heißt, es sind noch Plätze frei? Wollte Walter wissen. Walter hatte drei Kinder von zwei Frauen. Zwei davon waren volljährig und lebten in Frankreich bei der Ex-Frau. Eine uneheliche Tochter war 15 und lebte hier. Klar, hast du irgendwo noch ein Kleinkind? Ich nicht. Aber meine Schwester, du glaubst echt nicht, wie schwierig es ist, hier in der Stadt einen guten Kindergartenplatz zu bekommen. Dieses Kotz.de ist die reinste Unverschämtheit, stimmte Stanislav zu. Ich sah Stanislav verwundert an. Wo erkennst du denn Kotz.de? Die Tochter meiner neuen Freundin sucht einen Platz. Was ist denn mit Lara und Alexander von Natascha? Brauchen die nicht auch noch was? Wollte Carla von Sascha wissen. Sind schon auf der Liste, antwortete Sascha. Die angenehme Atmosphäre hatte gewirkt. Ich hatte die Gruppe, bis auf Toni, von allen Punkten überzeugt. Nur einen Tag nach der Übernahme des Kindergartens hatten Sascha und ich nicht nur fünf neue Anmeldungen, sondern auch den Leiter der Mordkommission, den Chef des Bauamts und die Officer für Waffen, Prostitution und Menschenhandel auf unserer Seite. Und ich hatte einen Keil zwischen Toni und die anderen getrieben, ohne eine einzige persönliche Anschuldigung gegen Toni geäußert zu haben. Gut, wenn alle Fragen geklärt sind, können wir jetzt zum gemütlichen Teil übergehen, schloss ich die Besprechung. Das Meeting war beendet, leider nicht aus Tonis Sicht. Die Demütigung des Abends waren dann doch ein wenig zu viel gewesen. Toni kochte, aber er sagte eiskalt, alle bleiben sitzen. Ich habe eine Info für euch. Die Polizei hat Dragan's Ringfinger am Montag am See gefunden. Der Anwaltspenner macht uns allen was vor. Das war also der Moment. Toni wusste von Möller auch über den Finger Bescheid. Da er mit dem Rücken zur Wand stand, spielte er seine letzte Karte. Nachdem der Finger für die Polizei kein Problem mehr darstellte, machte Toni daraus ein Problem für den Clan. Ein eisiges Schweigen hing im Raum, alle Officer schauten nun mich an. Da Angriff die beste Verteidigung ist, richtete ich mich direkt an Toni. Und warum kommst du mit dieser wichtigen Information erst jetzt drüber? blaffte ich ihn an. Weil ich erstmal sehen wollte, was für ein Affentheater du hier abziehst, um uns alle zu verarschen. Dragan ist tot! Sein Ringfinger liegt bei der Polizei in einer Plastiktüte und sein Daumen kann alles Mögliche stempeln, bevor er vergammelt. Du hast Dragan getötet! Walter war der Erste, der die Sprache wiederfand. Björn, stimmt das mit dem Finger? Selbstverständlich stimmt das mit dem Finger, antwortete ich. Alle Officer sahen mich überrascht an. Jedenfalls insofern, als dass die Polizei einen Finger mit Dragan's Ring dran gefunden hat. Allerdings nicht Dragan's Finger. Hör auf, uns alle für blöd zu verkaufen und sag endlich, was Sache ist, brüllte Toni. Ich blieb ganz ruhig. Was Sache ist? Sache ist, dass ich hier im Gegenteil zu dir meinen Job mache. Dragan wollte untertauchen, von der Bildfläche verschwinden. Leider läuft ein sehr eindeutiges Ermittlungsverfahren wegen Totschlags gegen ihn. Es gibt im Grunde nur drei Möglichkeiten, ein solches Verfahren zu beenden. Erstens durch Verurteilung, und das wollte Dragan nicht. Zweitens durch Einstellung, aber das ist bei der Beweislage mit dem Video völlig undenkbar. Und drittens durch den Tod des Beschuldigten. Wenn die Polizei also einen Finger mit Dragan's Ring am See findet, dann, weil Dragan wollte, dass dieser Finger dort gefunden wird. Damit die Polizei glaubt, Dragan ist tot. Und ich kann nicht beruhigen, du Arschloch. Der Ring ist von Dragan. Der Finger nicht. Zumindest hatte ich es geschafft, dass Carla, Walter, Sascha und Stanislav nicht sofort auf Tonys Seite überschwenkten. Ihnen leuchtete meine Argumentation ein. Denn entweder war ich ein Mörder und Verräter oder ein genialer Held. Sicher waren sie sich aber anscheinend noch nicht. Toni ließ nicht locker. Ach, und wie bitte hat Dragan diesen Ring von seinen Wurstfingern abbekommen? Genauso wie du seit Jahren in Dragan's Arsch gekrochen bist. Mit viel Schwung und einem Eimer Vaseline. Toni polterte von seinem Stuhl und musste von Walter und Stanislav zurückgehalten werden, damit er mir nicht in den Hals ging. Fick dich, du Assi! Es gibt keinen Beweis dafür, dass nicht du Dragan's Finger abgehackt hast und uns alle mit diesem Zeitungsquatsch komplett verarscht! Trotz der Schlüssigkeit all meiner Argumente hatte Toni mit dieser Behauptung leider recht. Es gab niemanden, der bezeugen konnte, dass Dragan wirklich lebte. Und da mir nichts einfiel, was ich darauf sagen sollte, schwieg ich. Die anderen sahen von mir zu Toni und dann wieder zu mir. Offensichtlich erwartete man ein klärendes Wort. Man wollte den schlagenden Beweis, den ich nicht hatte. Okay, dachte ich mir. Ich sehe die Sache einfach mal ohne zu bewerten. Ich habe es geschafft, meinen Chef umzubringen und damit von Samstag bis Donnerstag durchzukommen. An dieser Stelle ist dann wohl Schluss. Schluss mit den Lügen, Schluss mit dem Stress. Das war's. Entspann dich. In dem Moment, in dem ich gerade dachte, den Stress, den meine Scharade trotz aller Achtsamkeit noch ausgelöst hatte, genauso los zu sein wie meine Zukunft, meldete sich eine Stimme zu Wort und behauptete das Gegenteil. Doch es gibt einen Beweis. Die Stimme kam von Sascha. Alle Augen richteten sich auf ihn. Dragan hat noch heute Morgen mit mir telefoniert. Und du, Arschloch, er zeigte auf Toni, verpiss dich jetzt besser. Toni warf mir einen vernichtenden Blick zu und zischte. Montag, Alter. Bis Montag sehe ich Dragan oder dieser Kindergarten ist für dich vorbei. Er wandte sich um und ging. Als er fort war, atmeten alle auf. Ich lächelte tapfer und wollte die anderen ebenfalls entlassen. Doch Carla, Walter und Stanislav wollten unbedingt noch den Rest des Kindergartens sehen. Kapitel 30 Delegieren Wenn Sie subjektiv das Gefühl haben, dass Ihnen alles zu viel wird, dann kann das Objektiv einen ganz einfachen Grund haben. Es ist tatsächlich alles ein wenig zu viel. Lassen Sie nicht nur subjektiv los, tun Sie das auch objektiv mit Ihren Aufgaben. Loslassen ist gut. Loslassen heißt nicht fallen lassen. Aus der Hand geben heißt nicht verlieren. Das Zauberwort heißt delegieren. Übergeben Sie Teile Ihrer Arbeit in Liebe jemandem, der die Arbeit mit dieser Liebe übernimmt. und Sie erhalten in der Hälfte der Zeit, die sie alleine belasten würde, gemeinsam das Doppelte des entlastenden Ergebnisses zurück. Joschka Breitner entschleunigt auf der Überholspur Achtsamkeit für Führungskräfte. Was hat der Spacko dir zum Schluss noch gesagt? wollte Sascha wissen, als wir 20 Minuten später auf der Terrasse des Kindergartens standen. Sascha rauchte eine selbstgedrehte Zigarette, ich trank den von Toni verschmähten naturtrüben Apfelsaft, Carla war auf der Toilette, Walter und Stanislav deckten sich im Büro mit Werbematerial für die Schwester und die Freundin ein. Was zu erwarten war, bis Montag will Toni Dragan sehen oder ich bin tot. Die feige Sau, aber der Rest hat doch hervorragend funktioniert. Ich war froh, dass Sascha es von sich aus ansprach. Ich wusste, dass er nicht mit Dragan telefoniert haben konnte, aber ich wusste nicht, ob Sascha wusste, dass ich das wusste. Warum hatte er gelogen? Nur um Toni eines auszuwischen oder kannte er die Wahrheit? Die Neugier, das herauszufinden, überwog. Du hast also heute Vormittag mit Dragan telefoniert, sagte ich mit ausdrucksloser Stimme. Sascha sah mich einen Moment eindringlich an, bevor er sprach. Björn, ich habe keine Ahnung, was hier gespielt wird. Ich weiß nur, dass wir von deinem Spiel alle mehr profitieren werden als von Tonys, also stell nicht solche Fragen, dann stell ich auch keine. Alles klar, Herr Officer. Dann auch noch mal ganz offiziell meinen Glückwunsch zur Beförderung. Danke, Herr Anwalt. Und übrigens, für die anderen bist du wegen der Sache mit dem Finger der Held, für mich auch. Der Polizei vor zu täuschen, Dragan wäre tot, ist ein genialer Schachzug. Das war gut. Ich brauchte jetzt die Unterstützung aller. Denn es gab eine Menge zu unterstützen. Toni musste ausgeschaltet werden, Boris musste beruhigt werden, der Maulwurf bei der Polizei, Möller, musste mundtot gemacht werden und Malte, der ostdeutsche Attentäter, musste entsorgt werden. Und alles bis Montag. Eine Menge Arbeit für mich allein, auch eine Menge Arbeit für Sascha und mich zusammen. Bei aller Achtsamkeit hätte ich nicht gewusst, wie ich es ohne die Unterstützung der übrigen Officer hätte hinbekommen sollen. Zum Glück bedeutet Achtsamkeit ja nicht, nur noch das zu machen, wozu man willens oder in der Lage ist. Achtsamkeit bedeutet auch, die Dinge, die man will, zu unterteilen in Dinge, zu denen man selber in der Lage ist und in Dinge, zu denen andere viel besser in der Lage sind. Diese Dinge konnte man getrost an vertrauensvolle Menschen abgeben. Ich hatte mit Sascha bereits besprochen, wie wir die Aufgaben verteilen wollten. Ich hatte Sascha versprochen, das mit Dragan zu besprechen. Und Dragan hatte, oh Wunder, dieser Aufgabenverteilung zugestimmt und noch den ein oder anderen Verbesserungsvorschlag gemacht. Wann sagen wir es den anderen? fragte Sascha und löschte die aufgerauchte Zigarette, indem er die Glut auf dem Fliesenboden ausrieb. Die Kippe behielt er in der Hand. Sascha und ich hatten gemeinsam beschlossen, Carla, Walter und Stanislav das Video der Befragung von Malte zu zeigen, sobald Toni weg war. Die drei hatten miterlebt, wie sich Toni aus dem Fenster gelehnt hatte, als es darum ging, Boris die Schuld für die Situation in die Schuhe zu schieben. Es würde jetzt keinen allzu großen Aufwand mehr brauchen, ihn ganz aus diesem Fenster zu schubsen. Vor allem nicht nach seinem Ausraster zum Schluss. Sascha und ich standen neben einer Feuerschale, über der die Kindergartenkinder bei den Hipstern wahrscheinlich im Herbst veganes Stockbrot gebraten hatten. Ich mochte mir eine mentale Notiz, im nächsten Herbst Thüringer Rostbratwürste für den gleichen Anlass zu bestellen. Als Carla, Walter und Stanislav sich ebenfalls nach draußen gesellten, legte Sascha gerade die gestempelten Zeitungsausschnitte in die Feuerschale und verbrannte sie zu Asche. Schade, dass wir die immer verbrennen müssen, sagte Carla. In ein paar Jahren wären das historische Dokumente. Für die du historisch lang im Knast landen kannst, wenn die im Archiv der Polizei landen, konnte ich mir nicht verkneifen zu erwähnen. Aber das wichtigste historische Dokument des heutigen Abends habe ich noch gar nicht vorgelesen. Ich wedelte mit einer weiteren Zeitungsseite. Was ist mit Toni? wollte Carla wissen. Muss die Spaßbremse der Form halber nicht auch dabei sein? Genau um den geht es. Hört einfach zu. Ich faltete die mit Raghans Daumen gestempelte Zeitung auseinander. Das Datum besagte, dass sie vom heutigen Tag war. Sprich, sie war einen ganzen Tag jünger als die Nachrichten von vorhin. Dafür war die Zeitung fast unleserlich mit Kringeln und Strichen übersät. Ich las vor. Wenn Toni euch, wie zu erwarten, frühzeitig verlassen hat, dann schaut euch jetzt bitte das Video an, das Björn mir heute Vormittag geschickt hat. Die drei warfen sich unsichere Blicke zu. Ich zeigte ihnen auf meinem iPhone den Mitschnitt der Befragung von Malte vom Vorabend. Der Inhalt des Videos sorgte für Empörung. Nicht wegen der Folter, sondern wegen der Erkenntnis, die aus den Stromstößen gewonnen werden konnte. Dass nämlich Toni ein Verräter war. Dass Toni Dragan, Sascha und mit Maltes Hilfe auch Murat und mich beseitigen wollte. Dass ihm das im Fall von Murat auch gelungen war, in meinem Fall nicht. Toni hat aber noch vor einer halben Stunde vor versammelter Mannschaft für seinen Mitarbeiter Murat, den er selbst hatte erschießen lassen, die Hand ins Feuer gelegt. Er hatte vor versammelter Mannschaft die Schuld an Murats Tod Boris in die Schuhe schieben wollen. Er wollte nach wie vor einen Bandenkrieg entfesseln. Er hatte uns alle hintergangen. Die Hörngranaten hat das Schwein von mir, sagte Walter. Er sah mich betrübt an. Ich hätte ja keine Ahnung, was der Penner damit vorhat. Lasst uns sofort in dessen Schuppen fahren und den Verräter an Ort und Stelle erledigen. Wir sollten ihm die Elektroklemm von diesem Malte ans Kleinhirntacke an, sagte Carla. Ich hob beschwichtigend die Hände. Lasst uns doch erstmal hören, was Dragan dazu zu sagen hat. Damit entfaltete ich eine weitere Zeitungsseite. Es war ein längerer Text mit dezidierten Anweisungen, wie verschiedene Aufgaben zunächst an alle Officer delegiert werden sollten, um am Ende gemeinsam ein perfektes Ergebnis zu erzielen. Wir erörterten noch eine halbe Stunde lang die Details von Dragan's Plan. Nachdem jeder von uns wusste, was er bis Montag zu tun hatte, verbrannte Sascha auch diese Zeitungsseite und das Treffen war beendet. Kapitel 31 Dankbarkeit Es gibt ein Gefühl, das sehr schnell zu erzeugen ist und das alle negativen Gedanken überlagert. Dieses Gefühl nennt sich Dankbarkeit. Denken Sie bei allen Belastungen, die Sie gerade mit sich herumtragen, spontan an drei Dinge, für die Sie dankbar sind. Das kann der Sonnenstrahl beim ersten Blick nach draußen sein oder die letzte Gehaltserhöhung oder einfach nur ein gutes Gespräch. Fühlen Sie diese Dankbarkeit ganz konkret. Sie können nicht gleichzeitig dankbar und frustriert sein. Joschka Breitner entschleunigt auf der Überholspur Achtsamkeit für Führungskräfte. In der folgenden Nacht schlief ich unruhig. Ich träumte von Drohungen und Verrat, von Folter und Gewalt. Als ich aufwachte, war mir klar, woran das lag. Zum einen natürlich, weil ich mich mit diesen Themen ein Stück weit tatsächlich auseinandersetzen musste, wenn ich den nächsten Montag überleben wollte. Aber warum ließ der Geist sich immer wieder von Negativem runterziehen? Wahrscheinlich, weil Achtsamkeit auch ein gewisses Maß an Disziplin erfordert. Ich hatte vor genau einer Woche meine letzte Achtsamkeitsstunde bei Joschka Breitner besucht. Gestern war der erste Donnerstagabend seit Monaten gewesen, den ich ohne angeleitete Achtsamkeitsübung verbracht hatte. Aber Joschka Breitner hatte mich auf einige Übungen in seinem Buch aufmerksam gemacht, die ich auch alleine durchführen konnte. Ich las eine entsprechende Stelle nach. Es gibt ein Gefühl, das sehr schnell zu erzeugen ist und das alle negativen Gedanken überlagert. Dieses Gefühl nennt sich Dankbarkeit. Denken Sie bei allen Belastungen, die Sie gerade mit sich herumtragen, spontan an drei Dinge, für die Sie dankbar sind. Das kann der Sonnenstrahl beim ersten Blick nach draußen sein oder die letzte Gehaltserhöhung oder einfach ein gutes Gespräch. Fühlen Sie diese Dankbarkeit ganz konkret. Sie können nicht gleichzeitig dankbar und frustriert sein. Ich setzte mich also aufs Bett, schloss die Augen und versuchte an drei Dinge zu denken, für die ich dankbar war. Ich war dankbar für meine Tochter, meine Gesundheit, den vollen Kühlschrank, den Espresso, den ich gleich trinken würde, meine berufliche Freiheit, das Buch von Joschka Breitner, die Unterstützung von Sascha, von Carla, von Walter, von Stanislav, für den Kindergartenplatz für Emily, das nicht zerrissene Band zwischen mir und Katharina, meine Zukunft als Anwalt in einer schönen Kanzlei, die Tatsache, dass ich bereits das Ultimatum von Katharina erfüllt hatte und das von Boris so gut wie Wow, das waren aus dem Stand wesentlich mehr als drei. In meiner ersten Achtsamkeitsstunde war ich nicht dazu in der Lage gewesen, mich auf fünf mich stressende Dinge zu beschränken. Eine Woche nach der letzten Sitzung sprudelte das Positive nur so aus mir heraus. Für jeden einzelnen Punkt meiner Positivliste versuchte ich nun, Dankbarkeit zu spüren. Der Versuch gelang. Ich spürte die Dankbarkeit geradezu körperlich. Die Dankbarkeit durchströmte mich von meinem Sonnengeflecht aus mit einer Wärme, die die kalten Sorgen, die ich kurz vorher noch hatte, wegschmelzen ließ. In diesem Gefühl der Wärme wollte ich den Tag verbringen. Ich wollte meine Dankbarkeit teilen und ich beschloss, sie mit Katharina und Emily zu teilen. Aus Gründen der Dramatik wäre es sicherlich angebracht gewesen, Katharina erst mit Ablauf ihres Ultimatums am 30. April darüber zu informieren, dass ich ihre Forderungen erfüllen würde. Nach Dramatik hatte mir aber auch schon vor meinen Achtsamkeitserfahrungen nie der Sinn gestanden. Jemandem eine frohe Nachricht vorzuenthalten, damit er sich zu einem bestimmten Zeitpunkt dann umso mehr darüber freut, war in meinen Augen völlig sinnfrei. Ein Beispiel. Ihr kettenrauchender Opa wird in drei Tagen 85. Seit einer Woche hustet er Blut. Vor drei Tagen waren sie deswegen beim Onkologen. Heute ist das Ergebnis gekommen, Opa hat lediglich eine Lungenentzündung. Das ist unangenehm, aber kein Todesurteil. Natürlich können sie noch drei Tage warten, bis sie Opa pünktlich zu dessen 85. Geburtstag die Krebsheilung als Geschenk verpackt auf den Geburtstagstisch legen. Alles, was sie ihm dadurch tatsächlich schenken, sind drei Tage Todesangst. Wenn Ihnen das den Effekt wert ist, bitte sehr. Dramatik ist das Gegenteil von Achtsamkeit. Weil ich für den heutigen Tag für mich erfühlt hatte, dass mir Dankbarkeit gut tut, wollte ich Katharina in meiner Dankbarkeit teilhaben lassen und sie darüber informieren, dass Emily den gewünschten Kindergartenplatz bekommen würde. Ich rief sie an und Katharina schlug ein Treffen in einem Café in unserem Viertel vor. Das Café wurde als kinderfreundlich geführt. Die Kinderfreundlichkeit bezog sich darauf, dass auf jedem zweiten Stuhl Mütter aller Alters- und Gewichtsklassen offen ihre Still-BHs hochklappten, während sie Laktose- und koffeinfreie Latte-Macchiatos in sich reingossen. Kinderwagen aller Preisklassen durften von dem Café den Radweg blockieren. Auf der Darmtoilette war ein großzügiger Wickelbereich eingerichtet, auf Kosten der Herrentoilette. In dieser befand sich ein einziges Klo und kein noch so kleiner Wickeltisch. Mutter bröselten vegane Croissants für 3,90 Euro über die Markenklamotten ihrer Kinder und bemitleideten sich gegenseitig wegen ihrer finanziell angespannten Situation. Exakt die wie ein Fisch im Wasserklientel. Emily fand es ja allerdings toll, wenn man mit Kreide die Wand anmalen und die Finger anschließend an den Polstermöbeln abwischen konnte. Trotzdem wirkte alles sehr gepflegt. Ein Teil der hohen Preise war wohl schlicht eine oft genutzte Renovierungsrücklage. Seit wann gehst du in solche Cafés? fragte ich Katharina, nachdem wir eine Sitzgruppe gefunden hatten, von der aus wir Emily beim Malen zuschauen konnten. Seit mein Mann ausgezogen ist, was hat mein Ausdruck mit den Menschen zu tun, mit denen du dich hier umgibst? Das ist doch gar nicht dein Umfeld. Ich brauche ab und an mal den Eindruck, dass es Menschen gibt, mit denen ich nicht tauschen möchte. Auch wenn in deren Leben Mafiabosse und Edelbordelle wohl eher keine Rolle spielen. Dafür ist es mir aber egal, ob ich Sojamilchflecken bei 30 Grad aus einer Jack-Wolfskin-Jacke rauskriege. Verglichen mit den Luxus-Mutter-Problemen, unter denen diese Mädels hier leiden, sind unsere Eheprobleme geradezu lobenswert handfest. Andere Menschen gehen in Cafés, weil sie die Menschen dort mögen. Katharina ging in Cafés, weil sie die Menschen dort hasste. So war sie halt. Ich habe zwei Briefe für dich, sagte ich, ohne auf ihre Bemerkung einzugehen. Ich übergab Katharina zunächst einmal ein Schreiben von Wie ein Fisch im Wasser, im Namen der Hipster. Sehr geehrte Frau Diemel, hiermit möchten wir uns in aller Form bei Ihnen entschuldigen. Wir haben Ihnen in der letzten Woche eine Absage bezüglich der Kindergartenbewerbung ihrer Tochter geschickt. Das war falsch. Ihre Tochter ist das tollste Kind der Welt. Sie sind die tollste Frau der Welt und Ihr Mann, der ebenfalls der tollste Mann der Welt ist, hat auch den tollsten Beruf der Welt. Wir haben eingesehen, dass wir all dies viel zu spät erkannt haben. Um den Weg für einen Neuanfang freizumachen, teilen wir Ihnen hiermit mit, dass wir die Geschäftsführung der Elterninitiative Wie ein Fisch im Wasser freiwillig zum ersten des kommenden Monats abgeben. Der neue Geschäftsführer wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen und ihrer Tochter Emily einen Kindergartenplatz anbieten. Mit freundlichen Grüßen, auch an Emily, Unterschriften. Katharina guckte mich ungläubig an. Ist das Blut? Wo? Da, zwischen den Begriffen tollster Mann und tollster Beruf der Welt. Ich schaute mir den Brief noch einmal genauer an. Da eigentlich alle Hipster kurz vor der Unterschrift des Briefes noch heulend damit beschäftigt gewesen waren, sich Taschentücher in die frisch gebrochenen Nasen zu friemeln, konnte ich das mit dem Blut natürlich nicht ausschließen. Keine Ahnung. Wenn du willst, kann ich die Herren aber bitten, das noch mal neu auszudrucken. Na, ist nicht nötig. Mir gefällt der Brief sehr gut. Will ich wissen, wie du die Leute dazu gebracht hast, das zu schreiben? Durch Achtsamkeit. Wie das denn? Ich habe mich mit ihren Bedürfnissen auseinandergesetzt und ihnen vergeben. Anschließend waren auch sie bereit, ihre Fehler einzusehen und wieder rückgängig zu machen. Und das heißt jetzt für Emily? Ich gab Katharina den zweiten Brief von Wie ein Fisch im Wasser. Liebe Frau Diemel, lieber Herr Diemel, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass für Ihre Tochter Emily in unserer Einrichtung zum 1. August diesen Jahres ein Platz zur Verfügung steht. Emily wird gewiss eine große Bereicherung für Wie ein Fisch im Wasser sein. Bitte melden Sie sich doch kurzfristig zwecks der Vertragsunterzeichnung. Mit freundlichen Grüßen, Sascha Ivanoff. Katharina guckte schon wieder ungläubig. Moment, Sascha Ivanoff? Ist das nicht der Fahrer von Dragan? Mir wurde flau im Magen. Ich atmete tief durch. Richtig. Und der leitet jetzt den Kindergarten? Ach, Dragan war mir was schuldig. Katharina starrte abwechselnd auf die Briefe und ich befürchtete schon, dass sie mir jeden Moment beide um die Ohren hauen würde. Doch dann trat unvermutet ein feuchtes Glänzen in ihre Augen und schließlich nahm Katharina mich tatsächlich in den Arm. Du hast schon wesentlich schlimmere Dinge getan. Danke. Achtsamkeit kann Menschen töten und Nasen brechen und Eisberge zum Schmelzen bringen. Kapitel 32 Eifersucht Eine der ältesten und intensivsten Emotionen der Menschheit ist die Eifersucht. Dieses Gefühl ist verbunden mit Wut, Hass, Angst und Ohrenmacht. Eifersucht verhindert in der Regel ein klares, rationales Denken und alles basiert auf dem Gedanken, jemand anderes sei dafür verantwortlich. Ein Weg, mit ihrer Eifersucht umzugehen, ist das erkennende Annehmen. Nehmen Sie den Schmerz, den Sie fühlen, an, als Ihren Schmerz. Niemand außer Ihnen ist für diesen Schmerz verantwortlich. Niemand außer Ihnen kann ihn beseitigen. Joschka Breitner entschleunigt auf der Überholspur Achtsamkeit für Führungskräfte Während wir noch in dem Café saßen und uns ausmalten, wie es sein würde, wenn Emily ab dem Sommer ein Kindergartenkind wäre, bekam ich eine SMS von Carla auf meinem nicht abgehörten Prepaid-Handy. Hotel Domino, jetzt gleich. Reflexartig wechselte bei Katharina wieder die Stimmung. Hört das denn nie auf mit dem Handy? Katharina wusste, dass ich für die Familie den Achtsamkeitskurs belegt hatte, mich an alle Zeiten mit Emily hielt, mittlerweile meinen Job gekündigt hatte und nun sogar den benötigten Kindergartenplatz erkämpft hatte. Sie wusste nicht, dass ich dafür Dragan ermordet, meine Kanzlei-Chefs erpresst und die Kindergartenleiter bedroht hatte. Sie wusste noch viel weniger, dass ich wegen all dem nun selber mit dem Leben bedroht wurde. Sie hätte aber bemerken können, wie wohl ich mich in dem Augenblick fühlte, den sie mit ihrer Bemerkung gerade zerstörte. Trotzdem hielt sie es für angebracht, all das mit einem sinnlosen Standardsatz zunichte zu machen. Hört das denn nie auf mit dem Handy? In dem Moment war mir klar, dass es unmöglich wäre, mein Leben für meine Frau zu ändern, solange diese ihr eigenes Leben nicht ändern würde. Ich änderte mein Leben also gar nicht mehr für meine Frau. Ich änderte es für mich und Emily. Und das tat schon mehr als gut. Als Reaktion auf die sinnige Bemerkung Katharinas schaute ich auf meine Uhr. Elf Uhr. Dann schaute ich mich in dem Café um. Ich war der einzige Mann. Und dann sagte ich. Ich sag mal so, die Tatsache, dass ich um elf Uhr morgens als einziger Mann mit meiner Frau und meiner Tochter in einem Kindercafé einen überteuerten Espresso trinke, hängt in der Tat viel mit diesem Handy und meinem Beruf zusammen. Alle anderen Männer hocken nämlich gerade vor einem Festnetzanschluss im Büro und kümmern sich dort einen Dreck um den Kindergartenplatz ihrer Tochter. Die Atmosphäre im Café schien Katharina wirklich gut zu tun. Sie schaute sich die anderen Mütter an, sie schaute sich die beiden Briefe an, sie schaute mich an. Und dann sagte sie etwas, das sie seit Jahren nicht mehr gesagt hatte. Sorry, du hast recht. Wie auch immer du das angestellt hast. Danke. Na also, ging doch. Wenn du darauf antworten musst, dann mach ruhig. Nett gemeint, aber eigentlich unverschämt. Katharina war nicht dazu in der Lage zu begreifen, dass diese Erlaubnis im Grunde die Anmaßung beinhaltete, sie hätte das Recht, es auch zu verbieten. Mir war das in diesem Moment egal. Ich hatte in der Tat Wichtigeres zu tun. Der erste Schritt des ersten Teil des gestern Morgen im Wald geborenen und gestern Abend besprochenen Planes hatte laut SMS von Carla funktioniert. Carla hatte die Lebensgefährtin von Klaus Möller, dem für Toni arbeitenden Polizisten, um 15 Uhr ins Hotel Domino bestellt. Dem lag ein achtsam durchdachter Gedanke zugrunde. Ich hatte bei meinem gestrigen Brainstorming im Wald erfahren, dass ich diesen Möller dazu missbrauchen wollte, Toni dahin zu bringen, wo ich ihn gerne haben wollte. Ich wollte Möller schlicht und ergreifend umdrehen und benutzen. Wie aber sollte ich mit den Mitteln der Achtsamkeit einen korrupten Polizisten dazu bringen, mir zu gehorchen? Dazu war erst einmal wichtig, sich in das Gefühlsleben dieses Polizisten hineinzuversetzen. Polizisten sind Beamte. Beamte denken in der Regel rational und lassen sich nicht von ihren Emotionen leiten. Einen rationalen Menschen zu manipulieren ist schwieriger als einen irrationalen Menschen. Ich musste diesen Möller also zunächst einmal dazu bekommen, seine Rationalität über den Haufen zu schmeißen. Jetzt ist Achtsamkeit natürlich in erster Linie für das Gegenteil gedacht. Durch Achtsamkeit soll man mit irrationalen Emotionen fertig werden. Das Schöne an der Achtsamkeit ist ja gerade, dass sie ein friedlicher Weg ist, um selbst die gewaltigsten, explosivsten Emotionsausbrüche zu entschärfen. Aber zum Glück ist dieser Weg keine Einbahnstraße. Gefühle lassen sich ebenso entschärfen wie Bomben. Der grundlegende Unterschied zwischen der Anwendung der Achtsamkeit und dem Entschärfen einer Bombe ist, dass der Bombenentschärfer bei seiner Tätigkeit draufgehen kann. Das kann beim Achtsamsein nicht passieren. Wenn es mit den Methoden der Achtsamkeit heute nicht gelingt, ein Problem zu lösen, dann gelingt es eben morgen. Wenn der Bombenentschärfer heute einen schlechten Tag hat, dann gibt es kein Morgen. Aber das Entscheidende ist, der Bombenentschärfer weiß, wie eine Bombe aufgebaut ist. Das heißt, er kann eine entschärfte Bombe auch wieder scharf machen. Und für die Achtsamkeit gilt, man kann mit dem Wissen der Achtsamkeit um den Aufbau des Seelenfriedens auch umgekehrt aus einem rationalen Menschen ein irrationales Nervenbündel machen, indem man sein Gegenüber ganz bewusst in eine Emotion bringt, die ihm den Boden unter den Füßen wegzieht. Ich war also auf der Suche nach einer Emotion, die dem guten, rationalen Herrn Möller so das Hirn vernebeln würde, dass ich mit ihm machen konnte, was ich wollte. Dazu hatte ich mit Sascha, Carla, Walter und Stanislav in Dragans Namen einen schönen Plan ausgearbeitet. Herr Möller hatte eine auffallend attraktive Lebensgefährtin, Bascha, mit der er ohne Trauschein in eheähnlicher Verbundenheit lebte. Sie war zehn Jahre jünger als er. Eine Polin, die die Vorzüge von einem Beamtengehalt mit Pensionierungsansprüchen durchaus als Statussymbol ansah. Und ihr attraktives Aussehen war für Möller mehr als nur ein Statussymbol. Nach allem, was ich wusste, führten die beiden eine ganz glückliche Beziehung, auch wenn sie optisch überhaupt nicht zueinander passten. Bascha vermied es tunlichst, sich von irgendwelchen Typen anbaggern zu lassen. Das hieß aber nicht, dass sie nicht für Komplimente offen gewesen wäre oder sich nicht von Frauen ansprechen ließ. Deshalb hatten wir beschlossen, dass Carla Bascha auf der Straße ansprechen würde, als seriöse Chefin einer Modelagentur, die auf der Suche nach neuen Gesichtern war. Sie würde Bascha bitten, mit ihr im Hotel Domino, einem als solches nicht erkennbaren seriösen Stundenhotel für Carlas gehobene Escort-Girls, einen Kaffee zu trinken, um die Möglichkeiten zu erörtern, als Hausfrau nebenbei Geld mit Fotoaufnahmen für Werbeprospekte zu verdienen. Sobald ich die Bestätigung von Carla hatte, dass Bascha angebissen hatte und die Erlaubnis von Katharina ein paar SMS zu schreiben, führten Sascha und ich einen vorher geskripteten SMS-Dialog auf den von Herrn Möller abgehörten Handys. Ich? Weißt du, wo Toni ist? Kann ihn nicht erreichen. Sascha? Der lässt sich bestimmt wieder von der Bullenfrau reiten. Ich? Von wem? Sascha? Die junge Blonde von diesem nichtssagenden Schnörres-Heini aus der Mordkommission. Ich? Ach, die Olle von Möller. Sascha? Exakt. Ich? Die hat was mit Toni? Sascha? Immer wenn der gute Möller im Dienst ist. Immer im Hotel Domino. Suite 812. Ich? Ach, gut zu wissen. Danke. Da ich mittlerweile eine gewisse Erfahrung in Sachen Work-Life-Balance hatte, kümmerte ich mich nach dieser geschäftlichen SMS wieder um meine Familie. Ich hatte mich mit der Idee des Delegierens nicht nur angefreundet, sondern sie auch so verinnerlicht und in die Tat umgesetzt, dass ich den weiteren Dingen ganz entspannt ihren Lauf lassen konnte. Zufrieden steckte ich mein Handy weg. Katharina erzählte mir von ihren Plänen, am Samstag mit Emily zu ihren Eltern zu fahren. Wir wussten beide, dass ich hätte mitkommen können. Wir wussten beide, dass ich das nicht tun würde. Wir beschlossen, am Sonntag einen Familienausflug zu unternehmen. Ich schlug vor, Emily den Kindergarten zu zeigen. Sie kannte ihn zwar schon vom Vorstellungsgespräch, aber da hatte ihr Papa dort noch nicht das Sagen gehabt. Der Sonntag würde also ein Familientag werden. Wenn es den Papa am Sonntag überhaupt noch gab. Das wiederum hing unter anderem vom Verlauf des heutigen Freitags ab. Beim Delegieren war vor allem das offene Feedback der Beteiligten wichtig. Von den nachfolgenden Erkenntnissen konnte mir zum Glück Sascha ebenso genau wie amüsiert berichten. Das Lesen des SMS-Dialogs zwischen uns muss für Möller zunächst einmal wie geplant ein emotional ungemein bewegendes Ereignis gewesen sein. Während ich das Handy wieder in meinem Sakko verschwinden ließ und darauf wartete, dass zumindest ein aufgesetztes Lächeln auf Katharinas Gesicht erschien, ließ Möller bereits den soeben abgefangenen Datensatz meines Handys verschwinden, um sofort in seinen Wagen zu springen und zum Hotel Domino zu rasen. Auf dessen Parkplatz tatsächlich der Wagen seiner Lebensgefährtin stand. Rasend vor Wut, Hass und Angst fuhr er in die achte Etage und trat die Tür zur Suite ein. Aus dem Schlafzimmer kamen wildeste Sexgeräusche, aber die Schlafzimmertür war eine massive Doppelschiebetür, abgeschlossen und zum Auftreten schlicht ungeeignet. Was dann passierte, muss live noch um einiges spannender gewesen sein, als es für mich im Anschluss auf Video aussah. Selbstverständlich hatte Carla in jedem Zimmer des Hotels Minikameras versteckt. Es gibt keine wertvolleren Erinnerungen als die ans Fremdgehen, jedenfalls aus Sicht dessen, der das Fremdgehen filmt. Im Wohnzimmer der Suite sah man also einen vor Wut nicht mehr zurechnungsfähigen Polizisten an einer verschlossenen Schlafzimmertür rütteln. In dem Schlafzimmer befanden sich Sascha, Stanislav und das Security-Pärchen, sowie ein auf maximale Lautstärke aufgedrehter Fernseher, der auf das Hotel eigene Pornoprogramm eingestellt war. Sascha und Stanislav lehnten an der Wand, die das Schlafzimmer vom Wohnzimmer der Suite trennte. Das Pärchen wartete, entkleidet im Badezimmer. Herr Möller schrie gegen die Geräusche an, die er nicht dem Fernsehprogramm, sondern seiner Frau und Toni zuordnete. Toni, mach die Tür auf sofort, du hinterhältiges Arschloch! Nichts passierte, unvermindertes Stöhnen hinter der Tür. Ich hab dir alle Infos gegeben und du nimmst mir dafür die Frau! Nichts passierte, bis auf einen lustvollen Schrei hinter der Tür. Ich hab meinen Job für dich riskiert. Jetzt komm sofort da raus und riskiere dein Leben, du feige Sau! Nichts passierte, bis ein sich rhythmisch steigerndes zweistimmiges Brüllen. Wenn du bei drei nicht die Tür aufmachst, dann bringe ich dich und die Schlampe direkt im Bett um! Nichts passierte, außer einem langgezogenen Ja hinter der Tür. Eins, zwei, drei! Ei! Möller verballerte ein ganzes Magazin, wutentbrannt durch die Schlafzimmertür. Die Geschosse drang ins Leere und ohnehin altersschwache Doppelbett. Als das Magazin ganz offensichtlich verschossen war und die blinde Wut von Möller ins Leere ging, schaltete Sascha den Fernseher aus. Nachdem der Platz im Bett sicher zu sein schien, gab Stanislav dem nackten Security-Pärchen ein Zeichen, sich dort hinzulegen und öffnete die Schiebetüren des Schlafzimmers. Davor stand ein vor Wut zitternder Polizist mit Schaum vor dem Mund und weißen Handknöcheln, die sich um eine leergeschossene Pistole klammerten. Überraschung! rief Sascha. Da ist die Kamera! rief Stanislav und zeigte auf den Rauchmelder, in denen die Überwachungskamera installiert war. Aber was? Wo? stammelte der Polizist. Das können Sie uns vielleicht erklären, Herr Möller, antwortete Sascha. Sie haben gerade ein ganzes Magazin Ihrer Dienstpistole durch eine geschlossene Schlafzimmertür in einer illegal von Ihnen betretenen Hotelsuite auf ein Ihnen völlig unbekanntes Pärchen geballert. Was soll denn das? Wo sind Ihre Manieren? Möller war völlig fassungslos. Aber meine Bascha! Toni! Wo sind die? Wo Toni ist, wissen wir nicht. Das interessiert uns im Moment auch gar nicht, informierte ihn Sascha. Ihre Bascha allerdings, fuhr Stanislav fort. Oder, wie Sie sagen, die Schlampe, ergänzte Sascha. Ist hier im Hotel, erklärte Stanislav. Sie hat gerade acht Etagen tiefer ein Gespräch mit der Geschäftsführerin einer Castingagentur. Wenn Sie wollen, holen wir Bascha gerne hoch. Dann erfährt sie, dass sie aus grundloser Eifersucht beinahe ein wildfremdes Pärchen erschossen hätten. Die Bild- und Tonaufnahmen sind spitze. Und dabei erfährt Bascha dann auch, dass sie ihr ein Verhältnis mit diesem Vollasitoni zutrauen, ergänzte Sascha, und die Schlampe bei der Gelegenheit gleich miterschossen hätten. Wenn Sie mich fragen, ist Bascha auf dem Weg zurück ins Erdgeschoss, dann mental schon ihre Ex. Wenn Bascha allerdings an den Aufnahmen kein Interesse hat, dann aber bestimmt der Polizeipräsident. Der muss sich die Aufnahmen sogar anschauen, wenn dieses freundliche Pärchen hier Anzeige gegen Sie wegen versuchten Mordes erstattet. Ich, stammelte Möller. Und dann wären Sie wahrscheinlich Ihren Job und Ihre Lebensgefährtin los, richtig? Ohne Job wären Sie für Madame ja nur ein halber Mann, ergänzte Sascha. Wie man es dreht und wendet. Scheißtag für Sie, Herr Möller. Was? Es soll Nahtod-Erfahrungen geben, bei denen vor dem inneren Auge des Sterbenden der Film des bisherigen Lebens abgespielt wird. Vor dem inneren Auge von Herrn Möller spielte sich in diesem Moment ein Film ab, der den Rest seines zukünftigen Lebens darstellen könnte. Es war wie ein Horrorfilm. Da Herr Möller gerade von einem Wechselbad der Gefühle ins nächste gekippt wurde, Verdammt, meine Freundin betrügt mich. Juhu, meine Freundin betrügt mich nicht. Verdammt, meine Freundin betrügt mich nicht, verlässt mich aber trotzdem. Wie, ich bin meinen Job los? Leistete er keinerlei Widerstand gegen den Vorschlag, den Sascha ihm nun unterbreitete. Herr Möller würde ein letztes Mal polizeiliche Informationen an Toni durchstecken. Informationen, die völlig falsch waren. Anschließend würde Herr Möller nie wieder von Toni hören, nie wieder von dem Pärchen im Hotelbett hören und auch das Video von seinem Auftritt in der Hotelsuite würde er nie wieder zu sehen bekommen. Weil er nämlich seine Bascha heiraten und ein glückliches Leben bis zur Pensionierung führen würde. Das mit dem Heiraten und der Pensionierung würde natürlich nie stattfinden, war aber ein schönes Bild. Und mit Drohungen alleine motiviert man eben nicht zur Mitarbeit. Mit Lügen schon viel besser. Kapitel 33 Lügen Lügen belasten das Gewissen, Wahrheit befreit, sagt man. Das stimmt aber nicht. Der Umgang mit der Wahrheit ist oftmals schwieriger als der Umgang mit der Lüge. Die Wahrheit kann verletzender sein als die Lüge. Manche Wahrheit geht auch niemanden etwas an und darf durch eine Lüge geschützt werden. Wichtig ist, aus welcher Haltung heraus sie sich selber für die Lüge oder für die Wahrheit entscheiden. Joschka Breitner entschleunigt auf der Überholspur Achtsamkeit für Führungskräfte. Wie geplant hatten Sascha und Stanislav Herrn Möller sehr schnell an der Stelle, an der wir ihn haben wollten. Er war wie Wachs in Saschas Händen. Er musste nur noch zügig zu dem geformt werden, was wir brauchten, bevor er endgültig schmolz und zerfloss. Wie nennst du deine Freundin, wenn du sie nicht Schlampe nennst, wollte Sascha wissen. Ich, Bascha, meine Freundin heißt Bascha, antwortete Möller. Das ist mir klar, aber es soll ja Leute geben, die geben ihren Frauen Kosenamen, weil die Frau zum Beispiel Hildrun heißt und dieser Name völlig unerotisch ist. Oder weil die Frau tatsächlich riecht wie eine Rose. Also, wie nennst du Bascha, wenn es romantisch wird? Hase. Und wie nennt sie dich? Tut das was zur Sache? Nein, aber ich bin nun mal der Typ mit dem lustigen Video, also stelle ich auch die lustigen Fragen. Sie nennt mich... Rammler. Sascha wirkte ein Lachen herunter, als er sich vorstellte, wie Rammler Möller mit seinem polnischen Hasen romantisch wurde. Gut, da mal zum Diktat, Herr Rammler. Sascha legte Stift und Papier auf den kleinen Schreibtisch an der Wand und wies Möller an sich zu setzen. Was passiert jetzt? Du bist ab sofort nicht mehr, Mister, ich töte die Schlampe, sondern, Mister, mit dir will ich mein Leben verbringen. Deshalb schreibst du deinem Hasen jetzt einen kleinen Brief, der erklärt, warum du übers Wochenende weg bist. Was heißt weg? Möllers Frage wurde von Sascha übergangen. Schreib folgendes. Mein lieber Hase, ich bin über das Wochenende für unsere Liebe unterwegs. Frag nicht weshalb. Nur so viel, es geht um unsere Zukunft. Am Montag erfährst du alles. Dein dich liebender Rammler. Was diesen Teil des Plans anging, hatte ich ein wenig ein schlechtes Gewissen. Es war moralisch nicht okay, Herrn Möller dazu zu bringen, seine völlig unbeteiligte Lebensgefährtin anzulügen. Aber eine ahnungslose Freundin, die hysterisch nach ihrem verschollenen Polizistenrammler sucht, wäre auch nicht okay, wenn man schon genug mit der Beseitigung von eben diesem Polizisten und zwei Mafiosi zu tun hat. Zum Glück versicherte mir der Ratgeber von Joschka Breitner, dass Lügen an sich nichts Schlimmes ist. In diesem Fall schon mal gar nicht. Lügen belasten das Gewissen. Wahrheit befreit, sagt man. Das stimmt aber nicht. Der Umgang mit der Wahrheit ist oftmals schwieriger als der Umgang mit der Lüge. Die Wahrheit kann verletzender sein als die Lüge. Manche Wahrheit geht auch niemandem etwas an und darf durch eine Lüge geschützt werden. Wichtig ist, aus welcher Haltung heraus sie sich selber für die Lüge oder für die Wahrheit entscheiden. Es wäre ziemlicher Humbug gewesen, wenn Möller auf den Zettel geschrieben hätte, mein Hase, ich bin ein korrupter Bulle, ich hab keine Ahnung, ob wir uns je wiedersehen, wahrscheinlich bin ich gleich tot, dein Rammler. Und wie Sascha mir im Nachhinein berichtete, waren achtsame Argumente zur Motivierung von Möller völlig überflüssig. Nachdem Herr Möller seine Bascha als Schlampe beleidigt und beinahe erschossen hatte, fiel es ihm relativ leicht, sie sogar schriftlich anzulügen. Zumal ihm gerade zwei Mafiosi mit Existenzvernichtung drohten und diese Lüge die einzige Möglichkeit war, dass seine Bascha die Sache mit der Schlampe und dem Erschießen nie erfahren würde. Die Lüge erleichterte ihm die Situation auch ohne Kenntnis von Achtsamkeit ungemein. Er schrieb den gewünschten Zettel sogar in seiner schönsten Schrift. Sascha las sich den Zettel durch und gab ihn der Frau vom Security-Pärchen, das mittlerweile wieder vollständig bekleidet war. Das Pärchen verließ die Suite und begab sich in die Bar des Hotels. Dort fand der Zettel unbemerkt seinen Weg in die Handtasche von Bascha, die ihn vermutlich eine Stunde später auf der Suche nach ihrem Haustürschlüssel dort finden würde. So, sagte Sascha, dann wird es jetzt an der Zeit, dass wir uns um deinen Anruf bei Toni kümmern. Warum soll ich Toni anrufen, wollte Möller ängstlich wissen. Na, ein letzter Anruf bei Toni halt. Das ist dann das Ende einer langjährigen Zusammenarbeit. Was soll ich ihm sagen? Sag ihm, dass unser netter Herr Anwalt Diemel im Keller von Walters Security-Firma irgendein Malte gefangen hält. Aber, Möller dachte offensichtlich mit, woher weiß ich das? Weil Herr Diemel das vorhin per SMS geschrieben hat und du es als ermittelnder Polizist natürlich gelesen hast, erläuterte Sascha. Oder sollen wir diese SMS auch noch für dich faken, damit du in die Gänge kommst, sagte Stanislav. Ja, aber was soll ich ihm genau sagen? Also schön, spielen wir die Sache mal durch. Sascha nahm die Blumenvase, die auf dem Tisch stand, in die linke Hand. Das hier ist Herr Diemel. Dann nahm er die Fernbedienung, die auf dem Fernseher lag, in die rechte. Und das bin ich. Er hob die Fernbedienung an. Ich so zu Herrn Diemel. Ey, der Typ in Walters Keller wird langsam wach. Jetzt hob er die Vase. Herr Diemel so. Hat er schon was gesagt? Ich so. Nö, nur dass er Malte heißt. Ist noch total benommen. Soll ich Toni verständigen? Herr Diemel so. Noch nicht. Ich will den Typen vorher alleine sprechen. Ich so, wann. Er so, in zwei Stunden. Beide so, nix mehr. Sascha sah Möller an. Verstanden? Auf diesem Grundgesprächsniveau fühlte sich Möller offensichtlich heimisch. Er nickte. Dann mal ran ans Handy. Möller holte sein Handy raus und rief bei Toni an. Toni nahm sofort ab. Ohne jede Nachfrage schluckte er, dass offensichtlich der von ihm angeheuerte Killer, warum auch immer, im Keller von Walter hockte. Und dass er offensichtlich kurz davor war, auszupacken. In spätestens zwei Stunden würde er Diemel, also mir, alles erzählen. Toni bedankte sich bei Möller und legte auf. Dem am Vorabend besprochenen Plan folgen, nahm Stanislav Möller unter seine Fittiche und Sascha rief mich an, um Vollzug zu melden. Toni war inzwischen schon auf dem Weg zu Walter. Sascha und ich machten uns ebenfalls auf den Weg. Und den Rest erlebte ich wieder live mit. Es gibt Muskeln in Ihrem Körper, deren Anspannung sofort zur achtsamen Entspannung führt. Die Rede ist von den Muskeln, die Sie zum Lächeln brauchen. Setzen Sie bitte nur für sich alleine ein Lächeln auf. Verfolgen Sie den Verlauf Ihres Lächelns. Spüren Sie, wie die Anspannung der Muskeln um Ihren Mund herum dazu führt, dass sich automatisch Anspannungen in Ihrem Halsbereich lösen. Spüren Sie weiter, wie diese Entspannung wie eine kleine Welle durch Ihren Körper gleitet. Ihr Lächeln setzt sich in allen Körperteilen fort. Lächeln Sie, so oft Sie können, in sich hinein. Joschka Breitner entschleunigt auf der Überholspur. Achtsamkeit für Führungskräfte. Während Sascha und ich und Toni getrennt voneinander zu Walter fuhren, fuhr Stanislav gemeinsam mit Möller in dessen Wagen zu einem abgelegenen Lkw-Parkplatz in einem sehr ruhigen Gewerbegebiet. Sie parkten hinter einem Schwerlaster mit polnischem Kennzeichen. Stanislav bat Herrn Möller, sich selber Handschellen anzulegen und sich damit ans Lenkrad zu fesseln. Da Möller ein wenig störrisch und Stanislav ein wenig genervt war, kam es bei diesem Anlass zu einem kleinen Gerangel, bei dem sich Möller den linken Daumen, den linken Zeigefinger und den Mittelhandknochen brach. Als Möller einsah, dass Stanislav nicht nur über mehr intakte Knochen, sondern obendrein über mindestens eine Dienstwaffe mehr als er, Möller, verfügte, kam der Polizist dieser Bitte, sich selber ans Auto zu ketten schließlich nach. Zu seiner großen Verwunderung öffneten sich anschließend die Ladetüren des polnischen Lkw und gaben einen großen, zur Hälfte leeren Innenraum frei. In der vorderen Hälfte stand ein Geländewagen. Zwei Mitarbeiter von Stanislav befestigten zwei Auffahrrampen an dem Laster. Sie schoben Möller samt Fahrzeug in den Lkw, verzurrten ihn ordnungsgemäß und schlossen die Türen wieder. Sascha und ich kamen zur gleichen Zeit gemeinsam bei strahlendem Sonnenschein auf dem Parkplatz von Walters Firma an. Tonis Wagen stand schon da, direkt vor dem Eingang. Wir warteten noch fünf Minuten und gingen dann in Walters Nachrichtenzentrale im Erdgeschoss, in dem Raum, in dem alle Informationen seiner Patrouillen, seiner Objektüberwachung und auch die Signale aller hausinternen Kameras zusammenliefen. Walter stand mit einem seiner Controller, einem smarten, durchtrainierten Typen mit drei Tagebart und randloser Brille, hinter einem Bedienpult und betrachtete den Bildschirm, der das Verhörzimmer im Keller zeigte. In dem Zimmer lag Malte offenbar bewusstlos auf einem Sofa. Tony kontrollierte gerade, ob die Verhörkamera aus war. Die Deckenkameras, mit denen wir ihn gerade beobachteten, bemerkte der Idiot nicht einmal. Und dass die Lautsprecherboxen der Gegensprechanlage nur dann Sinn ergaben, wenn es in dem Raum auch Mikrofone gäbe, kam Tony offensichtlich nicht in den Sinn. Seit wann ist er da? fragte ich Walter. Ist zehn Minuten vor euch gekommen. Hat eine tierische Welle gemacht, warum er nicht sofort über den Gefangenen informiert worden wäre. Ich habe ihm klargemacht, dass es keinen Gefangenen gibt, sondern nur einen Typen, den unsere Streife dabei beobachtet hat, wie er dich einen ganzen Tag lang verfolgt hat. Ich habe sofort gesagt, die Streife hätte den Typen angesprochen. Der Typ hätte sofort eine Waffe gezogen und die Waffe wurde ihm aus der Hand getreten. Leider konnte der Fuß unserer Streife nicht mehr vor dem Kinn von diesem Typen stoppen. Der Typ ist seitdem bewusstlos. Wahrscheinlich hat er jetzt schon Kopfschmerzen und kommt gerade erst zu sich. Und, hat Tony das geschluckt? wollte Sascha wissen. Absolut. Er hat hier alles zusammengebrüllt. Er hat mich von meinen Leuten daran erinnert, dass Dragan ihm allein die Verhöre übertragen hat. Er hat dreimal gefragt, ob der Typ schon irgendwas gesagt hätte und ist dann nach unten abgeschwirrt. Und da sahen wir ihn nun. Tony begutachtete Malte. Dann gab er ihm eine Ohrfeige. Nichts geschah. Dass Malte tatsächlich nicht bei Bewusstsein war, lag in erster Linie an den K.O.-Tropfen, die ihm Walter genau zu diesem Zweck gegeben hatte. Jetzt schaute sich Tony Maltes geschwollenes, blau verfärbtes und an einer Stelle aufgeplatztes Kinn genauer an. Wie habt ihr das hinbekommen? Sein Kinn sieht echt so aus, als hätte er einen Tritt dagegen bekommen? fragte ich interessiert. Er hat einen Tritt dagegen bekommen, erläuterte Walter. Aber, ich sah überrascht auf, nachdem die K.O.-Tropfen angefangen haben zu wirken, lag er sowieso auf dem Boden. Er hat sich einfach angeboten. War mehr so wie ein laschgetretener Freistoß. War das nötig? Wir hätten auch eine Maskenbildnerin auf ihn loslassen können. Aber nichts sieht mehr nach einem Fußtritt vors Kinn aus, als ein Fußtritt vors Kinn. Geht auch schneller und kostet weniger als so eine Maskenbildnerin. Und ich sag mal so, der Typ hat davon nichts mitbekommen. Der war vorher schon K.O. Okay, okay. Pragmatischer Ansatz. Wird Dragan gefallen? Alle im Raum warteten jetzt gespannt, wie Tony reagieren würde. Wir waren uns sicher, dass Tony Malte beseitigen wollte, um ihn als Zeugen auszuschalten. Darauf basierte Dragan's Plan. Also meiner. Wir waren allerdings unterschiedlicher Meinung, wie Tony das bewerkstelligen würde. Ich war der Ansicht, Tony würde Malte sofort umbringen. Walter war der Meinung, Tony würde Malte zunächst einmal foltern, um herauszubekommen, ob er schon etwas verraten hätte. Und anschließend würde er ihn umbringen. Und Sascha wettete darauf, dass Tony Malte aus Prinzip in einem Rutsch zu Tode foltern würde, völlig egal, ob er dabei noch etwas sagen würde oder nicht. Jeder von uns setzte 50 Euro. Durch meine positiven Erfahrungen mit der absichtsvollen Zentrierung und der Überwindung innerer Widerstände hatte ich keine großen Probleme mit der Tatsache, dass gleich ein Mensch sterben würde. Das war ja bereits das gewünschte Ergebnis meiner achtsamen Betrachtungsweise der Problembereiche Malte und Tony. Hier gab es also keine ungeklärten Emotionen. Allerdings verspürte ich eine gewisse Anspannung in Hinsicht auf die Frage, wie die Tötung Maltes vonstatten gehen würde. Die Anspannung war zu gering, um sie vor den Leuten wegzuatmen, aber sie war ausgeprägt genug, um mich in meinem Wohlbefinden zu beeinträchtigen. Ich erinnerte mich an eine weitere Entspannungsübung von Joschka Breitner. Er nannte das in sich hineinlächeln. Es gibt Muskeln in Ihrem Körper, deren Anspannung sofort zur achtsamen Entspannung führt. Die Rede ist von den Muskeln, die Sie zum Lächeln brauchen. Setzen Sie bitte nur für sich allein ein Lächeln auf. Verfolgen Sie den Verlauf Ihres Lächelns. Spüren Sie, wie die Anspannung der Muskeln um Ihren Mund herum dazu führt, dass sich automatisch Anspannungen in Ihrem Halsbereich lösen. Spüren Sie weiter, wie diese Entspannung wie eine kleine Welle durch Ihren Körper gleitet. Ihr Lächeln setzt sich in allen Körperteilen fort. Lächeln Sie, so oft Sie können, in sich hinein. Ich begann also, in mich hineinzulächeln, um die aufkommende Anspannung sehr schnell und effektiv zu lösen. Ich hatte mit der kleinen Übung keinen Moment zu früh begonnen. Wir beobachteten Toni dabei, wie er sich über Malte beugte und dessen Puls fühlte. Anschließend zog er Malte vom Sofa herunter und ließ ihn auf dem Boden liegen. Dann wandte er sich ab und es sah für einen Moment so aus, als wollte er fortgehen. Aber wie aus dem Nichts heraus drehte sich Toni wieder um, holte dabei mit dem rechten Fuß, der in einem schweren Stahlkappenschuh steckte, aus und trat mit voller Kraft gegen Maltes Kopf. Der Kopf lag anschließend in einem dermaßen unnatürlichen Winkel zum Rumpf auf dem Boden, dass ohne jeden Zweifel klar war, dass Maltes Genick gebrochen und der Mann tot war. Walter, Sascha und auch der Controller wichen erschrocken zurück und guckten angewidert weg. Ich hatte aufgrund meiner in mich hinein Lächeln Übung ein Höchstmaß an Gelassenheit erreicht und konnte entspannt den Geschehnissen auf dem Bildschirm folgen. Als Walter und Sascha sahen, dass ich in einer Situation, die selbst sie als widerwärtig empfanden, einfach nur lächelte, zogen sie wahrscheinlich die völlig falschen Schlüsse. Sie begriffen nicht, dass ich die Bilder nur ertragen konnte, weil ich lächelte. Ein Missverständnis, das meinem wachsenden Ansehen als Führungspersönlichkeit nicht schadete. Ich war nicht nur der geniale Stratege, der der Polizei vorspielen konnte, Dragan sei tot. Ich konnte den Tod obendrein weglächeln, wenn ich ihm gegenüberstand. Ein weiterer Pluspunkt für mich war die Tatsache, dass ich mit meiner Einschätzung richtig gelegen hatte. Toni hatte Malte direkt und ohne viel Foltergedöns um die Ecke gebracht. Ich bekam wortlos von Walter und Sascha jeweils 50 Euro zugesteckt. Wir beobachteten, wie Toni erneut den Puls von Malte fühlte. Es schien keiner mehr da zu sein. Anschließend wuchtete Toni Malte wieder auf das Sofa und legte ihn so hin, wie er ihn vorgefunden hatte. Dann wollte er den Raum verlassen und stellte fest, dass die Tür verriegelt war. Das war der Moment, auf den ich gewartet hatte. Ich betätigte den Knopf für die Gegensprechanlage. Ich sprach zwei Stimmlagen tiefer als normal. Hallo Toni. Toni fuhr sichtlich zusammen. Schreckhaftes Häschen, was? Ja, Bester! Ich bin viele. Vielleicht bin ich Malte, der ein wenig sauer ist, dass du ihn gerade umgebracht hast. Oder ich bin Murat, den Malte für dich erschossen hat. Oder ich bin Dragan, den du hast umbringen wollen. Was soll der Scheiß? Ich sprach mit normaler Stimme weiter. Okay, Toni, lassen wir den Scheiß. Ich bin einfach nur der Typ, dessen Tochter du bedroht hast, weil du Dragan sehen wolltest. Und der dich deswegen nicht zu Dragan bringen wird, sondern zu jemandem, der dich viel sehnlicher erwartet. Toni trat mehrmals mit voller Wucht gegen die Stahltür, die davon völlig unbeeindruckt war. Hey, Anwalt, Arschloch! Du machst jetzt sofort die Tür auf oder ich mach dich kalt! Hallo Toni, sagte Walter. Also, ich hab jetzt kein Abitur oder so. Deshalb frage ich dich ganz offen. Wie willst du Björn töten, wenn die Tür zu bleibt? Würde mich auch interessieren, sagte Sascha. Holt mich hier raus! Der Typ verarscht euch! Dragan ist tot! Okay, setzte Walter an. Aber warte mal kurz. Wenn Dragan tot ist, warum hat er uns dann aufgetragen, dich in diese versteckte Kamerafalle laufen zu lassen? Ihr habt das gefilmt? Richtig, klingte sich Sascha in das Gespräch ein. Genauso, wie wir auch Maltes Geständnis gefilmt haben. Und ich sag mal so, sagte ich mal so. Dragan was not amused. Mach sofort die Tür auf, du Arschloch! Ich mach dich kalt! Ich pulite die! Ich schaltete die Gegensprechanlage aus. Ich hatte Toni an genau dem Punkt, an dem ich ihn haben wollte. Für jemanden wie Toni, der jedes Problem mit Gewalt lösen wollte, war es das Schlimmste, keine Gewalt mehr anwenden zu können, weil alle anderen Personen im Raum schon tot waren und der Rest der Welt ihn nicht beachtete. Es würde für ihn eine Tortur sondergleichen darstellen, wenn er nicht bekämpft, sondern ignoriert werden würde. Wir würden Toni das komplette Wochenende lang in völligem Schweigen in diesem Kellerraum lassen. Zusammen mit Malte, der aufgrund von Tonis Gewaltexzess kein guter Gesprächspartner mehr war. Malte würde am Sonntagabend nach altbekannter Methode in der Müllverbrennungsanlage entsorgt werden. Sonntags war dafür angeblich der beste Zeitpunkt, wie Sascha mir erklärte. Ich stellte fest, dass das Leben ein nie endender Lernprozess war. Toni seinerseits würden wir am Montag zu Boris bringen. Kurz, wir lagen voll im Zeitplan. Als wir auf den Parkplatz gingen, nahm Walter mich kurz zur Seite. Hör mal Björn, es geht mich ja nichts an, aber... Druckste er herum. Schieß los, was gibt's? Also es geht um Dragan und diese Zeitungsseiten. Mir wurde schlagartig kalt, trotz der Sonne, die noch immer schien. Was zum Teufel hatte Walter jetzt wieder herausgefunden? Was ist damit? Ich will dir keine Ratschläge geben. Nun red schon. Nun, meine Leute folgen dir nun seit ein paar Tagen und... Es ist ziemlich auffällig, dass es nur einen einzigen Ort gibt, an dem du täglich bist und an dem du täglich etwas mitnimmst. Und welcher Ort ist das? McDonalds. Ich war mehr als verblüfft. Ich hatte keine Ahnung, worauf das hinauslaufen sollte. Und was willst du mir damit sagen? Nun, wenn selbst meine Leute darauf kommen, dass die Übergabe von Dragan's Nachrichten nur bei McDonalds stattfinden kann, dann kommt auch die Polizei drauf. Vielleicht solltet ihr das ein bisschen subtiler gestalten. Ich stutzte. Die Tatsache, dass ich seit einer Woche jeden Tag zu McDonalds ging und dort eine Zeitung kaufte, war auf einmal ein weiterer Beweis dafür, dass Dragan lebte. Ich lächelte in mich hinein. Einfach nur so. Weil mir tatsächlich danach war. Kapitel 35 Schmerz Es gibt zwei Arten von Schmerzen. Den Schmerz der Wunde und den Schmerz des Stocherns in der Wunde. Die Wunde können wir nicht rückgängig machen. Aber wenn wir auf das Stochern in der Wunde verzichten, wird die Wunde wesentlich schneller heilen. Joschka Breitner entschleunigt auf der Überholspur. Achtsamkeit für Führungskräfte. Der folgende Samstag war sehr entspannt. Zumindest für mich. Ich begann den Tag mit einer einfachen Atemübung vor dem geöffneten Fenster. Ich spürte die Nähe des Baumes, dessen verschmorte Rinde heilen würde. Ich sah vor meinem inneren Auge den See, an dem ich vor gerade einmal einer Woche den ersten Schritt des Weges gegangen bin, der mich zu einer tiefen inneren Ruhe führen würde. Ich spürte den Atem und das Leben in mir. Ich war dankbar. Zwei der drei Ultimaten, die mir gestellt worden waren, spielten nun schon lange vor dem Deadline-Montag keine Rolle mehr für mich. Emily hatte ihren Kindergartenplatz und Tony existierte nur noch im Keller von Walters Firma und stellte keine Gefahr mehr dar. Es gelang mir auch Tony gegenüber, keinerlei Hass oder Groll zu verspüren. Ich betrachtete ihn eher als Geschenk. Also, jetzt nicht im Sinne von, was für ein Geschenk dieses Lebewesen Tony noch für die Menschheit ist. Eher konkret, Tony war ein Geschenk für Boris. Es musste nur noch feierlich übergeben werden. Boris würde sich freuen, mit Tony anstellen zu dürfen, was er wollte. Und ich freute mich, an dieser Freude anteilnehmen zu dürfen. Zumal damit dann auch die erste Hälfte des dritten Ultimatums aus der Welt sein würde. Boris würde Rache an Tony nehmen können. Und anschließend nur noch Dragan sehen wollen. Aber auch darüber machte ich mir mittlerweile keine allzu großen Sorgen mehr. Mit ein wenig Glück würde auch das klappen. Emily würde ich heute nicht sehen, weil sie und Katharina bei Katharinas Eltern zum Kaffee eingeladen waren. Ich auch, aber ich war achtsam genug, um zu wissen, dass mir die Befolgung dieser Einladung nicht guttun würde. Ich hatte eine erlebnisreiche Woche mit bereits fünf Toten und elementaren beruflichen Veränderungen hinter mir. Diese Erfahrung wollte ich mir nicht durch zwei nichtssagende Gesprächsstunden mit Menschen, die mein Leben zu keinem Zeitpunkt jemals verstanden hatten oder je verstehen würden, verwässern. Dabei hatte mir die Achtsamkeit auch sehr viel in Bezug auf meine emotionale Einstellung zu meinen Schwiegereltern geholfen. Bevor ich mich von Joschka Breitner in die Künste der Achtsamkeit hatte einführen lassen, fuhr ich regelmäßig zu meinen Schwiegereltern, obwohl ich sie hasste. Jetzt fuhr ich nicht zu meinen Schwiegereltern, weil ich sie liebte. Diese Haltungsänderung war doppelt gut. Zum einen, weil ich nicht mehr zu meinen Schwiegereltern fuhr, zum anderen, weil ich dabei keinerlei schlechtes Gewissen hatte. Und Joschka Breitner hatte mich in Bezug auf meine Schwiegereltern sehr schnell von der Sache mit der Liebe überzeugt. Egal, was sie persönlich von ihren Schwiegereltern halten, ihre Schwiegereltern haben ihrer Frau das Leben geschenkt, hatte mir Breitner in einer unserer ersten Stunden erklärt. Ja, und? Wäre das ausnahmslos gut, würde ich jetzt nicht bei ihnen sitzen. Gemeinsam mit ihrer Frau haben sie dann Emily das Leben geschenkt. Und das bedeutet in Bezug auf meine Schwiegereltern? Sie sind der Jurist. Sie kennen die Conditio sine qua non Regel besser als ich. Ich kramte in meinem Erstsemesterwissen nach. Nach dieser Regel ist ein Umstand, der nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass ein Erfolg in seiner konkreten Form entfiele, ursächlich für diesen Erfolg. Richtig. Und das beziehen sie jetzt mal auf ihre Schwiegereltern und Emily. Rein faktisch würde es Emily ohne meine Schwiegereltern nicht geben. Sie sollten den beiden also dankbar sein und sie für ihren Beitrag an ihrer Tochter lieben. Und wie sieht das mit dem Lieben konkret aus? Wollte ich wissen. Wie Liebe aussieht? Ach, das muss ich Ihnen ja wohl nicht ernsthaft erklären. Liebe sieht gar nicht aus. Liebe ist ein Gefühl. Liebe hat folglich nichts mit Kaffee trinken, aufgezwungenen Besuchen oder der Entgegennahme von gut gemeinten Ratschlägen zu tun. Vergessen Sie all das. Lieben Sie Ihre Schwiegereltern und bleiben Sie zu Hause. Schenken Sie ihnen aus Ihrer Liebe heraus ein paar schöne Stunden mit Ihrem Kind und Ihrer Enkelin, bei der kein schlecht gelaunter Schwiegersohn mit am Tisch sitzt, sondern bei denen ein liebender Schwiegersohn zu Hause an sie denkt. Mö, hört sich gut an. Seitdem blieb ich zu Hause und die Treffen waren für alle Beteiligten wesentlich entspannter. Ich hatte an diesem Samstag also endlich die Ruhe und den Anlass, um mich mit Freuden um die alltäglichen Dinge des Berufslebens zu kümmern, die vor lauter Achtsamkeit und Todesdrohung während der Woche zu kurz gekommen waren. Ich musste eine neue Kanzlei gründen. Ich hatte bereits einen Mandanten und ich hatte wunderbare neue Kanzleiräume in Aussicht. Dass diese Kanzleiräume meinem Mandanten obendrein gehörten und dieser zudem tot war, waren zwei positive Begleitumstände. Ich verfasste zunächst einmal eine Rahmenvereinbarung zwischen mir und Dragan. Ich würde für eine monatliche Pauschale und zusätzlich für einen aufgrund der Pauschale herabgesetzten, aber immer noch horrenden Stundenlohn als Rechtsanwalt für ihn tätig sein. Nachdem ich diese Rahmenvereinbarung von einem auf Dragan blanke unterzeichneten Blatt ausgedruckt und ebenfalls unterschrieben hatte, verfasste ich einen Mietvertrag zwischen mir und Dragan bezüglich der Kanzleiräume über dem Kindergarten. Der Vorteil dieses Vorgehens war, dass ich Dragan den Entwurf des Mietvertrags bereits voll in Rechnung stellen konnte. Ich teilte der Anwaltskammer schriftlich meine neue Adresse mit, schloss online eine Anwaltshaftpflichtversicherung ab, eröffnete ein Kanzleikonto und war damit selbstständig. Völlig selbstständig ging ich anschließend in die Stadt. In einem Spielzeuggeschäft besorgte ich mir das letzte Utensil, das ich brauchte, um Boris daran zu hindern, mich zu töten. Und ich ging zu Sascha, damit er damit üben konnte. Ein gutes Gefühl. Mit weniger guten Gefühlen startete der gute Klaus Möller in diesen Tag, wie mir Stanislaw am Abend berichtete. Der polnische Lkw, in dem sich Möllers Auto befand, in dem sich Möller befand und seine gebrochene Hand beklagte, war in der letzten Nacht einmal quer durch Polen gefahren und befand sich zu dem Zeitpunkt, zu dem ich online meine Anwaltshaftpflichtversicherung abgeschlossen hatte, circa 70 Kilometer vor der Grenze zu Weißrussland. Möller, der weder von seinem bevorstehenden Schicksal noch von den Prinzipien der Achtsamkeit die geringste Ahnung hatte, litt aus beiden Gründen unter einer gewissen Grundverspannung. Anstatt einfach zu akzeptieren, dass er an sein Auto gefesselt war, Schmerzen hatte und weder etwas tun konnte noch etwas tun musste, fuhr Klaus Möller Gedankenkarussell. Er ärgerte sich darüber, seinem Angreifer unsinnigerweise Widerstand geleistet zu haben und verschlimmerte dadurch die Situation nur noch. Da er nicht die geringste Ahnung hatte, was mit ihm geschehen würde, malte er sich vermutlich die grässlichsten Szenarien aus. So befürchtete er zum Beispiel die ganze Fahrt lang, er würde zu einem Schrottplatz gefahren, um dort zusammen mit seinem Wagen in einer Müllpresse zu enden. Als er nach gut 18-stündiger Fahrt endlich von Stanislaw aus dem Auto befreit wurde, erkannte er, dass diese Sorge unbegründet war. Der Lkw befand sich auf einem Parkplatz am Rande eines Ortes namens Sokolka, im Osten Polens, an der Grenze zu Weißrussland, dem Heimatort von Bascha. In einer Mischung aus Verwirrung und dem Anflug eines Stockholms-Syndroms erzählte Möller seinem Entführer, dass er schon befürchtet habe, er würde anonym in einer Müllpresse enden. In diesem Moment ärgerte sich Stanislaw, nicht selber auf diese Idee gekommen zu sein. Sie hätte ihm die 18-stündige Fahrt erspart. Der polnische Lkw stand auf einem Parkplatz am Ortsrand. Stanislaw und sein Beifahrer hatten die PKW-Rampe wieder an der Ladefläche befestigt und den Wagen von Möller sowie den Geländewagen rückwärts herunterrollen lassen. Möller stieg aus, durfte die Handschellen öffnen und rieb sich die stark angeschwollene Hand. Er staunte nicht schlecht, als er den Parkplatz wiedererkannte. Möller kannte die Gegend schließlich gut von den verschiedenen Besuchen bei seinen zukünftigen Schwiegereltern. Ihr Haus war direkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Also stimmte es doch, dass Sascha bloß wollte, dass Herr Möller endlich heiratete? Was tun wir hier, wollte er von Stanislaw wissen. Nicht wir, du. Du gehst jetzt über die Straße, klingelst bei deinem zukünftigen Schwiegerpapa und hältst um die Hand von Bascha an. Aber warum? Erstens, weil du Bascha liebst. Zweitens, weil verheiratete Männer weniger anfällig sind für kriminellen Scheiß. Und drittens, weil wir das wollen. Stanislaw drückte dem verdutzten Polizisten eine Flasche Whisky für Baschas Vater und einen Blumenstrauß für Baschas Mutter in die Hand. Herr Möller war ebenso perplex wie erleichtert. Alles würde gut werden. Er würde ab heute kein korrupter Bulle mehr sein. Die kriminelle Vergangenheit war endlich vorbei. Sie hatte ihm zwar eine gebrochene Hand eingebracht, aber den Preis war er bereit zu zahlen. Vor lauter Erleichterung merkte Herr Möller nicht, wie der Geländewagen in 100 Metern Entfernung auf der Landstraße wendete. Er bemerkte auch nicht, dass der Geländewagen in dem Moment Vollgas gab, in dem Stanislaw ihm den Blumenstrauß in die Hand drückte. Möller legte sich vielmehr in Gedanken schon die Worte zurecht, die er seinem sicherlich überraschten Schwiegervater gegenüber verwenden würde. Nur diese Landstraße trennte ihn jetzt noch von seinem neuen Leben. Nur noch vielleicht 20 Schritte. Als er den ersten Schritt auf die Straße setzen wollte, hielt ihn Stanislaw zurück. Da vorne kommt ein Auto angerast. Ach, das ist doch noch ein ganzes Stück entfernt. Eben, sagte Stanislaw und hielt Möller am Kragen fest. Möller schaute ungläubig auf Stanislaw, dann auf den Wagen. Und in dem Moment realisierte er, dass er zumindest in diesem Leben nicht mehr um die Hand seiner Basche anhalten werden würde. Als das Auto noch drei Meter entfernt war, stieß Stanislaw ihn auf die Straße. Herr Möller wurde mit voller Wucht von dem Geländewagen erfasst, auf den Beton geschleudert und überrollt. Es bestand keinerlei Zweifel, dass er den Unfall nicht überlebt hatte. Der Geländewagen hielt an, Stanislaw stieg ein und fuhr bis ans Ortsende, wo der LKW bereits mit der Auffahrtrampe wartete. Spät am Abend des gleichen Tages waren der LKW, der Geländewagen und Stanislaw und seine Jungs wieder in Deutschland. Den Geländewagen ließen sie in einer Schrottpresse beseitigen und Stanislaw nahm sich vor, beim nächsten Opfer diese Beseitigungsmöglichkeit gleich mit in Betracht zu ziehen. Kapitel 36 Minimalismus Lassen Sie nur an Ihrem Leben teilhaben, was Ihnen gut tut. Menschen, Gegenstände, Gedanken und Gespräche, die Sie belasten, dürfen Sie getrost wie Wolken an sich vorbeiziehen lassen. Vor allem, wenn Sie nicht weiterbringt, was Sie belastet oder was Ihnen nicht behilflich ist, dürfen Sie sich jederzeit trennen. Durch diese minimalistische Achtsamkeit werden Sie schnell feststellen, dass Sie sich selbst genug sein können. Joschka Breitner entschleunigt auf der Überholspur. Achtsamkeit für Führungskräfte. Das komische ist der Tachostand, druckste Peter Eckmann herum. Wir standen im Garten von wie ein Fisch im Wasser und tranken Kaffee. Unsere Kinder tobten ausgelassen im Bällebad der Flippergruppe, während unsere Frauen sich die Räumlichkeiten ansahen. Peter hatte mich am Sonntagvormittag angerufen, weil seine Frau ein paar Fragen zum Kindergarten hatte. Da ich mit Emily und Katharina sowieso gerade in Katharinas Auto unterwegs in die Herderstraße war, lud ich ihn ein, seiner Familie doch einfach die Räumlichkeiten zu zeigen. Wir trafen uns dann dort. Frauen und Kinder waren begeistert von der Einrichtung. Selbst Katharina hatte nichts an dem Kindergarten auszusetzen. Als Peter und ich schließlich alleine in der Sonne im Kindergarten Garten standen, erzählte er mir von Klaus Möller. Du kennst doch Klaus Möller, oder? Ich nickte. Mit gemischten Gefühlen. Er ist gestern bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Oh, ich gab mich überrascht. Im Einsatz? Nein, in Polen. Wie das? Eine ganz komische Sache. Er hat seiner Freundin einen Zettel geschrieben, dass er über das Wochenende in Sachen Liebe unterwegs sei. Überfahren wurde er vor der Haustür von ihren Eltern an der Grenze zu Weißrussland. Er muss den Spuren nach, eine Flasche Whisky und einen Blumenstrauß dabei gehabt haben. Sein Wagen stand auf dem Parkplatz auf der anderen Straßenseite. Vielleicht wollte er einen Heiratsantrag machen. Was ist daran komisch? Das komische ist der Tachostand. Der Tachostand? Möller hat überall herum erzählt, dass er mit seinem Wagen bei exakt 100.000 Kilometern auf dem Tacho in die Inspektion gerollt ist. Er war sehr spießig, was solche Dinge anging. Und? Die Kollegen in Polen sagen, der Wagen auf dem Parkplatz hat exakt 100.000 und 58 Kilometer auf dem Tacho. Und? Möller hat den Wagen erst am Donnerstagnachmittag aus der Inspektion zurückbekommen. Und seine Werkstatt liegt nicht 58 Kilometer von dem polnischen Ort Sokolka entfernt. Meine Güte, über was für Details sich Polizisten Gedanken machten. Wichtig war doch nur, dass der Lebenstacho von diesem Verräterbullen endgültig abgelaufen war. Und warum machst du dir darum jetzt einen Kopf? Wie ich dich verstanden habe, war der Tachostand nicht ursächlich für Möllers Ableben, oder? Nein, Möller muss von einem großen, schnellen Auto erfasst worden sein. Der Fahrer hat Fahrerflucht begangen. Es ist aber so, dass die letzte Nummer, die Möller gewählt hatte, die von Tony war. Peter, welche Geschichte möchtest du mir erzählen? Die, dass dein Möller liebestoll nach einer langen Autofahrt nervös bis unter die Hutkante, ohne nach links und rechts zu gucken, mit einer Flasche Whisky und einem Strauß Blumen in den Händen über eine polnische Straße gelaufen und überfahren worden ist. Oder die, dass Möller Tony angerufen hat, mit seinem Auto nach Polen geflogen ist und dann absichtlich totgefahren wurde. Zufälligerweise vor dem Haus der Eltern seiner Frau. Es ist ja nur so ein Gefühl. Zumal Tony seit Freitag verschwunden ist. Ich schlägte meinen Arm um Peter. Peter, wenn du dir einen Kindergarten für deinen Sohn anguckst, guckst du dir einen Kindergarten für deinen Sohn an. Wenn du einen Mörder suchen willst, den es gar nicht gibt, suchst du einen Mörder, den es gar nicht gibt. Aber tu mir bitte den Gefallen und suche keinen Mörder, den es gar nicht gibt, während du dir einen Kindergarten für deinen Sohn anguckst, okay? Was ist das denn für eine Philosophie? Peter sah mich verwundert an. Das ist Achtsamkeit. Also, was ist dir wichtiger? Mörder oder Kindergarten? Peter musste keine Sekunde überlegen. Kindergarten. Vielleicht war der Tacho ja einfach nur kaputt. Vielleicht war der Tacho einfach nur kaputt. Vielleicht erkannte Peter Eckmann auch langsam die Prinzipien der Achtsamkeit. Vielleicht wollte sich Peter Eckmann auch nur den Kindergartenplatz seines Sohnes nicht durch weitere Nachfragen gefährden. In jedem Fall waren die Ermittlungen in Sachen des Dahinscheidens von Klaus Möller nichts, mit dem ich mich irgendwie belasten wollte oder musste. Als die Eckmanns gegangen waren, zeigte ich Emily und Katharina den leerstehenden Rest des Hauses. Katharina war nicht nur von dem Kindergarten bei Tageslicht begeistert, sondern auch von meinen Kanzleiräumen darüber. Die Vorstellung, dass ich eine Etage über meiner Tochter bei freier Zeiteinteilung arbeiten würde, war nicht nur für mich, sondern auch für sie etwas durch und durch Positives. Völlig unabhängig davon, wie es mit uns beiden als Ehepaar in Zukunft weitergehen würde, wäre diese Lösung in Bezug auf Emily optimal. Habt ihr auch Hunger? fragte ich nach Ende der Besichtigung. Ein bisschen. Was schlägst du vor? Wollte Katharina wissen. Wie wäre es mit McDonalds? Zum einen wollte ich mit der Wahl dieses Restaurants Emily einen Gefallen tun. Zum anderen kam es mir natürlich entgegen, auch an diesem Tag so zu tun, als würde ich mich mit Dragan austauschen. Katharina wollte gerade wegen ersterem pädagogisch empört gucken, aber Emily kam mir zuvor. Ich will Chicken McNuggets, Vanilleeis und einen Kakao. Katharina und ich schauten Emily an und mussten lachen. Nun ja, es lässt sich wohl nicht verleugnen, dass Emily mit mir schon mal bei McDonalds war, da ich als euer Anwalt der Schweigepflicht unterliege, wird das außerhalb dieser Kanzlei niemand erfahren. Katharina nahm mich spontan in den Arm. Es ist schön, dich so entspannt zu sehen. Ach, so kenne ich dich ja gar nicht. Und sie hatte recht. Es machte mir Freude, gut eine Woche nach Beendigung meines Achtsamkeitskurses zu erleben, wie sich alle meine beruflichen Probleme nach und nach in Luft auflösten. Joschka Breitner hatte mir etwas sehr Abstraktes zum Thema Minimalismus auf den Weg gegeben. Lassen Sie nur in Ihrem Leben teilhaben, was Ihnen gut tut. Menschen, Gegenstände, Gedanken und Gespräche, die Sie belasten, dürfen Sie getrost wie Wolken an sich vorbeiziehen lassen. Von allem, was Sie nicht weiterbringt, was Sie belastet oder was Ihnen nicht behilflich ist, dürfen Sie sich jederzeit trennen. Durch diese minimalistische Achtsamkeit werden Sie schnell feststellen, dass Sie sich selbst genug sein können. Zu sehen, wie diese abstrakte Weisheit gelebt, ganz reale Formen annehmen konnte, war sehr erfüllend. Ich hatte mich von meinem Mandanten getrennt. Ich hatte mich von meiner Kanzlei getrennt. Ich hatte Klaus Möller ziehen lassen. Malte würde sich noch heute Abend in der Müllverbrennungsanlage in Luft auflösen und als perfekt gefilterte Wolke an mir vorüberziehen. Und auch Toni würde morgen Abend nicht mehr existieren. Minimalistischer hätte ich mein berufliches Umfeld nicht gestalten können. Jedenfalls nicht, wenn ich noch ein paar mögliche Mandate übrig lassen wollte. Nach einem ausgiebigen Familienessen bei McDonalds fuhren mich Emily und Katharina zurück zu meinem Apartment. Katharina hielt in der Parkbucht, in der erst am Mittwoch mein Firmenwagen explodiert war. Sie betrachtete irritiert den verkohlten Baum. Was ist denn da passiert? Oh, da hat ein Wagen gebrannt. Das wächst aber nach. Wessen Wagen denn? Meiner jedenfalls nicht. Und das war nicht mehr gelogen. Abends rief ich dann Boris an. Ja, raunste Boris kurz angebunden. Ich bin's Björn. Ich hab grad mal auf den Kalender geguckt und festgestellt, dass morgen ja schon Montag ist. Sehr richtig. Und wenn du anrufst, um mehr Zeit herauszuschlagen, Herr Anwalt, dann kannst du schon mal anfangen zu googeln, was nicht bedeutet. Deswegen rufe ich nicht an. Ganz im Gegenteil, Boris. Ich möchte dir zunächst mal danken. So. Wofür? Dass du dich an deinen Teil unserer Abmachung gehalten hast und wir hier in Ruhe den Verräter finden konnten. Dankbarkeit ist nicht nur ein Gefühl, das einen selber entlastet. Dankbarkeit entspannt auch das Gegenüber. Und damit die gesamte Atmosphäre. Boris klang auf einmal wesentlich offener. Ach, es ist nicht gerade üblich, dass sich jemand in unserer Branche dafür bedankt, dass eine Abmachung eingehalten wird. Aber deinen Worten entnehme ich, dass du das Arschloch hast. Richtig. Wann bekomme ich ihn? Das kommt drauf an. Golden Delicious oder Granny Smith? Bitte? Soll ich dem Schwein als Apfel einen Golden Delicious ins Maul stecken oder lieber einen Granny Smith? Golden Delicious habe ich zu Hause. Du kannst ihm auch einen Pferdeapfel in die Mundhöhle packen. Hauptsache ich kann mit dem Penner machen, was ich will. Ist alles mit Dragan geklärt. Du bekommst die Daumenstempel-Zeitung, den Verräter und ein Golden Delicious Apfel. Und wann sehe ich Dragan? Im Anschluss. Wir können alle zusammen zu ihm fahren. Du mit deinen Officern, ich mit Dragan's Officern. Wir klären alle Probleme auf allen Ebenen. Hört sich gut an. Und wo soll das stattfinden? Ach, du wirst verstehen, dass ich das niemandem im Vorfeld sage. Das wissen auch Dragan's Officer nicht. Das erfahren alle, wenn wir da sind. Dafür darfst du bestimmen, wo wir euch den Verräter übergeben sollen. Warum treffen wir uns nicht an diesem Autobahnparkplatz, an dem die ganze Scheiße angefangen hat? Da, wo Igor abgefackelt wurde? Genau. Wenn da gerade kein Bus voll Kindern hält, ist es dort nachts sehr ruhig. Heute Nacht oder Morgennacht? Heute um drei Uhr. Kommst du allein? Nein, ganz offiziell. Mit allen Officern. Und dem Arschloch. Einer der Officer ist das Arschloch, habe ich mir gedacht. Du bist ja auch schlau, Boris. Spar dir dein Geschleimel für später auf. Wenn wir bei Dragan sind, kannst du ihm gerne sagen, wie toll du mich findest. Genau das war mein Plan. Kapitel 37 Tod Alle halten den Tod für etwas Schlimmes. Dabei ist der Tod ihr bester Freund. Sie können sich hundertprozentig auf ihn verlassen. Ihm ist es völlig egal, was sie im Leben erreicht haben. Und noch viel besser. Ihm ist es vor allem völlig egal, was sie im Leben versäumt haben. Der Tod nimmt sie so an, wie sie sind. Warum in der Welt glauben sie, das Leben würde das nicht tun? Joschka Breitner entschleunigt auf der Überholspur Achtsamkeit für Führungskräfte. Der Apfel hält nicht, Carla war langsam genervt. Da Toni verständlicherweise nicht freiwillig bereit war, den Apfel im Mund zu behalten, mussten wir ihn irgendwie an ihm fixieren. Carlas Idee war es, den Apfelstiel mit Hilfe einer Haarspange an Tonis Nase festzuklemmen. Dann würde der Apfel zumindest vor Tonis Mund baumeln. Aber obwohl Toni an Händen und Füßen gefesselt war, war er immer noch dazu in der Lage, so heftig mit dem Kopf zu schütteln, dass der Apfel immer wieder abfiel. Haben wir keine Stricknadel im Auto? Wollte Walter wissen. Dann stopfe ich dem Hurensohn den Apfel einfach ins Maul und jage die Stricknadel von der linken Wange durch den Apfel durch, bis sie rechts wieder rauskommt. Das dürfte halten. Nimm doch einfach das Panzerband da vorne, schlug Sascha vor. Und tatsächlich rollte durch den Fußraum des Transit eine halbleere Rolle Allzweck-Klebeband, mit dessen Hilfe Carla und Walter gemeinsam den Apfel in Tonis Mund befestigten. Ich saß vorn neben Stanislav und beobachtete die anderen vier durch den Rückspiegel. Toni hatte sich mit Händen und Füßen gewehrt, als wir ihn aus dem Verhörraum holten. Dabei hätte er sich eigentlich freuen sollen, endlich an die frische Luft zu kommen und sah es nur für ein paar Minuten bis zu seinem Tod. Aufgrund von Maltes bereits einsetzender Verwesung stank es in dem Raum ganz gewaltig. Maltes und Tonis Wege trennten sich nun. Toni wurde mit einem Schuss aus einer Taser-Pistole ruhiggestellt. Sascha gab Walters Leuten die notwendigen Anweisungen, bei welchen Mitarbeiter der Müllverbrennungsanlage sie Malte in einem Paket verpackt abliefern sollten. Noch auf der Fahrt zum Parkplatz erreichte uns die Nachricht, dass Malte die Brennkammer bereits durch den Filter verlassen hatte. Als der Apfel bei Toni endlich saß, fuhren wir auch schon auf den nachts um drei tatsächlich völlig menschenleeren Autobahnparkplatz, auf dem vorletzten Freitag das ganze Dilemma begonnen hatte. Vor dem Toilettenhäuschen, das auch in der Finsternis noch einen versifften Eindruck machte, parkten zwei Mercedes-Limousinen. Davor standen bereits Boris und vier seiner Officer. Stanislav parkte unseren Transit daneben und bis auf Toni stiegen wir alle aus. Ein paar Meter von unserem Wagen entfernt stand hinter einer kleinen Baumgruppe ein verlassener Opel Kadett, an dem schon der rote Aufkleber vom Ordnungsamt klebte, der besagt, dass das Fahrzeug in Kürze entsorgt werden würde. Boris hätte den Ort nicht passender aussuchen können. An der Stelle, an der eigentlich Igor hätte stehen sollen, flatterte Lohse ein Polizeiabschwerband an einem vergessenen Holzpflock. An genau dieser Stelle war Igor vor neun Tagen verbrannt und erschlagen worden. Von Dragan. Weil das Arschloch, das wir jetzt übergeben würden, beide in eine Falle gelockt hatte. Aber anstatt, dass Boris und seine Officer jetzt Dragan's Officer kalt machen würden, gaben sich alle freundschaftlich die Hände. Boris, sagte ich, ich soll dir Grüße von Dragan ausrichten. Er entschuldigt sich nochmal in aller Form für das, was passiert ist, aber er weiß jetzt, wer der Schuldige ist. Und er sieht es als Selbstverständlichkeit an, dass du den Verräter dafür zur Verantwortung ziehen darfst. Völlig egal, welche Stellung dieser Feuer bei ihm hatte. Ich übergab Boris die von Dragan's Daumen gestempelte Zeitungsseite, auf der genau das stand, so wie ein Smartphone. Was soll ich mit dem Handy? Will Dragan mit mir sprechen? Ich sehe ihn doch gleich. Oder will der Feigling das Treffen absagen? Nein, auf dem Handy ist ein Geständnis. Boris schaute sich das Foltergeständnis von Malte an. Tony also. Ich wusste es von Anfang an. Warum ist der Mann, der ihn so massiv belastet, nicht selber hier? Weil Tony ihn vor unseren Augen umgebracht hat, damit genau das nicht geschieht. Das war das Schuldeingeständnis, das uns noch fehlte, um alle Zweifel zu beseitigen. Deshalb bekommst du jetzt und hier Tony persönlich. Sascha öffnete unseren Kleintransporter und zog den sich heftig wehrenden Tony aus dem Wagen. Zwei Officer von Boris nahmen ihn sofort in Empfang. Boris zeigte sich beeindruckt. Dragan tötet meine Nummer zwei und übergibt mir dafür seine Nummer zwei. Das ist fair. Wie habt ihr den Apfel da festbekommen? Ist das Panzerband? Ja, sagte Clara. Haarklammern halten nicht. Und leider hatten wir keine Stricknadel, ergänzte Walter. Habt ihr noch was von dem Panzerband? Wollte Boris wissen. Klar. Ich gab Sascha ein Zeichen. Sascha warf ihm den Rest der Panzerbandrolle zu. Boris fing sie auf und gab sie an seine Leute weiter, die gerade damit beschäftigt waren, Tony die Hosen herunterzuziehen. Niemand achtete mehr auf Sascha, der sich in dem Moment außer Sichtweite hinter die Baumgruppe begab und den Kofferraum des Opel Kadett öffnete. Das ist gut, das Panzerband, schwärmte Boris. Damit wäre dann auch mein letztes Problem gelöst. Nämlich die Frage, wie ich dem Verräter die Handgranaten am Sack befestige. Du willst wirklich, entfuhr es mir. Was ich verspreche, halte ich auch. Ehrenvolle Einstellung, sagte ich voller Respekt, während ich zusah, wie Tony zwei Eierhandgranaten aneben diese getapet wurden. Weh, machst du das mit den Sicherungsstiften? Ich meine, irgendjemand musste ja ziehen. Es interessierte mich rein technisch. Boris zeigte auf zwei Rollen Drachenschnur, die mit dem jeweils losen Ende an die Sicherungsstifte der Handgranaten geknotet waren. Währenddessen wurde Tony kopfüber an ein Andreaskreuz gefesselt, das Borises Leute ganz offensichtlich aus einem Bordell mitgebracht hatten. Und die ganzen Splitter und die Matsche? Es gibt doch eine Mordsauerei, wenn der Typ über den Parkplatz fliegt. Ich meine, die schönen Autos. Niemand schenkte meinem Einwand Beachtung. In diesem Augenblick hoben Borises Officer das Andreaskreuz hoch und trugen es hinter das Toilettenhäuschen. Zwischen uns und der zu erwartenden Sauerei lagen nun acht Quadratmeter versiffter Beton. Der Mann denkt einfach an alles, stellte Carla lobend fest. In der Tat war die kühle Vorgehensweise von Boris bei der Hinrichtung von Tony etwas völlig anderes als der emotionsgeladene Gewaltexzess, mit dem Dragan Igor an gleicher Stelle ins Jenseits befördert hatte. Das Ergebnis unterschied sich dann allerdings kaum. Und zwar sowohl sofort für das Opfer, als auch später für die Tatortreiniger. Die Officer kamen zurück und übergaben Boris die aufgewickelten Enden der Drachenschnur. Willst du ihm nicht noch irgendwas sagen? Ein paar letzte Worte? Irgendwas Theatralisches? Regte ich an. Allerdings vergebens. Boris zog mit einem Ruck an beiden Schnüren. Warum sollte ich? Ich dachte nur, weil wir uns auch solche Mühe gemacht haben mit dem Apfel und... Zwei simultane Explosionen hinter dem Toilettenhäuschen zerrissen meinen Satz. Die Reste von Tony und von dem Andreaskreuz flogen meterweit in alle Himmelsrichtungen, die nicht von einem Klohäuschen verdeckt waren. Nachdem der Doppelknall der Explosion verklungen war, war plötzlich ein unrhythmisches Surren zu hören. Ich schaute nach oben. Boris folgte meinem Blick. Eine Drohne. Sie taumelte aus der Luft heraus auf uns zu und krachte Boris und mir genau zwischen die Füße und zerschellte. Mit einer Kamera. Und einer Antenne. Was ist das für eine Scheiße? Wollte Boris wissen. Das... Das ist eine Drohne. Wir sind bei der Hinrichtung gefilmt worden. Versuchte ich mit einem Maximum an Überraschungen der Stimme den Sachverhalt zu analysieren. Technisch gesehen handelte es sich bei der Drohne um das baugleiche Modell wie das, welches ich vor ein paar Tagen im Wald mit einem Stock vom Himmel geholt hatte. Nur, dass ich auf dieses Modell hier einen kleinen Aufkleber mit der Aufschrift Polizei geklebt hatte. Und der Aufkleber tat seine Wirkung. Das ist eine Drohne von den Bullen, fluchte Boris. Ach, dann hat uns irgendein Arsch verraten, sagte ich. Boris holte bereits mit dem Fuß aus und zertrat die Drohne und die Kamera. Niemand führte mich bei einem Mord. Ich hielt Boris zurück. Das bringt nichts. Siehst du die Antenne? Alle Bilder sind bereits beim Drohnenpiloten auf irgendeinem Rechner gespeichert. Was soll das heißen? Sind wir jetzt im Arsch? Sollen wir jetzt hier warten, bis wir verhaftet werden? Wir hauen ab. Alle. Sofort. Boris' Leute fingen an hektisch durcheinander zu ihren Autos zu laufen. Auch meine Officer sprangen bereits in den Transit. Ich versuchte meiner neuen Führungsrolle gerecht zu werden. Halt! Wenn wir jetzt alle panisch abhauen, können wir uns nicht mehr absprechen. Wenn diese Drohne alles gefilmt hat, dann... Ich wandte mich in gespielter Panik an Boris. Dann weiß die Polizei, dass du für den Mord hier verantwortlich bist. Und wir alle stecken mit drin. Wichtig ist, dass du aus der Schusslinie kommst. Und wir übrigen müssen unsere Aussagen abstimmen. Wie soll das gehen? Zuerst musst du untertauchen. Der Rest läuft telefonisch. Untertauchen? Wohin? Ich tat so, als müsste ich nachdenken. Schließlich kam mir der geniale Gedanke. Ja, ich fahr dich direkt zu Dragan. Von hier aus. Sein Versteck ist sicher. Und ihr beide sitzt jetzt eh in einem Boot. Aber wir müssen uns beeilen. Hier würde es in ein paar Minuten von Polizisten nur so wimmeln. Boris sah mich an. Erst ängstlich. Dann grübelnd. Schließlich erkennend. Es hatte Klick gemacht. Ein zufriedenes Grinsen erschien auf dem Gesicht des Mannes. Du bist genial, Herr Anwalt. So machen wir das. Leute, ihr haut jetzt alle ab. Björn fährt mich zu Dragan. Ich melde mich bei euch. Vladi, gib dem Anwalt den Wagenschlüssel. Wladimir, einer von Borises Officern, warf mir den Schlüssel für einen der Mercedes zu. Alle anderen verteilten sich auf die andere Limousine und den Ford Transit. Boris und ich liefen zu unserem Wagen. Sascha erschien neben mir. Genialer Flug. Flüsterte ich ihm zu. Danke. Hab ja auch geübt. Sammle die Reste der Drohne ein und lass sie verschwinden. Wie besprochen. Sascha ging zu dem Toilettenhäuschen. Der Ford Transit und der zweite Mercedes verließen mit quietschenden Reifen den Parkplatz. Boris wollte gerade auf dem Beifahrersitz seines Wagens Platz nehmen, als ich ihm eine Hand auf die Schulter legte. Boris, sorry. Aber du darfst von jetzt an nicht mehr gesehen werden. Du musst hier und jetzt verschwinden. Wohin? Wollte Boris hektisch wissen. Ich öffnete den Kofferraum. Ist nicht bequem, aber sicher. Boris nahm im Kofferraum Platz. Und gleich sehe ich Dragan. Gleich siehst du Dragan. Im Einklang mit mir selbst schloss ich den Kofferraumdeckel. Wertungsfrei und liebevoll. Achtsam eben. Das war Achtsam Morden von Carsten Dusse. Gelesen von Thomas Söcker. Vielen lieben Dank für alle, die zugehört haben. Das hier ist immer eine Menge Arbeit. Ich muss das Ganze aufnehmen in der Kabine. Das alles vorbereiten. Anschließend muss ich das Ganze noch zusammenschneiden. Die Versprecher raussteigen und so weiter. Deswegen dauert das immer alles ein bisschen. Ich freue mich aber über alle, die hier zuhören. Die geduldig sind. Es ist ein Hobby von mir. Es macht mir mega viel Spaß. Also wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Lasst gerne ein Abo da. Würde mich freuen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.